so und damit willkommen zurück zeitgegrüßt zu einem neuen stream bildes geht drehe wird gespielt wird wieder einen anderen spielstand mit modi er kommt gleich dazu hallo ein löwchen da wird noch ein bisschen muss erst mal das spiel starten reinladen wo die anderen immer immer es dauert immer aber es dauert immer das dauert schon das dauert immerhin schon ein bisschen weniger also mit den patches ich habe das gefühl sonst bei mir dauert lädt schneller rein also ja dafür ist aber auch keine textur und nichts geladen ins stadt ja gebirgspass haben wir das jetzt mal aufgehört kurz vorher die drachensequenz haben wir schon gesehen jetzt nachher aufgehört hattest du gespeichert ich weiß es nicht mehr gespeichert wir waren wir hatten mit diesem mit dem mit dem mit einem npc war der dort irgendwie stand geredet danach bin ich sind wenn ich bin zu einer wasserpumpe gelaufen und dann sind wir so die sequenz reingestellpert und danach habe ich gesagt jetzt schluss der knüpfen heute an also wir starten direkt rein in den nächsten kampf hoffentlich richtig schnell hoffentlich kriegst du den wird kein wird keiner überleben hoffentlich immer schnell genug hin das und das wollte ich reinladen also im dark urge kampf war der kampf der das war ein heftiger kampf aber wir haben es geschafft ja du machst das schon und wir schaffen es die irgendwie zu oder würden wir uns mit den gefahren kianfreunden ne ich weiß zu viel über die die sind scheiße also ich meine im dark urge wo zeig mich zuletzt erst mal mit denen habe ich die komplett ich hab dir das komplette volk ausgerottet von denen mit generell das ausgerottet die haben die haben immer noch und ich habe immer noch eine untote königin die die einfach wieder zurück wünschen kann also alles gut ja die kenne ich die habe ich auch kennengelernt habt ihr dich aus der existenz gewünscht oder nicht ja das habe ich einmal ausprobiert um so ausprobiert zu haben einmal ums und ich habe jetzt einen weg gefunden den helm auszublenden damit das mal ach mensch du hast endlich mal das inventar endlich mal dinge gelesen also hier stehen wir gerade ich habe die einladung geschickt ich weiß ich lade noch ja der hintergrund lädt auch gerade noch also falls wir die angreifen wollen würde ich mal empfehlen dass wir runter auf die straße gehen ich habe den tragischen fehler gemacht dass das damals auf der brücke von der brücke aus angegriffen habe und da stand einer schon unten und hat mit dem geredet und alle anderen waren oben und der eine der unten stand der war ziemlich tot wenn wir sie schon offen offensichtlich erstens ich will ich meine große tour da hinten ist hier vorsichtig und zweit wir müssen noch mit dem npc reden sonst wäre sie nicht mehr da wir haben mit ihr geredet wir haben mit ihr geredet hier ist auch noch eine truhe haben wir die schon gelootet ja so ich ziehe mir erstmal ein bisschen heilung rein und da habe ich noch dann heilen wir mal ich weiß ich weiß ich weiß auch gar nicht mehr was wir gemacht haben wir haben noch dabei kann man sie werfen wir haben die ganzen droiden ausgelöscht oder keine ahnung ja ich glaube das haben wir gemacht ich glaube wir haben die gesamte map hier geklärt oder aber Carla ist noch mit dabei daher wir dürfen ja auch die tieflinge nicht angreifen die sind ja schon weg die droiden interessieren niemanden was ist hier hinten da war ich doch nicht da geht es nicht weiter sicher es gibt noch irgendwie ein eingang durchs goblinlager in den bereich dort aber guck mal eben hier geht es anscheinend weiter wahrnehmung hier ist ein erdhaufen bzw hier ist ein höhlenloch ich muss mal ein bisschen gucken was mein charakter ich spiel einen paladin oder ich glaube das ist legit ein ja du bist paladin das ist legit ein teil der map den ich nicht kenne ein paladin drüber da gibt es nicht viel da gibt es das goblinlager da ist der innen so auf den Bergpasser da kann man glaube ich da gibt es nicht viel zu sehen die looted mal wieder immer hier ist der kasse ja gut für die die kiste war das jetzt anscheinend hier ist ein hammer drin oh nein von hier aus kann sich theoretisch ins kopf im lager schleichen ja aber das haben wir auch schon ausgeräuchert ja ja klar aber es ist gut zu wissen wir den nächsten spielstand deswegen weil wir die frage wollen und nicht irgendwie heute ein bisschen weniger morgen ein bisschen weil das haben wir schon alles wir spielen nicht da gehört das ist da ich weiß vielleicht mal ein bisschen dann ermorden wir auch nicht alles wir machen erstmal die quest sind freundlich und dann am ende alle die noch da sind sterben wir könnten auch ein paar gefranke als Freunde wollen wir mal von hier unten angreifen weil ja wir haben ja ich meine Astarion ist ein Necromancer hier wollen wir mal von hier unten angreifen weil von oben ist ein bisschen scheiße wir können auch erstmal mit denen reden ja ich geh mal reden ich geh mal reden das darf auch wenn du den besiegen willst ich hab betäubenden Schlag das heißt als Mensch bin ich dabei noch unsterblich also unversichtbar ich rede gerade mit dem Anführer diese Fels hat für alle gespattet diese Fels hat für alle gespattet so einfach zu entspannen Barretha du mühlst zu viel über deine Aufgabe Entschuldigung, Kithrak und wie für dich sag mir warum sollte ich dich nicht durch ich würde mal erstmal freundlich machen mit denen wenn du nichts dagegen hast also außerdem bin ich Paladin also so Zeugen ich kenne euch nicht und bin keine Bedrohung das hätte du musst ein hohes Charisma haben das heißt vielleicht solltest du einschüchter ich glaube da bist du auch auf den Fischern das hätte ihr längst getan wenn ihr nicht erst etwas von mir wollen würdet stumm seinen Blickstand halten und sich insgeheim zum Angriff vorbereiten ich will nur passieren und bin ja dafür stricke bleibt so wird es so sein das ist die Wahrheit alle Boden mit dazu nehmen ok schafft es Chuck! Du darfst mit mir sprechen wie mein Bestes? Others haben die für weniger insulten. Slowly. Aber dein Wettbewerb hat mich gefühlt. Endlich findest du ein Wölf in einer Welt der Lowingen Kattel. Du kannst du jetzt leben. Jetzt, wir suchen eine Weapon, von einem Vessel, die aus dem Sky fallen. Verstehst du, Istik? Du fühlst plötzlich eine strange Anxiety. Nicht dein eigenes, aber das des Artefaktes, die du gehörst. Irgendwann ist es Angst. Du attunst deine Meinung zu. Das Artefakt will nicht von dir entfernen. Es will nicht in den Gith-Raiders-Händen fallen. Hilf uns zu finden, und ich werde dein Blut hinter deiner Haut gespült. Haha, ich helfe wo ich kann. Fangen bitte von vorne an. Was für eine Waffe sucht ihr genau? Das Artefakt hervorziehen. Fragen, ob er das hier sucht. Informationen werden euch was kosten. Ich meine... Ich meine... Ich meine Informationen nach... Können wir... Egal... Können wir das Artefakt vorzeigen, wie wir wollen. Wir können es eh nicht abgeben. Wir sind daran gebunden. Also... Mach mal. Informationen werden euch was kosten. Wie... Also ein bisschen Geld. Ach, wisst du was? Geh nicht zu sprechen. Deine Blut verfolgt meine Hände. Seid einfach still. Er beginnt seine Hand in einem schnellen Flurrigen gestern. Okay, wir sind tot. Keine Hunde schweigende Bedeutung der Gesten interpretieren. Minus 1 Intelligenz. Jetzt habe ich schon wieder Minus 1 Intelligenz. Du weißt ja dicht der Untersuchung wieder setzen. Das könne was werden. Erfolgt. He! Nichts ist sogar eine sinnvolle Idee in dieser Skull. Ich will einfach ihn. Wieder einschüchtern. Überzeugen. Ich kann euch helfen, wenn ihr mich verschont nach der Waffe suchen. Warum zögert ihr dann? Versucht es doch. Gedanken wahrnehmen. Seine Gedanken lesen. Joa. Wenn wir schon mal dabei sind. Waffe wird ganz gut. Kein Sport. Wenn dieser war sogar ein wenig sinnvoller, dann könnte ich sie versparen. Das würde ich sagen. Ich würde ganz gerne jetzt mal ins Tage gehen. uns mal Lesel rausholen. Das könnte spannend werden. Dieser Bereich mit Lesel. Ich glaube. Klar. Wenn du sie mitnehmen willst. Ich würde sie zumindest nur für den Bereich hier. Weil das könnte, das könnte eventuell. Ich glaube. Dann hätten wir eigentlich neu laden müssen. um mit Command Drop seine Waffe zu nehmen. Weil das ist das stärkste Schwert für sie im ganzen Spiel. Ich will nicht mit ihr kämpfen. Aber nur für dich. Ich pack die, wenn wir in Akte 2 gehen, sofort wieder ins Lager. Deine Entscheidung. Du kannst jederzeit ins Lager gehen und deinen Begleiter wechseln. Da hält dich niemand von ab. Warte kurz zum Lager. Also ich will Kralach schon mitnehmen, aber. Weil sie sehr gut gelevelt ist jetzt Baba. Ich weiß nicht wie. Jetzt muss ich glaube ich erst mal leveln. Wenn ich die mitnehme. Naja, sie ist weiter. Mach sie zum Champion und dann passt das. Ich hoffe das bringt jetzt keinen Nachteil bei Kralach. Wenn ich jetzt. Du kannst die Begleiter austauschen, wie du lustig bist. Aber dass die, dass die dann sagt, die macht mich weniger oder so. Du kannst die Begleiter austauschen, wie du lustig bist. Wirklich? 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 Oh, gut. Ich werde hier essen. Das sagt er zumindest aber. Ist da meine Nummer A? Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Wo warst du bis ich wieder da bin? Und du gehst schon ohne mich weiter? Sprich. Nö. Und jetzt haben wir noch die goldene Rüstung. Ähm. Kann man mal gucken. So, ich hab. Ich muss jetzt erstmal Stufenaufstieg machen. So, Leveln. Aber wahrscheinlich ich hab Stufe 1. Aber die hatten wir nie wirklich mit dem Team. Ja, Stufe 4. Und was ist sie irgendwie? Wo kann ich das wechseln, dass er so ein Champion wird? Du levelst auf. Ganz normal. Wenn du jetzt... Ich guck mal kurz in den Stream. Sie ist Stufe 4. Kämpfer. Wahrscheinlich hab ich ihr schon Champion gegeben. Wahrscheinlich ist sie schon Champion. Ist egal, level sie einfach. Kämpfer sind alle gleich. Talente muss ich auswählen. Was sagst du da? Was dir gefällt? Irgendwas Kämpferisches. Und lädt. Also hier Wächter. Das hab ich jetzt beim... Das hab ich jetzt meinem Mönch gegeben. Ähm. Ähm. Das ist relativ cool. Bei Gelegenheitsangriffen. Wenn ein Gegner im Nahkampf Reichweite deiner Verbündeten angreift, kannst du eine Reaktion verwenden, um einen Waffenangriff auf diesen Gegner auszuführen. Der Verbündete darf dabei nicht das Wächtertalent haben. Aus dem bist du bei Gelegenheitsangriffen im Vorteil. Und wenn du eine Kreatur mit einem Gelegenheitsangriff triffst, kannst du... Das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Also... Mach... Wenn du meinst, dass es gut ist, klar. Ähm. Wächter und Stangenwaffenmeister zusammen ist eine ziemlich starke Kombo. Die nimmt man ganz gerne im regulären D&D. So, Stufe 5. Ich glaub das war's dann auch. Soweit waren wir noch nicht gelevelt. Okay, Nebelschritt hat sie jetzt. Stufe 6. Neues Talent. Stangenmeistermeister ist das nächste. Äh, ja. Das ist relativ stark. Stangenwaffenmeister. Weil du hast eine höhere Reichweite, kannst du halt die Gegner an Vorbeirennen stoppen. Wenn du mit einem Kleber und einem Helmbarde einen Kampfstab und einen Speerangriffst, kannst du eine Bonusaktion verwenden. Geben wir jetzt hier. Okay. Dann müssen wir eine Klebe geben. Okay, gut. Hier ist es anders. Okay, ja. Aber ist trotzdem ziemlich stark. Dann kannst du zweimal angreifen quasi. Dann muss hier eine Klebe geben. Ich glaub da hab ich noch eine Starke. Klebe hast du eine Starke, aber du wolltest selbst auf Kleben gehen. Ne, ich hab ein Speer... Naja, das war ja sehr, sehr viel stärker als alles andere, glaub ich. Für ne Weile. Da war was. Für ne Weile. Bis man dann... Bis man in den zweiten Teil... Ja, ähm... Da gibt's ne Waffe von der... von der Zöllnerin. Die ziemlich geil ist. Äh, apropos, wir müssen insgesamt 5000 Gold kriegen, weil dann... Dann gibt sie uns... einen speziellen Zauber, mit dem du deinen Gegner einmal in Gold verwandeln kannst. Nein, ich weiß nicht, ob wir da hin noch heute kommen. Erstmal müssen wir das Gefängnis geben. Ne, kommen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal... Wir machen erstmal die... Äh, Krippe hier und dann... Achso, ich... Ich geb ihr Kummer. 5 bis 14 Schaden. Ja... Keine Schmerzen auf den Peitschen hieb dadurch noch. Hat sie... Hat sie einen Kleber. Noch eine bessere Rüstung für sie irgendwie, die ich dabei habe. Haben wir eine gefängte Rüstung? Nein, hätten wir aber kriegen können, wenn wir sie jetzt besicht hätten. Ah, sie hat eine gefängte Rüstung an... Aber es gibt bestimmt noch... Äh, wir werden bestimmt noch welche kriegen. Und einen Helm für sie. Eine Lebensspende, wenn eine Trägerwitzladung hat... Nein... Nein... Stiefel des Beistands, Trost, wenn der Träger entziehe, erheilt. Ich würde sie nicht machen. Handschuhe, Geschoss, Geschoss und Geschossfangs könnte hier geben. Das sind diese nützlich. Sie sind noch lebendig. Sie sind noch lebendig. So, das ist ein Prozess. Ja, noch welche Schuhe? Ich habe nicht so viel im Inventar. Hast du was im Inventar? Was sie vielleicht sehen könnte? Äh... Ich habe Stiefel der Geschwindigkeit. Damit kann sie weiter sprinten. Dann gib mal her. Ich gucke mal kurz, was er ist. Aber er hat da glaube ich noch Schuhe. Zeit zu rüchten. Und was sie für die Kriegerin befresseln könnte. Hier ist der Inventar. Und noch irgendeinen guten Helm. Helme waren wir allgemein ein bisschen schwächer dran. Also das habe ich jetzt auf meinem... Ähm... Ja, die Kombi habe ich jetzt auf meinem... Meinen Dark Urge Karte gegeben. Also das Adamant... Ne, das Adamant Schwert habe ich ja jetzt weggenommen. Aber ich finde das... Das Adamant Langschwert macht stets kritischen Treffer. Und der Grimmschädel Helm, der bewahrt nicht vor kritischen Treffern. Das heißt, ich mache kritische Treffer, aber kriege keine kritischen Treffer. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Kombi. Das macht immer kritische Treffer. Holy shit, das ist richtig stark. Weil es gibt sehr viele Items, die kritischen Schaden verändern und verbessern. Holy shit. Wenn eine Adamantwaffe einen Gegenstand trifft, so ist der Treffer stets kritisch. Tödliche Waffe. Diese Waffe ignoriert Resistenz gegen Hiebschaden. Das ist einfach eine... Wow. Das ist einfach eine sehr geile Waffe. Das ist eine sehr geile Waffe. Spitze Stellen hätte ich noch. Soll ich Leselles spitze Stellen geben? Wenn du meinst. Haben wir ja schon irgendwo die Kakophonie bekommen? Das ist eine verdammt gute... Irgendwo... Das ist ein Stab-Kampf-Ding, der auch ziemlich geil ist. Wenn ich jetzt... Der bei mir Leselles... Äh, äh, Schattenherz... ...geführt wird. Äh, wo findet man den? Keine Ahnung. Deswegen frage ich. Ob wir den schon irgendwie im Endeffekt haben. Nö. Ich gebe die Spitzen stellen. Dann ist das... Nö. Oh Gott, der hat doch einen Stab. Und ich habe hier noch einen Stab. Oh. Warum drinnen? Besser einen Stab. Wir werden einige... Wenn man die Gefängte gerne abschlachten wollen, dann werden wir bei denen einiges an Not kriegen. Äh, wir können... Die haben auch Händler. Also wir können auch erstmal bei denen shoppen gehen. Hm, was ist... Was ist besser? Schmerzhafter Peitschen-Leak? Oder... Oder als... Nimm einfach, was du denkst. Wir spielen noch... Wir spielen noch aktuell auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Aber... Ne, spielen wir nicht. Wir spielen... Auf... Auf... Zweigleichtesten. Das haben wir geändert. Ah, was... Ah, was geändert? Weil ich wollte ja... Ich hab ja... Im letzten Stream haben wir geändert, damit ich Druide werden kann. Damit ich... Multikass Druide... Achja, stimmt. Wolltest du zum Paladin... Wir spielen auf mittelschwer. Also... Auf den leichtesten... Also auf leicht... Also nicht auf sehr leicht, sondern auf leicht spielen wir. Ah, mittelschwer ausgeglichen ist schon... Schon gut. Durchbruchender Schlag... Ein Waffenunterschlag ist schon gut. Ich glaub ich nehme das. Ein Waffenunterschlag als Fähigkeit ist gut. Das stimmt. So, ich komme mal zu dir. Karlach, ich nehme dich schon wieder mit. Oh, scheiße. Ich hab Schattenschritt. Schon. Das kommt... Das kommt eigentlich erst viel später. Lol. Ich bin richtig stark als Schattbrüdel. Vor allem, weil ich... Weil ich Karlach ein bisschen vermisse am Dark Wirtschwan. Laissez ja auch inzwischen. Im Dark Wirtschwan lebt keine Ahnung. Wenn du mit einer... Wiederbelebung wiederbeleben kannst. Und dann noch ins Team ganz normal holen. Dann hat sie halt keinen Kopf mehr für den Rest des Spiels. Ist ganz lustig. Okay, gehen wir mal weiter. Den Teil kenne ich jetzt auch überhaupt nicht, was jetzt kommt. Ich schon. Ich hab den Dark Wirtschwan gespielt. Da gibt's jetzt so ein paar... So ein paar... Das habe ich schon im ersten Durchlauf gemacht. Ähm... Mit dem ich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, zu starb geworden. Da bin ich in diesen... Ich kann mich daran erinnern. Ich bin in den Bereich gegangen. Hab diesen ersten Kampf erlebt. Bin nur als tierisch zerschmettert worden. Und bin dann... Hab dann gesagt, nö. Scheiß drauf. Ich gehe... Ich lass den Bereich hier. Ich bin nicht mehr... Ich gehe hier nicht mehr weiter. Und ich merkte es einfach zu scheiße für wahr. Du hast ja auch in dem... Wir haben, glaube ich, fast nichts gemacht, oder? Mhm. Jetzt nicht, wie es skippt. Nö, aber ich hab da... Jetzt, wo ich's in Dark Earth auch nochmal erkundet habe... Hab ich gesehen, wie viel ich verpasst habe. Auch im zweiten Akt. Also... Das holen wir ja jetzt alles auf. Bereits in Verwendung. Im zweiten Akt hab ich auch super viel verpasst. Ich hab mir im Nachhinein eine Map angeguckt. Ja, cool. Ich hab vom zweiten Akt quasi nichts gesehen. Ja, das müssen wir... Das können wir hier nochmal nachholen. Auf die Gefahr hin, das was dann ins... Warte. Oh, die Flanke hat... äh... Da ist ja etwas zu sagen. Dann rede mit dir. Was freut euch nicht, dass in eurem Gespräche... Ich erkunde weiter. Ich hab doch gesagt, es geht mit ihr ein paar spezielle Sachen. Was? In dem Gebiet von ihrem Volk gibt es spezielle Inaktionen? Ja. Möchten wir sagen. Wir haben jetzt Triso Schrift gesagt. Was meint ihr damit? Woher weiß ich, dass ihr... Dass ich eurem Volk vertrauen kann? Ich werde uns zu weibender Zeit dort hinführen. Wir müssen zusammen bleiben, wenn wir überleben wollen. Wartet hier auf mich. Ich kehre zurück, wenn ich bereit bin. Komm, gehen wir zur Krippe. So. Aha. Ich werde uns zugegeben. Wir müssen zusammen bleiben, wenn wir überleben wollen. Sehr gut. Aber versuch' mir, dass wir zurückkommen, bevor unsere Chancen verloren werden. Sonst mache ich meinen Weg dort alleine. Lied auf dann. Ah, ich hab den Weg zum Goblinlager gefunden. Ja. Aber geh nicht in Akt 2. Es gibt einen Weg, wo du den Schatten aneinander schon gehen kannst. Und den Brecher brechen kannst. Du musst das so selbst bestätigen. Also... Ich sehe schon nichts. Ich werde nicht den Müll von der Halbelfelfe beheben. Sie war die Grundsatz der Strafung. Ich war die Grundsatz der Strafung. Ich war die Grundsatz der Strafung. Das Ende davon. Ich versuch' mir, dass du dein Blick auf die Strafung auf sie schaffst. Oh, da sind die Russen. Ich hab... Ja, ich bin... Das ist im Kampf. Gut. Ich bin bei den Untoten. Ja. Ich komme dazu. Ja. Okay. Todeshirte. Schön. Die Ghouls sind relativ leicht. Konzentrier dich auf die Todeshirten. Die Ghouls... Naja. Die kriegen wir schon. Naja. Die Grün kann sich das Tarion schön. Das ist nicht das Tarion. Scheiße, er kann ja nicht beißen. Ähm. Ich kann ja nicht beißen. Weil es Untoten sind. Dann steppe ich mal direkt hinter den Typen. Oh, ich könnte mich in seinen Schatten teleportieren. Das habe ich in einem Buch gesehen. Ich weiß nicht, dass das ziemlich nützlich sein kann. Und der Tarion ist tot. Und... Noch nicht. Ja, genau das Erlebnis hatte ich auch beim ersten Mal. Dass ich da reingegangen bin und der Stahl steckt einmal zu und... Ha. Und Shit. Ja, ja. Das war aber jetzt hier tatsächlich geplant. So. Das muss ich mal eben... Ich kann mich tatsächlich in deren Schatten teleportieren. What the fuck? Dann mach das mal. Ist ja geil. Easy. Schatten. Shit. Und... Da. Ist nicht schlecht. Von hinten angreifen. Du hast doch hier lustige Dinge. Betäubender Schlag. Betäubt. Und... Mach ihn alle. Ja. Er hat vielleicht eine gute Rüstung. Er hat vielleicht eine gute Rüstung. Ein bisschen Schwachsinn. Er sieht aus, als hätte er eine gute Rüstung. Ja. Ja. Ich glaube ich. Da müsste ich mal sprinten. Du... Hat sie keine Armbrust? Oder ähnliches? Hat sie keine Armbrust? Hat sie keine Armbrust. Aber sie kämpft besser im Nahkampf. Ja trotzdem. Ja trotzdem. Ein bisschen Schaden ist besser als... Kein Schaden. Ich kämpfe mal hier gegen die Ghouls. Ah ne. Das gebe ich noch nicht jetzt aus. Blaser hat ja den Bonus, dass die Tatendranke ist. Das Kanon nochmal... Extraaktion hat. Aber nur einmal im Kampf. Ja. Asavian ist tot. Damit was zu rechnen. Du musst einen Weg nach vorne finden. Kann ich ihn erreichen? Ja, kann ich. Zack. Und wieder strecken. Ich arbeite mich hier durch die Ghouls. Oh ja, mach das. Oder auch nicht. So, Astarion. Das Astarion stirbt, das war tatsächlich ein kalkuliertes Risiko. Beziehungsweise war geplant, um sie alle hier in eine Reihe zu kriegen. Ich bin gelähmt! Das ist nicht... Das ist nicht nach Planen. Das ist überhaupt nicht nach Planen gelaufen. Holy Shit. Wir machen mich fertig. Ja. Zum Glück bin ich noch da. Ihr habt nicht mit gelähmt gerechnet. Ich wollte mich eigentlich jetzt da durchtunneln und ihnen allen... richtig ordentlich da hin. Ein waffnender Schlag ist ja blöd. Ich muss einen Schaden reinballern. Nee, das mal. Ich kann Nebelschritte einsetzen und da schon mal hinter gehen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Hallöchen. Kann ich hier... Vielleicht schon mal die hier angreifen. Ein waffnender Schlag. Nein. Das wird nichts. Let's go. Aber ich kann... Na die haben keine Waffen. Fehlschlag. Fehlschlag. Na... Ich habe eine gute Rüstung. Ich freue mich ja mal hinten auf. Hat sich ja gelohnt. Du hast alles gesehen. Wieso... Kann ich hier noch... Nein, kann ich nicht. Dann halt zu. Das war ein kürzischer Treffer. Tja... Ich bin tot. Das ist echt... Ich bin tot tot. Doppel! Ich hole dich wieder, falls ich das überlebe. Ich glaube nicht, dass du das überlebst. Glaub ich schon. Die haben einen Ghoul verloren. Was ist das denn? So... ich gebe mein Bestes. Ok, er ist tot. Ah ja, du machst dir permanent kritischen Schaden. Ich habe vergessen. Und er. Oder auch nicht. Jetzt. Ich sag doch, ich überlebe das. Ich mache mit dem Schwert richtig Schaden. Ich teile richtig aus. Ich vorlese echt mal eine ordentliche Mönchswaffe. Ich kriege das. Ok, Lesel ist dran, kann nichts machen, weil sie irgendwie gelähmt oder so ist. Durchschnaufen kann ich. Ne, Lesel tut das gar nichts. So, mach Platz. Aus dem Nebengrauen. Gespalten. Gut, ihr meint doch definitiv die Frontlinie. Da einigen wir uns mal darauf. Yep. Ich sollte mir vielleicht auch ein, zwei Level in Rogue gönnen später. Ich glaube, die Kombi könnte richtig... Okay, Lesel ist tot. Oh, holy shit, das kann richtig stark sein. Kann ich die beide vielleicht rüsten? Kann ich. Ich könnte uns drei Charaktere wiederholen. Hast du 600 Gold? Ich bezweifle es. Ich habe tausend irgendwas. Du kannst dich gerne an meinem Gold bedienen. Erstmal muss ich das überleben. Ich habe die guten Angriffe... Die guten Angriffe habe ich verbraucht. Und ich kann nicht mehr wirklich angreifen. Das ist... Ja, das ist suboptimal. Nicht genügend Ressourcen. Okay, ja. Puh, ähm. Ich muss ihn angreifen lassen. Jetzt kann ich angreifen. Das ist nur noch einer, den kriege ich hin. Sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Okay, ich kann wieder nicht angreifen. Ja. Die Ghoul mit Stinkbeuge sind so fucking stark. Ich bin am Arsch. Ja. Sag mal... Vielleicht irgendwo einen Heiltrank noch. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mal nicht mehr. Ich glaube nicht mal nicht mehr. Ich habe 15 Heiltränke. Ah. Okay. Na, aber das hält auch nicht mehr lange aus. Steht noch. Fuck. Ja, aber ich stehe auch noch. Jetzt steht er nicht mehr. Ich glaube, ich brauche aber mal eine lange Rast. Ich gehe mal ins Lager. Hol uns mal wieder. Ich hoffe, ich habe Geld. Du nutzt dir mal das. Ich habe 6... Ich habe 600 irgendwas Standort. Das reicht für alle drei. Ich muss erst mal, bevor ich hier verrecke, muss erst mal einen Keilen. Ich kann kurz was eben machen. Ich mache eigentlich eine lange. Ähm. Ja. Äh, wo ist denn der Typ? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Layout von dem Lager nicht. Und ich kann gerade nicht da hin. Ich suche ihn gerade, wenn ich ihn finde. Äh, hier. Ich brauche mal alle meine Teammitglieder wieder. Wir haben ein paar Verlust verletten. Wir haben ein paar Verlust verletten. Verletten. Du brauchst einen neuen Alli. Oder vielleicht ein Reservierungsverlust. Einer meiner Freundinnen und Freundinnen darf ihm vorerst eure Wache anvertrauen. Mori. Ähm. Wenn du aus Tarion wiederholst, bin ich fein damit, nur NPCs zu spielen. Das ist der Preis der Balance. Well, kann... Okay. Jetzt hole ich dich erstmal zurück. Und in der Nacht schaue ich dein Name aus den Archiven. Reise. Mal schauen, wie viel das reicht. Ansonsten musst du jetzt mal machen. Wenn du 600 hast, dann musst du das mal erreichen. Ich hole Lazeal wieder und du kümmerst dich um Astharion. Ist das so? Ja sofort. Oh, eine Ritterrüstung. Die ist für Lazeal gut. Oh, ich hab kein Geld mehr. Ja. Den Rest mache ich. So. Sehr gut. Du musst dich um die anderen kümmern. Plattenpanzer wäre auch für die Kriegerinnen. Kümmerst du dich mal um Lazeal und um Astharion? Ja. Ich hab scheinbar doch nicht so viel geändert mit. 46 habe ich noch. Ja, mein Gott, wie kann es sein, dass die überhaupt nichts witziges dabei haben? Gibt's. Egal, ich geh ins Lager und ich hol sie mal wieder. Moment. Du bist um zur Kasse. Ich kann gern Kasse spielen. Du nutzt sie immer. Da drüben ist er. Äh, wo? Da oben auch neben nehmen will. Andere Richtung. Oh. Da unten meinst du? Ja. Andere Richtung. Oh Gott. Ich hasse es. Folge mir. Ja bitte. Da wollte ich doch gerade hin. Hier ist er. Ja, da wollte ich doch vorhin hin. Hast du gesagt, war in Richtung. Das Einbaby haben wir verscheucht. Oh, Moment. Oh. Ähm. Alle Begleiter. Ich strecke gerade einen Busch. Ich bin übrigens beeindruckt, dass der einzige Run, in dem ich es geschafft habe, das Eulenbärbaby groß zu ziehen und bei mir zu behalten, der Duck Earth schwach ist. Das ist schon ein bisschen. Nein. Ich möchte nicht, dass es backt. Ich will erstmal, dass alle Begleiter wieder da sind. Danke. Ja, mach mal. Jetzt kannst du rasten. Auch wenn ihr wieder fit seid, ich brauche noch lange was. Ja du, mir gehts ganz gut. Wir können jetzt einfach eigentlich weiter, ne? So die Frontline-Kämpfer brauchen. Gesprächsbedarf. Irgendjemand will labern. Wer? Deine Begleitung. Jetzt nicht mehr. Hey Soldier, ich... Ich fühle mich nicht so gut. Mein Auto... Es wird schlimmer. Ja, wir müssen den Auto reparieren. Ich weiß. Wir müssen mit Daman zusammen. Wir sehen, ob er eine Art, um das Ding zu verbrechen. Wenn es sich verbrechen kann, kann es sich verbrechen. Ich glaube... Wir sollten uns darum kümmern, bevor wir... ...irgendwas in diesem Gasthaus tun. Hm. Ja, ich bin tatsächlich dafür, dass wir nicht neu laden in dem Kampf, bei dem wir die eine retten müssen. Wenn das Gasthaus überrannt wird und alle sterben, dann ist das so. Wir werden die alle retten diesmal. Wir spielen nicht da Deutsch. Was kannst du erst nach dem Kampf? Ja. Ja. Man kann sich retten. Ich hab sie ja schon gerettet. Im ersten Mal nicht. Ja, man kann sie retten, aber es wird im ausgesichtigen Schwierigkeitsgrad sehr viel schwerer. Glaub mir. Ja. Ich hab 20 Versuche oder so gebraucht. Das ist ein Bett gehen. Nein, nein, nein. Das machen wir so jetzt nicht, ne? Ja. Das war viel zu viel. Was ist denn jetzt hier? Bett gehen, ja. Dann weh mal aus. Das ist die Autofill-Sache auch immer und die weht dann irgendwann. Ich hatte schon 80. Ich will hier keine zwei langen Raste machen. Ja, das denke ich mir auch immer so. Eine Kartoffel noch, so. 42 ist okay. Nur eine Katzin noch. Ich habe das erleuchtere Seufzen gehört, das heißt es gibt keine Katzin mehr. Ja. Dann weiter gehts. Verlassen wir das Lager. Ich weiß jetzt, wie ich Multiklassen möchte. Oh, die Gohle sind wieder gestorben. Ja, die Kerl, die sterben irgendwie alle. Wie hat man da nochmal? Das finde ich das coolste. Wenn du jetzt weggehst und nochmal zurückkommst, dann fallen die nochmal um. Ja. Das ist dann lustig. Ich habe einmal eine Ritterrüstung für sie und einmal eine Ritterrüstung für dich. Beziehungsweise. Ich habe viel Geld. Ritterrüstung müsste für dich cool sein. Abnussung brauchen wir nicht. Ich bin der selbe Lagerkapazität. Ich habe beiden eine gegeben. Das ist eine 18er Rüstung, die dürfte sehr viel besser sein, oder? Kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Den kriegst du sowieso nicht. Ja, dein RK-Bonus, mit RK-Bonus bist du aber immer noch unter 18 bei deiner Rüstung, oder? Sekunde, der selbe ich dir dort mal. Der sieht da potlustig aus. Das ist scheißegal, es geht um den Schutz. Wie gesagt, wenn eure aktuelle Rüstung unter 18 ist, dann nehmt die 18er Rüstung. Kann ich den mal einfärben? Ach. Ist nicht gerade besser geworden dadurch. Das ist halt eine Ritterrüstung, ne? Das ist halt eine Ritterrüstung, ne? Okay, mir ist auch eine gute Rüstung gegeben. Ja. Okay, meine, die ich jetzt habe, die hat 17. und du lässt ein weniger hiebschaden das ist ja schlechter tatsächlich 18 ist overall besser ein weniger hiebschaden ja cool wenn du 40 schaden nimmst dann gibt es halt 39 das ist halt auf dem level nicht mehr wirklich eine heimlichkeit macht es sowieso nicht da ja heimlichkeit werde ich übernehmen du spielst nicht für die luchs schon irgendwie ich trage seit ewigkeiten eine fucking spinnenrobe ich bin überlastet weil du mir jetzt die rüstung gegeben hast dann schmeißt mir noch zeug in das inventar ein glitschiges kettenhemd hätte ich noch stufe 13 wenn der träger eine kette heilt trifft sie den rückzug an und löst keine klinger zum griff aus gleich als lager schicken ja ich kann mal gucken ob es dann wieder was werden ketten panzer stufe 17 alles denn ich jetzt habe das willen holz schildes einiges dabei definitiv blindheit jetzt kann ich wieder sachen tragen ich habe gerade die ritter rüstung ich hoffe ich finde auch eine bessere rüstung irgendwann äh ritter rüstung ist mit einer der stärksten johann ganz prinzipiell ich finde nur noch eine die besser aussieht ich muss mal die zauber hier auch wieder upgraden vampir griff ist gut kommt dass man braucht man definitiv aber zu besten kann mein mönch jetzt aktuell tun das heißt fireball natürlich größer und verkleinern brauchen auf dem spiel nicht mehr mit dem muss doch fairball können ja natürlich festhafte kraft ach phantasmal force oh gott das wurde sehr geändert alles klar ich habe beide super starken zaubereien beziehungsweise spielebilder für festhalten im moment ich kann kurz den quasi den holen ich räume hier ein bisschen auf so wir haben wieder begleitung die unsichtbar werden kann easy das ist also es wird situativ nebelschritt braucht er nicht nehmen wir tatsächlich noch ich würde sagen das wird force wir sollten uns hier mal umgucken wir sind ein paar fallen naja die habe ich schon gesehen cool ich bin fast in einen reingeladen ach hier ist der händler da sollst du mal mitkommen der gibt uns eine sehr wichtige quest und hier gibt es eine wichtige quest sprechen wir mit ihr ein freundlicher Gesicht oh du bist ein süßes süßes mein liebter du weißt du ich habe nichts aber Probleme all den Tag ich habe gekostet schraubt 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 das ist eine ziemlich präzise nachschraubt schraubt 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 Er hat doch ein paar wichtige Sachen im Inventar, ein paar tolle Sachen, die wir von ihr handeln können. Sie wollte eines ihrer Kinder kaufen, warum wollt ihr denn eines ihrer Eier und wie viel bietet ihr an? Die Society of Brilliance fragt mich, dass sie einen von ihren Eier bekommen können, damit sie ihn inkubieren können und als er die Eier hat, die Eier und die Eier holen. Bitte, enlighten mich. Was ist diese Tradition? Die Society glaubt, dass ein Githyanki, in einem wunderschönen Umgebung, seine violente Natur übernommen kann. Ich bin sicher, dass dein Freund in Ordnung sein würde. Ein Githyanki ist so sicher, seine violente Natur zu verlassen, als ein Gnome zu fliegen. Wir haben schon einen fliegenden Gnome gesehen. Ja, ja. Palladin mit Willens, Kraft und großer Mut kann jeder über sich selbst herauswachsen. Das Ei zu bekommen ist gar nicht mal so lustig. Es ist fast mein ganzes Team draufgegangen. Und wenn du einmal in der Seite, könntest du einfach ein Eier holen. Stehle noch eines dieser Eier. Ich werde deinen Kopf fliegen, wenn du es sagst. Ich spreche nicht mit dir. Aber das ist verdammt gut bewacht, dass das Ei, was wir holen müssen. Das wird lustig. Das ist ziemlich schwierig. Wenn wir bezahlt werden im Voraus, oder? Ich hoffe so. Wenn die Abenteuerkommissionen sind, bin ich immer sicherlich bereit. Schau mal. Geht's jetzt mal einkaufen. Ah, das ist die Kakophonie. Die sollten wir mitnehmen. Jetzt. Dauernd... Ich hab grad, glaub ich, das meiste Geld. Also, ich glaub, ich sollte vielleicht einkaufen. Dauerndes Niederstrecken. Hast du da mit... Hat sie mit 17 Schaden. Das ist ein... Thunderous Smite, okay. Hm. Ich weiß nicht, wer mit Stabwaffen am besten angreifen kann. Du, du hast auf Stabwaffen gelevelt. Du hast, glaub ich, Stangenwaffenmeister bei dir als Kalend mit drin. Soll ich dann die Kakophonie einfach nehmen? Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber gegen... Ich nehm erstmal das Adamant-Schwert, weil das ist mit... Das ist halt einfach... Ich würd das erstmal behalten, aber ich würd's trotzdem mitnehmen. Vielleicht... Das könntest du theoretisch doch Lesel und später Kalach geben. Guck, ich hol mir erstmal den Tränke. Ja, und ich halt dich ein bisschen scheißverkauf. Am Ende des Nebelschritts behalte ich erstmal noch. Ähm... Ah, wir können dann alles mit dem Steppen, oder? Schön. Kannst ein bisschen was verkaufen. Ein eisiger Griff kann ich verkaufen. Ähm... Naja, ich guck mal kurz, ob sie hinguckt. Mach's mal Taschendiebstahl. Verklaust dir mal die Kakophonie. Steht für der Elementarhaus. Ich könnte... Nein, mach mal die, weil ich handelte gerade mit ihr. Ich könnte das versuchen. Ja, ich mach das... Ich mach's, wenn wir durch sind. Verkauf die ganzen Bücher, die wir schon gelesen haben. Kannst du gern tun. Ich leg mich in ihr Bett. Ich tu das. Ringen der sprühenden Farben. Brauchen wir das noch irgendwo für? Nein. Ich mein, sprühende Farben können nützlich sein manchmal, aber wir haben sehr viel mehr und sehr viel nützlichere Zauber. Mach den mal. Oh leil, er trägt keine Rüstung. Stimmt. Doch, er hat doch Rüstung. Du kannst aus irgendeinem Grund dein Geld nicht mehr teilen. Also du kannst während des Handelns... Du kannst nicht mehr... Du kannst nicht mehr irgendwie... Geld... Zwei Münzen dazugeben oder so. Aus irgendeinem Grund haben die das... Ich versteh's auch nicht, aber... Du kannst es gleich mal versuchen. Du kannst da... Du kannst nicht mit Geld bezahlen. Du gehst in den Handeln-Modus. Also du kannst Geld nicht tauschen. Jetzt... Du wirst dein gesamtes Geld tauschen. So, dann handel du mal. Komm, pack mal hier's noch mit ein. Ja, easy, ich geh gleich. Um mir die Kalkophonie. Pack mal. Wenn du Geld hast. Ich hab nur 200... Warum hab ich 207 Gold? Und hast du mir Geld gekauft? Nö. Du hast Geld bezahlt für der Seele und... Du hast eine Menge was ausgegeben. Oh, du kannst mir auch zuhören. Ich hab spezielle Dinge, weil ich bin da nicht. Aha. Ich sollte hier grad mein Inventar neu. aber mit des nebelschritts sollte ich das ich höre dazu das hatten wir schon das ist unabhängig davon machen ob wir uns mit den antworten oder nicht ich brauche den anmutigen stoff let's go wie viel willst du dafür 2080 und erst mal die kakophonie wenn du hast 806 könntest speichern ich kann versuchen sie zu klauen weißt du kannst dich noch daran erinnern was letztes jahr passiert ist als wir neu geladen haben im multiplayer ja die ganzen bücher und den ganzen scheiß raus müssen wir früher oder später aber ich müsste vorher brauchen wir noch nicht nein ich werde nicht ich nicht den spectator geben eiskristall haben wir nicht zusammengebaut gekriegt das heißt jetzt loschen hau weg ich kann ich krieg kein black screen die ganze zeit stimmt ja ich habe ja mein ding ins meinen pc wieder und was wir machen passt was wir machen können was ich mir im dank wird schon natürlich nur tötig gemacht habe wir können ihr das können ihr das einbringen das einfach sie besorgen ihr übergeben das geld dafür einstecken und dann können wir sie töten das ei wieder aus ihrem elementar rausnehmen dann können wir das ei dann ausbrüten oder ich weiß noch nicht ich führe es mit mir rum ich brüte es aus alles dann ich habe es bei mir im dank rutsch war noch mit mir rum ich steppe es mit mir um wir haben noch mit rielerz ich glaube wir vergessen das ich habe einfach vergessen nochmal neues erz in die schmiede zu packen nein wir konnten das nur einmal machen wir konnten nur einmal aber noch erz und es gab nur zwei erz ich glaube wir haben vergessen das erz reinzupacken nee du brauchst nur ein erz erz pro schmiede vorgang das weiß ich noch und wir konnten nur ein schmiede machen ich glaube wir haben einfach vergessen weil wir dumm sind wir haben es ausprobiert es ging nur einmal ich habe es bei mir auch noch mal ausprobiert es ging es geht wirklich nur einmal jetzt haben sie gepatcht hast du hast du nicht zwei items ich habe nur das schwert ok also ich weiß es ging den grimm schädel helmen und so gelootet das ging gab es bei dingen also ich weiß es geht zweimal aber es ist vom timing her bild ich weiß dass es nicht geht ich weiß dass ich das in meinem ersten mal gemacht habe jetzt werden sie wahrscheinlich nicht gepatcht haben das ist die noch zeichnung zeigen die patschen aktuell dass ich selbst noch dass sie selbst noch drüber gefunden gewundert das war deine worte scheiße das haben wir jetzt gepatcht wir können es nicht ein zweites mal machen er kann auch sein ist halt ein paar wochen her ja gut ich habe jetzt ziemlich alles drin ich kann mir nichts leisten ich hätte noch 133 im inventar und der sehr hat nix gut ich hau erstmal das hier raus dann gehe ich zwar starion verkauf seinen ganzen scheiß genießt man es nur einiges das doch verkaufen dann kriegst du doch mehr geld nicht mehr aus ich habe ich habe ja gerade gesagt ich schmeiß mal das zeug weg über der präzision das verwenden wir nie der kreis muss wie falls immer davon mit mir ein auf überholung ich kann behalten schlagen dräulee in der wüstung ich gehe gerade mit mir selbst ich bin seit dem wüstungslicht wieder so waffe weg das weg in der absoluten braucht man nicht mehr das war ein bisschen ruhiger ein kaufen so entschuldigung das ist das netz das sie mir gesagt hat ja bei nice mehr als hier imien truthful dann consider me positively pleasant na to the point the crash is not far from where you met boss we must go there immediately unless of course you'd rather sprout waxy tendrils where there were no tendrils before Naja, sie glaubt noch daran, dass die Krippe uns helfen kann. Das war da. Ich hab jetzt mal ein paar Videos von denen wir unter anderem hier die Synchronsprecher spielen D&D und so und dann ein paar... Hast du das ganze Ding angeguckt? Das ganze nicht, aber Clips daraus hab ich geguckt. Ich find's aber interessant, wie sehr die Sprecherin von LeZell einfach LeZell ist. Sie fühlt die Rolle zu sehr. Das ist einfach... Sie ist einfach LeZell. Das ist einfach... Ich bin LeZell in Menschen gestellt. Das einzige, was ich gar nicht... Also die einzige Person, die irgendwie gar nicht zu ihrer Rolle passt, ist irgendwie Karlach, die Karlach-Sprecherin. Da war ich ein bisschen überrascht, dass das irgendwie so ein bisschen... Vom Auftreten her, vom... Aber auch vom... Ist irgendwie... Ja... Ist einfach gut gespielt. Ja... So, Amulett der Wundheilung, das braucht er definitiv. Ah, vorbei... Magic Missile, das ist auch ein Bonus-Ding. Äh... Fuck. Ach ja, ich hab übrigens Kackophonie. Dann geht's mal her. Äh... Sicher, du wolltest Schlangenwaffen. Soll ich das wirklich gegen... Soll ich das wirklich die... Das Adamant-Schwert dagegen tauschen? Ich hab noch ein Amulett für dich, dann bleibst du stehen. Egal, was passiert mit dem Ding. Soll ich wirklich die Kackophonie gegen das Adamant-Schwert tauschen? Immer kritische Treffer. Wenn du... Wenn du's nicht willst, ähm... Ich bin auch professionell damit. Ich kann's auch gern nehmen. Na, ich würd's der Säge geben oder Karlach? Äh... Kackophonie ist ein Stab und ich hab halt... einen Mönch mit Kampfstab, der damit wirklich ordentlich Schaden machen kann. Im Zweifel. Ich überlege, ob ich die Kackophonie gebe und das Adamant-Schwert an... an der Säge geben. Die kann mit Schwert umgehen. Ja. Ich sag jetzt... Fuck, ich versuch jetzt ihr was zu klauen. So. Du besterend bist, stabilisierst du dich... Nein, klau sie noch nicht. Mach sie noch nicht zum Feind. Mach sie, wenn wir zurückkommen. Und ihr... Nee, ich brauch das Ding. Wir werden sie eh umbringen, wenn wir... Wir werden sie umbringen, wenn wir wieder zurückkommen. Einfach um das I-Mats zu nehmen. Oder wir lassen sie am Nebel, keine Ahnung. Ich fand ja nicht dunkel, Herr Karsten. Nein, Nebelwolke. Wundheilung. Du sterbend bist, stabilisierst du dich zum Zugbeginn. Automatisch kraftvolle Heilung. Maximiert die Anzahl wiederhergestellte Trefferpunkte. Aha. Da müsste ich aber das... Sprenganhänger... Ja gut, das ist wert. Unterwäsche. Das ist... Ja... Das ist... Also, allein vom Schaden her... Das macht mehr... Das macht zwar nicht immer einen kritischen Schaden, die Kapofonie, aber das macht... also doch noch das niederstecken kann ich schon deswegen brauche ich das nicht deswegen ja ja ich habe nichts für mich nutzt los den bonusdienst bringt also bereite ich das schwert aber der sehr hat ja schatten hat ja hat ja stabwaffen gerade geläffelt also würde ich ihr das mal vielleicht geben du meinst ich bin jetzt aber mal ein paar items an sie ich habe nämlich noch schriftrollen ich krieg die kakophonie und nein dadurch hat sie in nähe das entwaffender schlag ist eigentlich auch schon sehr gut aber nach egal mit waffen der schlag kann sehr stark sind was soll es achten haben donnerndes niederstrecken hat bei 8 bis 28 schaden das ist ja ich habe jetzt einfach alle fucking tränke raus genutzen bist du den dass du bist du den kummer den kummer kleber haben als mönch ne ne ich habe gerade ein rapier der gar nicht so scheiße ist von daher ist das schmerz auf der peitsche gibt noch dazu oder du kannst ja du kannst spitze stellen kriegen dann hast du dadurch die in den offenen stark und eine blitzladung zum blitzladung waffe elektrifiziert und wenn der träger und schaden was für eine art von waffe ist es vielseitig steht da ist ein ist ein dreizack nein ich mein krieg sperr dreizack sperr gibt es mir mein inventar in zweifel verkaufe ich sind dreizack nicht verkaufen also wenn dann bleiben was dann wie gesagt ich brauchst ich meinte ich meinte den rapier das schreck der schrei was ich gerade habe ich habe keinen wie du verkaufst den ich bin nicht damit zurück kann ich hatten ich bin gerade am handeln aber verbraucht den bloß nicht durch plus eins kann ich raushauen nee keine sorge drüben flegel wasser rückzug brauche ich nicht ein mönch amulett des nebelschritts kannst du das so ungefähr brauchen keine ahnung brauchen wir die wiederbelebung schrift rollen noch ja brauchen wir das war ein joke alles gut sind aber erstaunlich viel wert eisen brauchen wir noch ja die sind super viel wert weil sie sind super selten na heilung brauche ich nicht passive ich glaube es 1.200 würde ich kommen sehen wir wieviel füte für die kleidung 2000 oh dieses werkzeug ja cool verkaufen wir mal 17 stück ja brauchen wir das idol von sylvanus noch das bringt macht irgendwie ein bonus naja das ist für natur und so weiter profession sie allerdings du willst du ide werden also jetzt mal erst mal eigentlich ist es eigentlich noch wenn ich es nicht du wirst noch ein paar minuten behalten alles klar so ich müsste beutel euch mal rein wir wir machen sowieso nie alchemie von daher sollten wir mal machen jetzt immer so zeichen keine mann ein bisschen immer zu diesem system gibt ich auch nicht sollte man mal versuchen es gibt natürlich und für jetzt soll ich schon mal weiter gehen ja ich versuche noch irgendwie aus finden was genau jetzt wie ob ich noch irgendwie auf die 2048 gold komme ich kann ich kann die spinnseiten rüstung verkaufen die ich habe giftbisch erhoben das ist ein bisschen was wert die hexen tränke behalte ich mal das schlicht die gift braucht man nicht mehr gibt resistenz sowieso gefühlt alles fauliger fisch hier jetzt runter nach 2 man sieht es halt auch es wird dunkel hier wenn man hier lang geht hier steht elmünster der ist immer auf dem weg der ist papa steht hier unten fernmittelgrün schwarz sommergrün brauche ich nicht mehr willst du rosa und blattgrün als deine farben haben dann haue ich das weg komme ich vielleicht sogar noch drauf um 5 gold holy water brauche ich noch ich hätte auch noch ein bisschen ich hätte 159 grad im momentan wie viel brauche ich will das selber machen wie viel brauchst du machen wie viel brauchst du noch nichts mehr ich hab's uh anmutiger stoff let's go was kann das ja das gibt mir doppelte bewegungsreichweite und ich krieg glaube ich noch einen Decksbonus ja sprungweite wird erhöht ich bekomme einen bonus auf Decksrettungsmuffer und so weiter das ist als mönch lächerlich schlag und holy shit das sieht echt gut aus aber lausch mal den Soundtrack hier der ist ja gerade mal der Werkpass Soundtrack ist einfach genial ich glaub wir sollten jetzt dort unten weiter ja ich hab übrigens jetzt ne geschicklichkeit von 18 ich bin glaub ich in der vornherein gerannt ich bin glaub ich in der vornherein gerannt oder du nein ich nicht guck dir das mal an ich hab ein echt schickes Outfit an jetzt ah das kenn ich das hat mein Mönch auch an super stark ja das ist als Mönch auch super stark weil es dir quasi die Rassenfähigkeit von dem Tabaxi gibt auch wenn es hier anders ist und hier gibt's hier gibt's jetzt nen Aufzug also ne Seilbahn da sollten wir mal hin folgen ja ich guck mal was wir noch nicht alles erkundet haben da haben wir glaube ich eigentlich alles weg nein haben wir nicht da unten fehlt noch ein Rest und wo fehlt noch ein Rest ähm wir sind ja glaube ich nicht über diese kleine Holzbrücke gekommen das heißt da müssen wir noch lang also wenn du mal auf die Karte guckst wir sind ja glaube ich von oben gekommen ich geh mal ich geh einfach mal kurz erkunden vielleicht ist da noch was da drüben geht's in 2.8.2 da soll's nicht lang gehen also hier würd's jetzt weiter gehen Richtung ja das ist schön nur weil's da zu 2.8.2 geht heißt das nicht dass du dich so weit wie möglich davon fernhalten musst da gibt's noch mit Aliments da kannst du dann noch reden müssen wir sowieso da geht's zurück zum da wo du grad langläufst geht's zurück zum ich weiß dass es da zurück geht ich hab auch ne Karte danke ich muss mich orientieren da oben lang das meinte ich bei den Leichen ja aber über die Brücke kommt man nicht drüber die ist die ist durch geflecht versperrt das ist das ist schön wir können aber erstens hier weiter runter und da dann nochmal einen Weg lang gehen und dann guck mal ob das hier versperrt ist weil hier ist ne Brücke und ich sehe die Brücke ich geh dann guck mal ob man durch das Gifflicht irgendwie durchkommt bzw. hier ist auch noch Achso ne da 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 das da 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 das da 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 das da 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 wo du grad lang bist Jetzt lass mal mit ihm reden. Du sprichst mit Ammonster. Ah, nein, mit anderen Namen, mit anderen. Ist kein Ammonster, oder? Sieht nur so aus. Doch, ist er. Doch, ist er. Ja, Gael, aber auch nicht mit. Ich hab nie von ihm gehört. Nein, wer ist das? Das ist los. Es soll die Natur unserer Freundin interessieren Sie, Sie können sicherlich unterzeichnen Gael und ich als Freunde. Es soll es die Natur von Ihrem presentiven Interlocutor, die Sie wollen aus der Duske und Unkundung? Ich würde es so glücklich sein, um ihr quest für Illumination. Ganz wie geht. Elminster. Er ist ein Freund von, beziehungsweise, irgendwie der Ziehvater von Gale. Ja, ja. Wundert's nicht, dass er so viel spricht. Er ist das große Vorbild von Gale. Hey, einer von beiden kann am Ende ein Gott werden, und der andere nicht. Wer ist hier das Vorbild? Also bei mir ist Gale am Ende soffen. Er ist einfach... Er hat gesagt, er will die Krone umwinkt haben, von dem... Da hab ich dem gesagt, dann... Dann mach's doch. Ähm... Aber ohne mich. Hau bloß ab. Ich will damit nichts zu tun haben. Dann hab ich am Ende die Nacht bekommen, der ist einfach ersoffen. Als er versucht hat, die im See zu tauchen. Und sie zu behergen. Gut. Wird ein Problem für die Stadt. Du solltest dann innerhalb von drei Tagen möglichst weit weg davon sein. Nö. Nö. Ist nichts passiert. Das tut er ja trotzdem. Nö, ist nichts passiert. Es gibt ja den Epilog, der irgendwie fünf Monate später irgendwie spielt. Und da wurde dann nur erzählt, dass der ersoffen ist. Er wurde von der Stimmung abgetrieben ist. Er hat den ersten Tsunami dieses Kontinents ausgelöscht. Ja. Irgendwas wird passiert sein. Gut, jetzt können wir. Jetzt haben wir ihn auch mit dem Lager. Ich hol mal die Selbern hoch. Ich guck, was da unten ist. Da geht's runter. So, das ist der Berg, den du ohne Selbern nimmst. Das ist ein kurzer Weg, den du... Hier ist erstmal noch eine edele Truhe, die du nicht gelootet hast. Aber wir können auch wieder hochgehen. Also das ist da... Das ist der Weg, wenn du ohne Selbern läufst. Ja, ich gehe ohne Selbern. Ich fahre dann mal mit der Selbern. Das ist relativ unspannend unten. Das ist relativ unspannend. Der Weg dort. Sagst du, du hast doch nie irgendwas erkundet. Doch, ich bin dort lang gegangen. Ja. Ich hab das doch im Dug schon gespielt. Ich brauch nämlich meine Keypunkte wieder. Danke. Oh, oh. Ähm, Lesel ist tot. Die ist nicht mitgefahren. Die ist ausgestiegen. Lesel ist ausgestiegen. Ich glaub, wir brauchen mal den Agrarast. Lesel wollte auch zu Fuß gehen. Ja, das kann man stirbt auch gleich, glaub ich. Oh Gott. Lesel hat sich... Lesel hat sich mitten in der Fahrt entschieden, dass er doch den Berg runterlaufen will. Das ist ein Vogel. Die hat... Die dachte, die möchte doch... Da muss ich mich doch zu Fuß laufen. Haben wir Speak with Animals irgendwo hier als Schriftreiter? Ja, ich hab alles verkauft. Stimmt. Ähm, wir müssen mal... Hast du noch Geld da? Ist noch Geld da, um der Sel wieder zu holen? Nein, ich habe sämtliches Geld ausgegeben. Dann müssen wir noch mal irgendwo... Also ich hab 159, wenn du noch ein paar... ein bisschen was hast, dann... Nein, ich habe null. Wir müssen noch mal zur Händlerin dann. Wir müssen was ausgeben. Ich hab auch nichts mehr zu verkaufen. Aber ich hab noch ein, zwei Sachen. Vielleicht krieg ich da noch ein paar... Münzen zusammen. Ich komm dir grad mal entgegen. Ja. Äh, wenn du Druide bist, dann müssen wir... mit dem... äh, Vogelchen noch mal reden. Bin ich noch nicht. Ich hab erst einmal... Druide gelivellt. Ich glaub, ich nehm die hier. Oh nein, da will ich noch nicht... Dann geht's weiter. Dann hast du schon mal... Du, Druide gelivellt. Wo geht's denn jetzt hier? Wir müssen noch mal hoch zum... zur Händlerin. Ach, du bist schon fast da. Ja, ich bin schon fast da. Ich geh mal... Bleib mal dort stehen. Und geh nicht zum Kloster. Oder sonst kriegst du schon... das weitergeht. Geh nochmal hoch. Ich hol noch ein bisschen Geld. Ich hol mir sehr wieder. Die wollte zu Fuß laufen. Offensichtlich. Wo ist denn die Händlerin? Die war hier irgendwo hinten. Ich bin eh ungeübt. Ich hab glaub ich noch Astorians Kleidung im Moment. Vielleicht kann ich die noch verkaufen. Kannst du gerne versuchen, was trecken er gerade. Ach ja, er hat einen Interest da, glaube ich. Ups. Ja. So, dann... Bringt immerhin 6 Gold. Astor Moots gewandt. Brauchst du noch mehr? Und warte kurz. Ja, ich brauche noch mehr, aber... Abgerissene Wagemundenkennung hab ich ihn noch. Das Zwergenmädchen brauchen wir das noch. Ich hab dir einen Dolch gegeben. Du hast mir einen durchgegeben? Ja, den wollte ich eigentlich nicht verkaufen, weil der mit Stille tatsächlich nützlich ist, aber... Ey. Der ist was wert. Oh, und Hirsch. Na, da haben wir die 200 zusammen. Sehr schön. Wir müssen immer noch ein bisschen Geld aufheben, weil es passiert relativ oft. Und dass da... Dass jemand stirbt. Gerade in der 82 habe ich relativ oft... Bugs gehabt, durch die... Durch die Charaktere gestorben sind. Oh, Elminster ist im Lager. Wenn du mit ihm sprechen willst. Oder soll ich das tun? Ne. 18 Sterben, 18 Geschick ist halt schon süß stark. Bis da nur auf Rogue-G mit Finesse-Waffen wird das super mächtig. Als Nacken-Waffen. Ich glaube, wir werden auch eh keine andere Kleidung mehr tragen. So, der selte ist wieder da. Und ich rede mal mit dem alten Wanderer. Mit Geil. Familie in Zusammenarbeit. Kannst du nicht zuhören. Ich hoffe, dass du nicht mindest, dass ich mich in die meisten... ...pallentativen Gräser von deinen Provisionen findest du mich ziemlich sattet. Ich hoffe, er hat nicht den Zwerg gegessen. Welchen Zwerg? Wir haben noch das Zwergenfleisch. Malen, wenn du dich essen kannst, wenn du so sagst. Wenn du es machst, dann ? Worte laufen können mit dem Import machen, sollen sich gesperrt werden. So, als Sie besser entspannen wollen. Nie wirst du schuss? Elminster? Ja. Also... Du ves? Ich... Das heißt... Das heißt... Gayle, mein Junge. Ich komme, um eine sehr beeindruckende Sache zu beantworten. Ich spreche so einfach wie ich kann, durch die gewählten Frills, die meine Sprache decken. Ich bin hier auf der Hand von Mystra. Die Message und die Aufgabe, die ich dir bringe, sind sie. Oh, Mystra's delikten Fuß sind für die Schwierigkeiten der Straße. Du weißt, wo du falsch gehst, Gale. Wir müssen nicht daran arbeiten, und jetzt. Aber auch so, du bist eine Chance für Redemption. Mystra would consider... ...forgiveness? Sie würde consider... ...was sie considers zu be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. Sie knows of your strife, ...with the absolute... ...that most insidious of Evils. ...in einem Heilmittel, einem allmächtigen Parasiten... ...schrumpfenden Zauber vielleicht. Wir haben auch Hoffnung, dass das... ...mehr ist. ...in einem Rundablauf-System. Du musst wissen, dass die Absolut mehr gefährlich ist, als du es möglicherweise begleiten kannst. Es beschädigt alle, die leben. Selbst die, die nicht sterben. Es beschädigt... ...the gods... ...the weave... ...the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gail, ...with its destruction. It is Mystra's belief, ...that only you can. Now Gail, wie das, ...was daran erinnert sich, ...were die absolute vernichten, ...gewäschsmüßige Überzeugungen und falsche Hoffnung. I doubt not your conviction, ...but Gail has an unnatural advantage. The Orb. Precisely. Das war der kürzeste Dialog, ...degen Gail und Elminster ...jemand geführt haben. Ja, der Orb. Precisely. Das war die Aussage, ...aber nicht kurz für die beiden. Ach, die mischt sich ein. Also der. We shall have to see. You must find... ...the heart of the absolute. Whatever that may be. And use yourself as the catalyst, ...that will burn it from this world. Ja, das Hunde ist das Herz. Sagt, was ihr wollt, ...doch ihr könnt gehen nicht zwingen, ...das durchzuziehen. Es ist monströs, ihr Flanken von sich selbst zu töten. Wir werden die absolut und gehen mit einem Streichlos doppelt schön. Ja, ich meine... Wir hafen ihn nicht so sehr. Ja. Wir hafen ihn nicht so sehr. Ja. Nein. Wahrscheinlich. Und ich glaube, sie vertraut mich auch. Es bringt mir keinen Freude zu sagen, mein Freund. Aber so ist die Frau's Wille. Deine muss sein, das der Sacrifice, ...die die Affiliate verletzt werden. Und für deine Sacrifice, ...die du... ...wollt. Wir könnten die jetzt jederzeit hochjagen. Ja. Aber damit töten wir uns doch selbst. Und alles andere. Ich habe diese Funktion noch nie benutzt. Ich habe sie benutzt. Ich glaube, man kann es einsetzen, aber man muss da weit weg sein. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu schaffen. Das ist ein guter Wort. Und du wirst, glaube ich, im Endkampf und absolut im letzten Endkampf, ...wirst du danach gefragt, ob du das einsetzen willst. Nein. 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 Das passiert vorher. Das passiert vorher. Das passiert bei dem Kampf gegen Affiliate Form. Und die Sequenz wollen wir uns definitiv geben, weil die ist super. Ja. Es gibt doch beim Nether Brain gibt es auch eine Möglichkeit, dass du da... ...was da auch noch gefragt hast jetzt. Du hast mir erst auskriegt. Ach so. Ja, gut. Nein, ganz am Ende. Dann gucken wir uns beide an. Dann gucken wir uns beide an. Es ist aber eine Möglichkeit, das abzukürzen und zu sagen, ...nö, wir kämpfen jetzt nicht gegen das Nestlewein, wenn wir sagen, ...Gay hat dich hoch. Es liegt nur an einem ganz langen... ...keine Versprechen mehr. ...und die Gefahr unserer Dominion. Sei unsere Moon an dir selbst. Auch die Wälder der Glückwunsch können auf den Wäldern der Wille brechen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen, Elminster. Ich bin glücklich, dass sie gewählt hat. Und zwar so schnell wie möglich, so weit wie wirklich von hier weg. Eine Zuschauer mit Elminster ist nie mehr als memorabel. Ich hätte ihn eigentlich auch umtötet und looten können. Keine Ahnung. Das hätten wir mal probieren sollen. So, weiter geht's. Ich komme aus dem Lager zurück und dann... Ich glaube, ich bin jetzt oben. Ich werde jetzt den Weg nochmal runterlatschen. Ich will das ja jetzt nicht nochmal umbringen. Okay, dann mach du das. Ich gehe mal in der Zeit kurz in die Küche. Der Weg ist nicht weit. Ich muss mal schnappen, wo die hier noch was übersehen hat. Ich gehe jetzt an die Flasche. Ich gehe jetzt an die Flasche. Fantastisch. Ich gehe mit 28 Stunde, ich gehe mit dem Flasche. Du hast die ganzen Bomben hier entschärft. Die Gäupte. Einen großen Apfel. Warte, ich kann mit den Tieren sprechen. Du hast ja schon einen der den Bruder. Aber danke, dass du dir den Weg vermied gelassen hast. Du musst dich gerade erst mal aufholen. Ja, ich habe keinen Fallen entfernt. Hm, jemand hat ihn beklaut. Den Vogel. Moment. Hat dich jemand beklaut? Ganz schön großspurig für so einen kleinen Vogel. Ich bin nicht hier um zu klauen. Ich suche nach einer Gefängengekrippe. Hast du sie gesehen? Ich kenne mich wie ein verdammter Geist. Alles, was ich weiß, ist, dass der Ruf der beste Nestsplatz auf der Hau, die sie weit entfernt sind. Ich habe da auch erst zwei. Bevor die Tieren kamen. Ich kann mich nicht um ihn feststellen, dass du dein Nest hast. Okay. Wahrnehmung 100%. Diebe, was haben sie denn geklaut? Stuhl. Egel sind größer. Sie nehmen einfach nur... ...Nest...Pre... ... alles. Das ist, wie es hier funktioniert. Oh, sicher, ein Nest. Aber es ist nicht mein Nest. Das ist auf dem Ruf. Mit den Egel. Egel sind Brücken. Ich kann die Alder ledigen und dein Nest zurückholen, wie sie auf dem Dach moment. Wenn es nicht dein Nest ist, deswegen hörst du dann... Ach, ein bisschen panisch Feu, der nicht auf der Zeit hatte... Ich will dazu ledigen. Ich habe es nicht mehr auf die Preuern. Na, das ist's. Du bist ein Doide. Ja, das sind so Ärsche, weil sie ein Nest klauen, aber du nicht. Exaktlich richtig. Nicht alle Menschen können Gras-Bird-Ephik, du sollst dich stolz sein. Ich bin ein Paladin-Gonstruiner. Ich bin nicht wie die Egel, die mein Nest brauchen. Die drüben Lizer-Dai sind nicht schwer zu fangen. Na, passt schon. Kobolde. Yes. Mhm. Ich habe keine Zeit für Erwin, wenn das Ruge geblinkt wird, soll ich die Adler für dich fertig machen? Du? Killing Egel? Aber, wenn du denkst, du kannst, dann bitte, 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 bitte. Sie haben die Egel. Sie sind das Schlimmste. Danke. Ich werde ein Augenblick auf dem Ruf halten. Die Ruf, die die Adler sind gar nicht so schlecht, deserve ein kleines Kumpel. Sie sind übrigens nett und der Typ ist ein absolutes Arschloch. Das hat uns mit ihnen vielleicht. Ja, aber wir können doch erst mal. Wir gehen erst zu den Adlern, dann kommen wir zurück und dann können auch mit den Adlern erst mal reden. Wir können ja vermitteln. Nein, können wir nicht. Der ist ein massives Arschloch. Ich glaube, das kriegen wir auch hin, den noch 2D Ding. Diesen unglaublich mächtigen, winzig kleinen Fruchtel, glaube ich nicht. Ja, willst du durch den Zeiteneingang reingehen, oder? Natürlich. Erst mal hier Seilwandrolle. Hallo? Das ist die Seilwand, da kannst du wieder hochgehen. Ja, aber dazu müssen wir sie erst mal hochholen. Beziehungsweise herholen. Mächtiges Elixier der Orkanen-Kultivierung. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das ist nützlich, das kannst du erst teilweise ins Inventar schieben, dann kriegst du einen Zauberplatz zurück. Intensiv am Mulder. Apropos, ich kann ja mal kurz die Perlenregulation benutzen bei ihm. Wo habe ich das? Ich sehe das Kolossus, Exige, Rindenhaut. Apropos, Kultivierung. Was da drin hat er? Sehr schön. Wollen wir dann weiter? Da unten gehts noch weiter, oder? Da unten gehts weiter zum Kloster. Ich guck nur, ob man hier irgendwie durchkreise auf der Map so aus. Hier können wir noch ein bisschen den Ausblick genießen. Da war ich die ganze Zeit gestampft. Die Aussicht ist von hier unten auch nicht ganz so gut. Hier müsste gleich ein Cutscene kommen. Und hier haben wir einen Wegpunkt. Wir könnten jetzt hier hoch hüpfen und dann durch das Fenster rein, oder? Oder wir gehen erstmal nach vorne und... Ich geh hoch. Ich rede mal mit denen hier. Ich mach mal die Sequenz ganz gerne zuhören. Also reden geht jetzt nicht, aber man kann beobachten. Hier passiert jetzt was Wichtiges. Das ist genug. Auf deinen Fuß. Soll ich da gleich mal eingreifen, oder? Woher hast du uns genommen? Wenn das über die Wehren, die dein Freund darüber gesprochen hat, dann haben wir es nicht und wir wissen keine Scheiße darüber. Ich bin hier gerade bei der Flanke hier. Nein! Nein! Nein, 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 ich komme nicht in da. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. want to join her as i thought through the doors now the captain is expecting you forward carefully these cultists have the crash on high alert okay gut ich mach dann mal in derzeit die barriere hier oben fertig nicht durch das knacken möglich geht es ähnlich weiter alles gut ich habe hier ein vieh das glaubt unsichtbar zu sein ich will erst mal eben kurz jetzt noch heute gibt es einen kleinen weg unten da gibt es doch noch keine truhe und so ein bisschen gut gibt es hier ich hole es mal gerade bevor wir weiter gehen ist bloß da rein alles gleich guckt ich guck dir mal eben zu ja ich habe hier schon dass ein die barriere geöffnet und das habe ich gleich kommt nicht mehr sehen müssen wir müssen durch das fenster durch ich sehe der wachsamkeit ist ein pfeil des eises und einen pfeil der dunkelheit die teile kannst du mir packen die schmeiße ich dann auf gegner verortet das stinkt werden kostet blau lecker warte geht noch nicht zu sehr tief rein ich bewege mich nicht ich starke gerade einem hund oder panther oder ähnlichen ins gesicht vielleicht hat den sprung weg blockieren für das wie ich glaube ich bin richtig wäre schön wenn man bevor du erkundet noch mal kurz zu mir übergehen würdest für mich dann kommt gehen ich habe glaube ich gerade einen anderen weg rein gefunden der läuft hier das ist schön ich können wir ja dann nehmen ich bin hier trotzdem gerade ich weiß jetzt einfach ich komme ich gehe jetzt in den combat ich komme ich bin jetzt hier eingehalten ist eine sprechende wüste ich habe dann glaube ich ein zwei kobolde warte ich komme dauert ein bisschen versuche nicht zu ich kann dich nicht wiederholen wenn du tot bist ich kann dich nicht wiederholen wenn du tot bist rüber kommen können ich habe keine bochen gehabt so so ich komme mal zu dir rüber ich hätte auch eine schnellreise machen können egal das ist die reine stein jetzt hast du gerade meine aktion unterbrochen mit deinem zeug kannst du dir ein paar pfeile werfen ah ich bin im kampf aus so einem grund das ist ein bisschen scheiße weil ich hier noch unten bin das muss erst mal als zug rein rein kommen ja auch zu mir rüber kommen die können tatsächlich laufen ich soll jetzt besser rein gehen nein 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 das ist sogar ideal denn ich habe hier flächen zauber erst mal ich habe noch mal meine mönch der wird eine population haben zweitens ich kann beißen let's go dann grenzen zu mir runter kicken das war gegen herunter werfen dann könnte ich gegen die kämpfen nene aber mein mönch hat jetzt glaube ich drei aktionen oder so hier steht das ist das ein grafik pack oder stehe ich unter strom du stehst unter strom weil du die rüstung für die splits laufen hast du bist aber resistent beziehungsweise im wund dagegen ich habe keine rüstung bis bis lauf und die ritter rüstung dann halt die handschuhe oder ähnliche das war nicht schlecht wer spricht denn da das war der mönch im amulett ich habe gerade so ein zeug benutzt das heißt da hat mich jetzt gar nicht selbst dran ich würde mal sprinten hoch zu kommen vielleicht kann ich von hier aus schon ne kann ich nicht bin ich noch außer reichweite ich muss erst mal die züge nutzen um weg zu kommen ich versuche es noch mal nö ich kann von hier unten nichts tun na dann ihr seid wieder dran es funkelt hier unten ein bisschen was nicht gut für der selbst ist ich habe ihr mal den gegner runter geschoben 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 nach der drüben ich habe sehr viele andere zwei hier wir haben halt ich denke der ob wir habe Da können wir das direkt machen. Tu dein Ding. Es ist halt ein bisschen sad, dass ich nur 10.000 Chance hab, weil die Verteidigungszeug haben. Reicht. Oha. Sie hat den Effekt. Das ist eine ganze Reihe hier. Kampfkunst, waffenloser Schlag. Temporige Treffpunkte. Sichtbares Seen. Blitzladung. Beschleunigt. Bedroht. Allexieren des Blutgerusts. Anmut der Kerze. Das war doch so. Ja. Und der selbe ist schockiert. Ich bin doch schockiert. Du bist noch dran, glaube ich. Mhm. Ich überlege gerade, was ich noch tun kann. Du kannst die Gegner vor dir anledigen. Ich energietunnel mich doch hier rüber. Oder? Ja, das kann ich nicht. Das muss eine gerade Fläche sein. Ah. Man. Vielleicht schubst du noch jemanden runter zu mir. Oder ich töte einfach. Was mit nach einer Aktion bringt. Mehr ohne Idee. Das heißt, wenn du fängst, ich muss jetzt hier oben. Teil der Dunkelheit. Ich habe hier noch was cooles zu werfen. Das sind nur noch drei Gegner. Vielleicht schaffst du die. Zwei, die bei dir oben sind. Wenn wir nicht machen, gib weiter. Das ist besser. Ich müsste ein Stückchen nicht bewegen, tatsächlich. Ich kriegst du schon viel geschlagen. Was wirst du da? Eine Melone, oder? Nee, das ist nur eine giftige Schleimbombe. Und da hast du gar nichts gemacht dazu. Da hast du mal Schaden gemacht. Äh doch, das hat oben einen getötet. Ich hab noch eine Aktion. Nee, ich bin dran. Ja nee, ich muss jetzt aber meinen Zug beenden, weil ich... Oder kann ich denn da... Moment. Ich muss kriegen Bewegungswarte. Jetzt bin ich fertig. Es waren wie viele Angriffe jetzt liegen? Ja. Kann schon mal hilfreich sein in einem Bosskampf. So wollen wir jetzt hier unten... Ja, ich wollte das mal ausprobieren. Komm jetzt mal mit, dass wir durch den anderen Eingang reingehen. Achso, ja klar. Ja, können wir. Ich glaube, das wäre eine bessere Idee. Folge mir. Alles gut. Das waren die meisten Angriffe, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Und jetzt bin ich die Stufe, wo ich sowieso nochmal einen Bonusangriff für Aktionen kriege. Das ist praktisch für Bosskämpfe, wo du die Resistenzen haben und so dann... Wo es dann praktisch ist, wenn du sie mal nacheinander angegriffen kannst. Was haben die denn dabei? Naja, die waren nur noch. Ich geh hier schon mal rüber, wenn du nachkommen willst. Was ist denn da von hinten? Ach, da unten. Wie geht's hier von hinten rein? Offensichtlich wäre jetzt fast einfach durchgelaufen. Durch das Kloster. Jetzt ist eine sprechende Statue. Ich komme. Ich komme. Hier geht nichts. Es sieht aus wie ein Magik-Math-Sauber. Das ist wahrscheinlich zu jemandem langer. Ein Magischer-Math-Sauber. Aha. Okay, Skelett. Reicht. Ich hole noch ein paar Zombies. Mach das. Wo ist denn hier? Nein, das Skelett geht nicht. Verdammt. Tja. Oh, Sumpfgas. Ich glaube, hier ist auch absolut nichts zu looten. Ach, du bist schon da drin. Hm. Ich bin schon ein bisschen vorgegangen. Jetzt eine Wasserflasche. Was ist das? Jetzt kommt mal die Barrikade aus dem Weg. Und hier geht's rein. Wir wollen erst mal von hinten durch. Ich würde so rein gehen. Wir gehen erst mal jetzt hier. Ich würde zu den Adlern gehen. Ich freue mich, du kennst dich besser aus. Ich glaube, hier gab es irgendwo einen Weg hoch zu den Adlern. Nicht mehr rechts, sondern mehr. Da hinten. Deine Überraschung wird das besser von dir. Mach es nicht. Bleib weg von den Githyanki. Sie sind hier. Sie schütten dich. Sie wollen das Artifakt. Ja, der Imperator, der warnt uns die ganze Zeit. Weg von dort, weg von dort. Die Githyanki sind scheiße. Lass das. Ach, hier gibt's ein paar Sachen zu looten. In den Eisenthronen. Ja, ja, ja. Ich guck gerade noch, ob es jeweils Gläppen oder ähnliches gibt. Jetzt, glaube ich, Bücher drin. Deine Überraschung wird das besser von dir. Ja, ich will nicht. Geh weg von den Githyanki. Sie wollen das Artifakt. Als Imperator wird jetzt die ganze Zeit durchlabern. Das ist leider so. Der hat richtig Angst, dass wir hier mit den Githyanki was anfangen. Ich schloss knappe mal kurz. Zu spät. Tank ist wieder ein Unwesens und ein Doom. Hier liegen paar Skelette rum. Habe ich schon gelootet. Die haben nur Schwerter dabei. Die lohnen sich nicht. Oh, drei Gold. Ich muss mal gucken, wo ging's jetzt hier? Monster? Ein Erdhaufen. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich rein. Hier geht's nicht rein. Dann gehe ich mal wieder zurück. Um aufs Dach zu kommen, dann muss man erstmal, glaube ich, in so einen Raum reiben. Und dann muss man aus dem Raum mal raus. Auf jeden Fall hier runter sollten wir noch nicht gehen, weil da geht's zu der großen Göttern. Da wollen wir später erst treiben. Ich weiß nicht, geht's hier irgendwo? Mein Mönch, äh... Mein Geistermönch redet gerade. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter. Ach, der war schon mal hier. Du warst schon mal hier? Nein, nein, der Mönch im Amulett. Der kennt sich hier aus und wird sich gleich. Okay, hier gibt's nichts. Okay, hier gibt's nichts. Ich geh mal hier runter. Ich geh mal hier runter. Ich hoffe, ich geh da jetzt nicht schon wo rein. Ich geh durch die Tür noch nicht durch. Zum Kloster bin da noch nicht. Ansonsten... Ich bin zumindest schon mal ein Stückchen weiter oben. Ich hab den Rankenweg gefunden, den du mötest. Aha, und wo bist du lang? Ich bin gesprungen. Ja, wo bist du gesprungen? Außen. Bist du bei der großen Statur? Hier bist du lang, oder wo? Nein, geh mal zurück. Durch die Tür dort, oder wo? Geh einfach mal komplett zurück. Da, wo du die Treppe nach unten gegangen bist. Außerdem siehst du mich doch auf der Minimap. Über die Tür, die ich ausgesprungen habe, wo du den exception bist. Ich suche bloß keine alternative Wege. Dann geh jetzt ein... Und dann springst du jetzt einfach von da aus nach drüben. Die Hölle sind wir hiermit. Wir müssen die Rumpf anrufen. hier gibt es auch diese schöne gibt es auch diese schöne cutscene mit wo man das taul töten kann wenn ich bloß irgendwie nicht hinkriegt also ich hab hier den hüter des glaubens stehen also hier geht es dann also wenn wir es gedacht wollen müssen wir hier in den mittleren raum moment schafft man das bett auf dem weg ich besiege erstmal die barriere der dürfte nicht so schwer sein der flächte dann zieht sich astarion mal zurück dann guck ich mal was ich so ein werfzeug habe beziehungsweise ich kann mich und schließen kann ich dann ich hab keine immunität und resistenz dagegen okay dagegen ist auch nicht resistent Okay. Ich habe den Kippen. Und... Passt. Es ist Zeit, um zu gehen. Mäden Schriftrollen Hier gibt es jetzt irgendwie eine Rätsel, was ich nicht gelöst habe. Das kannst du gerne mal lösen, wenn du willst. Ich gehe kurz die Rang hoch. Ich gebe jetzt ein Zeremonien-Dankeschwert. Oh, dann bin ich schon mal auf dem Weg nach unten. Wieder. Da, wo ich gerade bin. In der großen Halle. Da gibt es ein Rätsel mit einem Mosaik. Ein Buntglasfenster. Und da geht es hier draußen lang. Außerhalb des Fensters. Was ist denn so lang? Ich habe hier rüber gesprungen. Da gibt es hier eine große Halle. Du weißt, dass ich nicht anwesend bin und nicht sehe, was du jetzt gerade meinst. So, hier Buntglasfenster. Ich bin über dir. Na, Buntglasfen. Na, ich bin über dir. Ich bin über 200 Mosaik. Ich bin über 200! Sehr gut, dass wir wieder jemanden erleben können. Und das, gibt es. Ich bin über 200 Mosaik. Wollt uns dann sehen, was es macht. Gehen wir mal, was es tut. Die Schriftrolle wiederbeleben. Aha. Kann ich die Truhe zu dir runterwerfen? Ich kann es mal versuchen. Tornmaster Seed. Tornmaster Welkin Glory. Tornmaster Versailles. Tornmaster Stockhold. Gute was hast du gesagt... sehr viele truhen durch die gegend das schwert theoretisch nehmen ich vermute ja kannst es mal versuchen okay gut erstens ist nicht so stark zweitens müssen die waffen der jeweiligen leute auf das jeweilige dinge legen das ist relativ offensichtlich ja wo kriegen wir die waffen ja im zweifel aus deinem inventar der eine hat einen kriegshammer der andere hatte glaube ich den haben wir zumindest sehen ok welcher hat das schwert mein bewusste hier ich weiß jetzt nicht mehr vorgelesen mein gott das können wir jetzt nicht mehr machen weil das zeug nicht mehr vorgelesen wird was ist das denn jetzt wieder für eine scheiße ach wir werden hier die krimschlagen gezeigt ach hier bin ich jetzt ok da werden reingekommen oder das andere fenster gewesen werden das ist schön ich würde ganz gerne das rätsel in demnächst lösen aber wir haben die items nicht deswegen es werden wahrscheinlich normale waffen sein wir haben wir haben die normalen waffen nicht ich habe ein ostiges langschwert auf dem dach liegen die man finden und bluten kann ich mache jetzt den kampf mit wahrscheinlich kobold im moment den hast du schon nein da hinten ist noch ganz auf dem gegner und ich werde jetzt ein rennen diesen offensichtlich unten ich glaube hier war noch ein paar gegner und auf dem dach auf dem dach mach einfach was du denkst was hier 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 so hier Da oben geht's aufs Dach. Ja, das ist schön. Ich habe hier ein Tagebuch gefunden. Kann ich das lesen? Ah, okay. Nichts Relevantes. Sag nicht, ich komme hier nicht mehr hoch. Ja gut, und hier sind wir jetzt da, wo wir ursprünglich auch mal waren. Wow. Nicht schlecht. Sag mal. Ich habe hier auch noch Gegner auf der Karte. Kobold Speer wird dann, wie gesagt, angezeigt. Hier oberhalb ist keiner. Oh, okay. Ich bin hier auf dem Dach bei dem riesigen Apparat und bei den Adlern. Wichtigste Wort. Oh, ähm, ich bin da reingestöpert. Ich rede jetzt mit den Adlern. Ich habe die Katzen getriert. Mit dem falschen Charakter, der ich nicht mit dir entsprechen kann. Ja. Ich kann aber weggehen. Und jetzt mit dem richtigen Charakter reingehen. Intruder! In meinem Nest! Diese Areia war gebraucht, um sicher zu sein. Xavier, geh hinter dir Geld. Ja, der eine heißt also Xavier. Das ist nicht dein Nest. Du hast es dem kleinen Vogel weggenommen. So sieht es aus. Der genestet hat. Überzeugen. Ich will nur das große Ding haben. Im Nest tue ich nichts versprochen. Angreifen, langsam zurückreichen. Du hast es bekommen. Das ist ein tot Kubot. Ich glaube nicht. Also mein Nest mit dem Nest ist nichts. Du kannst passen, aber du hast nichts, was mit mir zu sprechen. Groß. Okay, wir dürfen nicht mehr... Ah, da ist ein Hammer. Willst du den mal mitnehmen? Aha. Ist es ein Zermonienhammer? Ein Zermonienkriegshammer. Nimm du den mal mit. Könnte für das Heze wichtig sein. Und ein toter Kobold. Wo genau ist der? Im Nest. Ah, neben dem... Neben dem toten Kobold. Und sie greifen uns. Na ja, töten wir sie. Ich habe nur den Kobold aufgehoben. Offensichtlich war das falsch. Wir haben den Hammer jetzt auch nicht aufheben durften. Wir durften immer aufgeworfen. Na. Er töte sie mal. Hey, in dem war ich gerade dran. Das ist ein solide Magic Missile gerade. Ja, das ist getrunken. Jetzt gehe ich auch noch weg. Den Federn bei sich. Jetzt kannst du den Hammer nehmen. Den Hammer habe ich schon längst genommen. Bei mir liegt er noch hier. Ich habe ihn noch nicht mehr im Invental. Bei mir liegt er aber nicht mehr. Jetzt habe ich ihn im Invental. Jetzt haben wir ihn im Invental. Ja, ich bin doch. Ich kann ihn hier noch mal geben. Jetzt hast du zweier scheinbar. Glorious. Der Vogel ist wieder da. Oh ja, das... Oh, ja. Es fühlt sich gut, dass ich nur in meinem Nest. Ah, rede mit ihm. Los. Schön, dass ich helfen konnte. Wunderbar. Wo ist meine Belohnung? Und er sagt, dass es dein Nest ist. Ich habe ein Dierader geduteltes gehört mir. Gut, danke. Das wollte ich gerade tun. Er hat ein Hähnchen. Blaue Hähnchen-Kadaver. Okay. Er hat seinen eigenen Körper im Inventar. Ich habe ihn mal mitgenommen. Oh, ein Dolch. Einer der Adler hat ein Dolch. Nee, der tote Kuppert hat ein Dolch mit sich. Im Inventar. Ah, kein Zeremonien-Dolch. Schade. Ich kann den Adler werfen. Ich kann den Adler werfen. Moment, dann komme ich hoch und dann pack ich ihn in den Inventar. Nee, der ist zu schwer zu machen, wenn er ins Inventar packen kann. Aber werfen kann ich den. Der ist für dich zu schwer. Dann versuch mal. Ich habe ihn. Kannst du ihn ins Lager packen. Nö, kann ich den alten Krisenhafter mitnehmen? Ja, ich kann den alten auch mitnehmen. Hey. Siehst du das auch, was ich sehe? Der ist jetzt, der ist jetzt wieder in seinem Nest. Der macht jetzt T-Pose in seinem Nest. Siehst du das auch? Ja. Der ist... Okay. Ähm, schön. Warum nicht? T-Pose, Adler. Fantastisch. Ja, ich packe mal den Hammer kurz hin. Hier gibt es übrigens noch Kristalle irgendwie. Hier gibt es noch irgendwie... Äh, das machen wir später. Das ist, glaube ich, das Spiel von dem Ding. Ach, T-Pose, Adler. Willst du den noch mitnehmen, den T-Pose, Adler? Vielleicht können wir den Slava stellen. Kann es leider nicht. Ah, schade. Ich gehe mal Slava und platziere da mal den... ...den blauen Herr. Gut, die Zeremonie nochmal gilt als abgelegt. Allerdings ist er gerade verschwunden. Gut. Ja, fantastisch. Er gilt als abgelegt. Also das passt schon. Oh, wir haben hier die ganzen... Die ganzen Sachen, die wir hier... Die Toten, die wir alle schon im Lager hatten, die sind nicht mitgenommen, mitgekommen. Müssen wir eventuell nochmal zurückgegeben und die alle mitnehmen. Bevor wir eine A2 aufbrechen. Können wir dann tun, ja. So, und jetzt können wir, glaube ich, reingehen in die Krippe noch. Äh, ich würde gerne erstmal hier weiterhin Ceremonien-Sachen suchen. Falls du die finden kannst. Wir waren hier drüben zum Beispiel noch überhaupt nicht. Auf dem Dach. So potenziell ja. Daher kommt man, glaube ich, hier rüber. Am besten. Nichts enttäuschend. Und der Adler macht nicht mehr T-Post. Der steht jetzt... Ähm... Sieht jetzt ziemlich erbärmlich aus. Also schön, ich habe einen mächtigen Haltrand gefunden. Äh, ich bin hier irgendwo runter. Achso. Ja, da hängt es noch eine opulente Truhe. Helm der heiligen Lanze. Ja. Du bist ein Skelettaus für dich? Du bist ein Skelettaus weggekommen. Ich habe die... Äh, kann ich nicht. Ich brauche homanoide Gegner. Das ist mir den Helm der heiligen Lanze gegeben. Niederstreckende Ungrazieren. Kreaturen, die in Angriffshilfe gegen den Träger scheitern, müssen in Geschicklichkeitsrettung zu bestehen. Und sie halten... Oder sie erhalten 1 bis 4 Leistungen und Schaden. Ja, du hast eine relativ hohe Rüstungsklasse. Wenn nicht sogar die Höchststilge geht. Das heißt, es werden sehr viele gegen dich scheitern. Ja, es gibt noch 19. Es gibt noch 19. Ja, ja, aber wenn du dann auf... Aber wenn du auf Level 8 dann schwer gerüstet nimmst, dann bist du auf Maximum... Aber ist das besser als der Grimmschädelhelm? Schützt Träger vor kritischen Treffern, gewährt Residenz gegen Feuerschaden, das ist schon... Kannst du es im Zweifel auch einfach Lösungen geben. Die brauchst du auch noch einen Helm. Aktion, Noks Reaktion. Ja, der ist auf jeden Fall gut für euch zwei Nachkämpfer. Weil ich mag den Bonusschaden, den ich bei Schaden kriege. Ganz gerne. Prinzipiell. Wie bin ich hier wieder hochgekommen? Schau nach vorne. So. Ich muss weiter gehen. Ja, ich check mal eben hier hinten. Guck noch mal auf die Jungen, ob du was findest. Eine Zirnmorgung. Ansonsten gucke ich mal eben kurz nach, wo die sind. Oh, hier König der Löwe. Bevor wir weitergehen. Das ist ja eine Wandsbildmalerei von der König der Löwe. Vielleicht finden wir hier unten in der Mönchskloster noch irgendwas von dem Rätsel. Wir kommen hier nachher nochmal zurück, deswegen. Vielleicht ist drinnen noch etwas von den Zeremonien und Sachen. Bei dem Kriegswächter, bei dem Glaubenswächter müsste es noch eine Großaxt sein. Glaubenswächter? So, da war eine Kamera, wo wir vorhin drin waren. Jupp. Das müssen wir übersehen haben. Dann guck mal dort nach. Ich bin gerade am gucken. Ich muss meine Hände auf alles legen. Ich habe diesen roten Punkt auf der Möpferwörnlichen bis dann. Zeremonienstreit-Axt, jopp. Hast du dann alles? Haben wir übersehen. Nee, nee, ich guck gerade noch beim Warhammer-Eagles-Nest. Ja. Endless. Das ist zwei für Komplett-Lösung. Ich bin gerade dabei. Den Hammer hast du schon hingepackt? Der Hammer ist schon drin. Der wird nur nicht angezeigt, weil es ist halt buggy. Dann hoffen wir, dass das gilt. Es gilt, dass abgelegte Kristalle leuchten. Kriegs-Axt kommt jetzt gerade. Vielleicht füllt das dann die Sache oben ab. Ich glaube nicht. Kriegs-Axt müsste dann der Typ da unten sein. Versuch's. Also der mit dem Kaputten. Auf den Boden legen. So. Müsst du werfen jetzt. Wahrscheinlich. Ja, ich fürchte es auch. Nein, geht. So. Licht. Jetzt brauchst du noch das hier. So. Was zum Schluss? Wir müssen... ... einen Morgenstern. Ich bin gerade... Ich habe die Lösung schon offen. Tür südlich von der hier. Das heißt... Gehen wir hier hin. Das heißt, da hinten irgendwo. Aha. Natürlich südlich von... Da ist ja logischerweise die Tür hier. Dann geh doch durch. Ich bin mal gespannt, wo mein Kopf jetzt gerade drunter läuft. Ich habe ihm gesagt, es soll zu dir kommen. Oder er läuft jetzt ganz anders lang. Mal schauen. Ah, okay. Wir müssen tatsächlich noch mal runter. Das befindet sich unten. Ein TP gebe ich mal aus. Aha. Ich habe eine Barrikade. Oh, hier ist eine Barrikade. Das war ja unverständlich. Wir müssen sowieso noch mal runter. Und bei der... Ja. Ja. Astarion steht hier ganz alleine. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich den schubsen. Ja, der kommt schon irgendwann. Der steht hier irgendwie rum. Für die nächste Aussicht. Ah, da oben. Okay. Der Hormier hat also doch noch eine Relevanz. Hier geht nichts. Irgendwo hier. Na, ich gehe jetzt runter zum... In den Keller. Ja. Und das Brut Lavander. Okay. Ja, ich glaube, dazu brauchen wir ein Tutorial. Das finde ich nicht. Hier ist da hin. Hier ist da hin. Gehen wir dazu. Oh, und dann. Left of the Barricade. Ach, links. Okay, ich bin im falschen Raum. Du hast gerade links und rechts verwechselt. Ne, ich habe gedacht, ich muss rechts in den Großen. Muss der hier irgendwo im Dreck liegen. Ich habe einen kritischen Treffer gegen die Base gemacht. Das Schwert ist cool. Ich habe hier nicht nichts. Da unten. Rostiger Streitkolben. Easy. Gut. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir das Rätsel da hinten lösen. Ich stehe hier gerade mit der Seele und bewerfen uns gegenseitig mit der Truhe. Obwohl man das auch jemand machen kann. Alles gut. Kommst du in den Glasraum? Dann können wir uns abfließen. Wir müssen auch noch in den Keller. Ja, das ist der Hauptteil der Sache. Nein, ich meine die verschlossene Kellertür. Sekunde, ich muss erst mal nach oben. Und dann mal hier lang. Okay, mein Computer läuft übers Dach. Auch gut. Gut. Nur vor zu springen und die Abkürzung nehmen. Ja, die springen nie automatisch. Und dann mal hier. Wenn man auch den langen Weg übers Dach nehmen kann. So, dann bin ich. Gut. Dann bliege ich mal ab. Sieht, wie ich irgendwelche regularer Wefungen habe, hier auch. Und was ist jetzt passiert? Das hat sich nicht gebrochen. Da hinten aufgegangen. Hier gibt es einen Beutel. Ja, natürlich war ich doch schon 20. Was ist drin? Abends des Dämmermeisters und Nachricht an den Dämmermeister. Na, es hat sich gelohnt. Oh, jetzt können wir das Blut nehmen, ohne dass alles hochgeht. Das ist sehr wichtig. Können die Waffen, die du abgelegt hast, irgendwas oder? Die waren für die Rätsellösung nötig. Du kannst die gerne mitnehmen und verkaufen. Lohnt sich die mitzunehmen oder? Die meisten sind verzaubert. Also, den Hammer kommen wir nicht mehr, weil der ist gepackt. Aber ich kann sie mitnehmen. Ich kann den Hammer mitnehmen. Achso, wird dann. Easy, nimm den Hammer mit. Das ist, ja. Das wundert mich. Da hinten. Brauchen wir das Zwergengedicht noch irgendwo für? Notti? Nö. Gut, ich glaube, dann sind wir hier durch. Dann haben wir was Wichtiges gefunden, was wir für das Ding brauchen und es uns alles hochgeht. Du hast noch den rustigen Streitkölben. Das ist nur normaler gewesen. Das ist nur der Nächste, der lootbar war. Ja. Kannst du ihn mitnehmen? Vielleicht kannst du damit... Das ist ja Moni in Kriegshammer. Der hat gleich einen Schaden. Ja, das ist gar nicht mal so scheiße. Die Waffen sind nicht scheiße. Die sind solide. Was kann die Axt? Können wir gut verkaufen. So gehen wir jetzt runter zum... Ah ja. Cool, die Axt ist auch was für dich. Die Axt ist was für Carla. Und das stört auch. Wenn die was kann. Die macht dasselbe. Die machen alle bonusgleichenden Schaden. Dann steckst du mir mal ins Inventar, wenn ich wieder Carla auf dem Treibnehmer... Du hast sie schon. Dann kann ich das vielleicht... Ich bin überladen. Ah, toll. Ich glaube, ich schicke mal das Leuchtengeschild ans Lager. Habe ich noch irgendwas? Gewicht? Und da haben wir es relativ schwer. Du kannst es ans Lager senden. Jo. Mach ich auch. So. Ach, die Tür. Ich musste gerade meine Tür zerstören. Die war mir im Weg. Bist du schon unten? Ja. Ach, hier ist das Schlossklapp noch möglich. Ja, aber da ist nichts hinter. Das ist die Engangstür. Wir sind ja schon von anderen Seiten reingekommen. Gut, wo sind denn die ganzen Kobolde? Nichts anwesend. Nichts existent. Die waren aber die ganze Zeit im Textblock, oder hast du sie schon getötet? Nö, irgendwie sind die... Keine Ahnung. Ein Bug. Ich gucke jetzt mal nach. Moment. Ich fürchte, die sind ein Bug. Da sind Pferde ganz entlang gelaufen. Wir haben nie explizit nach denen gesucht. Ich gucke jetzt. Ich gucke jetzt. Ich gucke nochmal, wo die sind. Es kann doch gar nicht sein, dass die ja noch nicht da sind. Es geht auch schon mal runter. Es wäre schade um die XP. Ach, wir kriegen genug XP. Nur die Gefährdung hier abschlachten. Falls... Hier, da müsste es irgendwo hier drüben runter gehen. Moment. Gehe ich mal da hin? Runter? Hm? Hier war doch noch irgendwas. Ach, eine helle Baute. Doch, hier ist auf jeden Fall noch ein Raum, wo wir nicht waren, wo Kobolde drin sein können. Na dann. Schau da mal nach. Ich warte hier vor der Tür. Ach, du auch, Mensch. Muss ich den jetzt ernsthaft den ganzen Weg da hinten wieder rüberziehen? Oh Gott. Haben die irgendwie die Companion-KI verdummt oder was? In den letzten paar Patches? Keine Ahnung. Hier geht es doch runter. Ich sag dasselbe Lied. Ich glaube, da unten waren wir noch nicht. Ich habe hier, glaube ich, ein ganzes neues Gebiet gefunden. Na dann. Viel Spaß beim Erkunden. Nein, 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 nein. Irgendwo anders hin, irgendwo anders hin. Abbrechen, abbrechen. Oh Gott. Wegfindung hier ist so scheiße manchmal. Alter. Was ist so scheiße? Oh, ich habe Erfahrungsmittel bekommen. Ja, ich habe eine versteckte Passage gefunden. Aha. Ich bin in der versteckten Passage, die ein komplettes neues Gebiet ist, offensichtlich. Da scheint es was Wichtiges zu geben. Das ist der Weg zur Krippe. Aber ich habe hier den Weg zur Krippe. Kloster, genau. Ja, aber ich habe den Weg, um zu schleichen. Okay, dann gehe ich mal rein. Bei dir? Ich wollte jetzt eigentlich... Ich bin da auch wieder rausgegangen, kurz. So ist es nicht. Ich wäre dafür, dass wir den Schleichweg benutzen. Wir wollen ja eh alle umbringen. Zu spät. Du bist noch nicht im Dialog, also geh zurück. Du bist hier der Schleichender. Du kannst durch den schleichenden Weg gehen, aber ich bin hier. Ich laufe gerade lauter Spielen hier rein. Gut, ich mache aber trotzdem erstmal die Kobolde fertig. Aber die Dialoge sind schön. Ich freue mich sehr, dass wir mit denen hier flanken, wenn du dagegen hast. Gut, ich steche sie dann von hinten ab. Ja, das ist eine gute Taktik, glaube ich. Das ist eine valide Taktik, weil... Sentriester Arme! Du kannst... Ich wusste von denen nix. Das ist da... Keine Ahnung. Wir sind in einem Team, das wird nicht ziehen. Ja, schade. Wir sind quasi beide du. Okay, ich habe hier Dialoge. Es sind Haufen schlafende Kobolde, das heißt, ich kann sie einfach abschlachten. Wir suchen die Zathisk. Schöne mir den Weg hin. Du bist infektiert. Ein Geigthrall ist etwas, das zu erradikieren, nicht der Grund gewinnt. Der Vertreter kann sich puriert werden. Dies ist wirklich die Gefahr, das ist gut. Okay, lass die Gustaville deinen Gefahr ausführen. Reportiere an den Infirmäräern. Ich kann mich nicht anschließen. Okay, wir wurden durchgelassen. Ich habe hier eine schöne Crown of Madness rein und dann... Jawoll, warum ist das? Okay, ich wurde hier durchgelassen, ich habe freies Geleit. Ich bin dann mal... Hier drüben müssen wir uns das Ei. Ich hoffe, sie machen uns bald zur Patrouille. Die Suche muss schlecht gehen. Was, wenn sie nicht eine Weile finden? Wir wissen es sogar... Ja, ja, ich töte jetzt gerade noch ein paar Kobolde. Für die mache ich das. Ich glaube, die kriegst du auch. Quani-Rell? Die Inquisition hat mehr zu beschäftigen, als wer du in den Korridoren gesprochen hast. Wen töte ich denn zuerst? Ich würde sagen, dich. Du musst die Inquisition hier raus, damit sonst Brünnliches aus euch raus. Sucht euch, ich suche nach eurem Hauptmann. Inquisition, was meint ihr damit? Unsere Könige Augen und Augen. Dann ihre Wille inkarniert. Und gerade jetzt. Sie sind hier. Siehst du? Ich habe dir gesagt. Nichts, was zu beschäftigen. Sie ist in ihren Quartieren. Durch die Tür. Und quälen- und guggen. Doch mit ihnen. was uns schlugt und was uns schlugt und was uns schlugt. Schöne mich! In den Körnern des Bildschirms ist ein kleines Symbol, das man nicht mehr Platz hat. Ich kann nicht mehr private Unterhaltung stellen, damit ich im Kampf auch zum Beispiel zugucken kann. Ah, okay. Ist kein privater Dirum. Du sollst zugucken dürfen. Dann mach mal an und aus wieder. Scheint buggy zu sein. Du sollst zugucken dürfen. Du sollst zugucken dürfen. Ja, offensichtlich geht's dann nicht. Naja, passiert. Sie sieht sicherlich ein wenig weniger regal. Du kannst dich anschauen, wo du herkommst. Ein witziger Bildschirm. Ich dachte, du wärst besser, als solche Jugendlichen. Was ist das? Das ist das? Ich muss es ein bisschen raus, bevor die Inquisition... Oh nein, nein, nein. Oh, die Inquisition wird unser nächstes für das. Oh, die Inquisition. Oh, die Inquisition. Jemand hat einen Kampf geschafft. Ja. Jetzt kümmert sich jemand... Ich habe jetzt einer der Gefängnis abgelenkt, um das Porträt zu reinigen. Ich habe deren Gottheit verunstaltet. Und... Einer der Gefängnis ist jetzt fahmisch dabei, dieses... das Gemälde wieder sauber zu kriegen. Oh, Zeremonienstreitkolben. Der hatte ihn. Aha. Aber das Rostik hat ja scheinbar auch geklappt. Ja. Ja. Okay, ich töte jetzt mal kleine Kleiner, wie es aussort. Nicht jetzt, Kachucki. Wir sind beschäftigt. Was ist denn eine Truppe? Sie macht kaum auf die Geräusche. Man sollte damit aufhören. Das ist nicht nett. Sieht lustig aus. Kann ich mitmachen. Oh. Der Rostik will spielen. Was sagst du, Rajak? Sollen wir mit dem Rostik spielen? Ja. Lass uns spielen. Du hast ein bisschen im Pumpt. Nee, ich schubst gerade... Ich schubst gerade kleine Kinder. Ähm... Ich weiß, ich habe zugeguckt. Ich schubst gerade ein kleines Kind. Ja, ich habe... Ich habe uns Bonus-XP geholt, ne? Und hier ist noch ein Gebiet. Will ich das nochmal schubsen? Nee, ich schubst nicht. Hier ist noch ein Gebiet. WTF? Alles nur, wenn ich in die Fenster geklässt bin. Es ist stark. Ah, von hier kann man nur aufs Dach kommen. Alles klar. Ah, die Truppe. Ich warte mal. Ich warte mal was nach oben ist. Aha. Gescheitert. Na, jetzt. Ok, die Truppe bleibt zu. Ja. 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 Soll ich dann noch mal... Ihr trubelt so ziemlich zu. Ich bin jetzt viermal gescheitert. Ich krieg's hier nicht auf. Ich werde noch nicht mehr stärker als du. Ich kann's aufheben. Ich kann's aufheben. Du kannst sie aufheben? Oh, ich warte. Ich schreibe Blut. Reise zur Uhr. Lass sie mir im Inventar. Kannst du sie gerne öffnen? Ja, ich hab sie im Inventar. Sie schreit, die Kiste. Also... Als ich's aufgehoben habe, schreit sie. Als ich's aufgehoben habe, hat sie geschrien. Sollst du vielleicht mal... Vielleicht hast du da ein Gefährdgekind tun. Ist sehr wahrscheinlich, weil... Ich hab's... Zwei Kinder entdeckt, die die Kiste geschubst haben. Also, die haben scheinbar ein Kind dort eingesperrt und das gemobbt damit, dass er das geschubst. Vielleicht hast du jetzt ein Gefährdgekind bei dir. Moment. Speicher mal bitte. Das ist eine von den wenigen Situationen, wo ich dich darum bitte. Ja, ich speichere grad mal. Du sollst mal gucken, was in der Kiste ist. Vielleicht hast du jetzt ein Gefährdgekind im Inventar. Ja, ich schlossknacke jetzt einmal. Mach mal. Ich schlossknacke offensichtlich zweimal. Das ist doch nicht wahr. Das wirfliche Scheiße zusammen. Kannst du mir auch wieder zurückgeben? Dann kann ich mal gucken, was drin ist. Ich... Ich hab noch nie so schlecht gehürfelt. Was ist zum Fick? Ich auch nicht. Ich hab auch kein Schlossknackwerkzeug mehr. 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 Was ist das für Diskussion? Könnt du sie aufprügeln? Ich schlack jetzt die Truhe auf. Ich schlack jetzt die Truhe auf. Firebolt, los! Was soll schon schiefgehen? Oh nein, es ist... Es ist ein fucking Grimischka drin. Oh, okay. Schade. Es wäre zu gut gewesen, wenn einer von Gefernkykind drin wäre. Ja, das hätte ich ansonsten als der Händlerin nicht ins Lager gestellt. So. Ob das es besiegt. Ein Rubin-Ring hatte es. Ja. Das soll Stonek aus dem Preussen. So. Wollen wir das Gefernky-Ei holen? Bevor du hier reinrennst ins Anabschlachtest? Das Ei wollte ich eigentlich Sneaky holen. Ich bin ein Schattenmensch. Du kannst es mal versuchen. Es ist so was von... Es ist beschützt von tausend Pfeilen. Wenn du es nicht geschafft hast. Ich sehe... Ich versuche mal nicht zu reden, auch weil es mir freiwillig gibt. Ich bin hier irgendwo. Ich bin hier irgendwo. Moment. Ich erwarte, dass du 15 Ecken sehen würdest. Ich rede mal gerade. Ist Sticker ermöglicht, um die Börsenkarte zu sehen? Geh vorsichtig, während du hier bist. Die Börsenkarte ist beschützt von Lethals. Die meisten sind... Du kannst sprechen... Okay. Warte, vielleicht kann ich lieber reden, dass es mir freiwillig gibt. Das ist durchaus eine Option. Soll ich die beiden hier töten? Nein, lass mal lieber. Noch keinen töten. Lass mal friedlich rein hier. Die sind... Die sind in... Die sind in einem Eck. Ich will die wirklich gern loswerden. Oh scheiße. Scheiße. Ah, ich habe alle Fallen ausgelöst. Hilfe. Alles klar, gut. Dann... 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 Dann hau ich auch mal rein. Ich bin gefangen. Hilfe. Ich sterbe hier eventuell gleich. Hast du ein Schlossknackenwerkzeug? Ich bräuchte jemanden, der mich hier raus holt. Ich bin gefangen. Ich habe in unseren Bonuseffekten gerade einen von den Gefährdiensten gewonnen. Ja, aber ich bin hier gerade gefangen und werde angegriffen. Ich bin am Arsch. Ja, das ist problematisch für dich durchaus, aber ich kann gerade nicht aus dem Kampf entkommen. Ich auch nicht. Wenn ich selbst begonnen habe. Ich stehe bei den Füßen in Säure in einem Gefängnis und werde von Gefängnis angegriffen. So ist gerade meine Situation. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Ohne... Oh, bisschen super optimal, ne? Du musst mich gleich mal wieder überleben. Ich bin tot. Hast du noch Geld dabei? Ich glaube nicht. Da musst du welches finden. Ja. Du bist aber auch tot. Ja, das ist dir. Lass wenigstens einen überleben. Aber gut, ich habe vorher gespeichert. Irgendwo habe ich gespeichert. Ne, gerade eben. Lass mal neu laden. Das Ding, da haue ich mir rein. Kannst du gerade mal nichts machen? Vielleicht schaffen wir es mal, dass du... Wenn du in deiner Runde bist, dass du das bei deinem neu laden. Einfach mal keine Aktion ausfinden gerade. Mordi. Wie schaffen wir es vielleicht mal? Nö, ich will den jetzt hier fertig machen. Danke. Ich würde gerne neu laden gerade. Danach können wir es gerne versuchen, aber ich will den jetzt hier tot machen. Mein Lebensinstinkt hat funktioniert. Du musst ihn aber nochmal töten dann. Weil ich lade dann neu nach dem... Nach der Kiste. Also spielt keine Rolle, ob das jetzt schaffst du noch nicht. Ich krieg den trotzdem relativ... Ich will trotzdem eine gute Taktik haben, danke. Jetzt darfst du gerne neu laden. Oh, hier werde ich sowas tatsächlich machen. Ja, neben Special Schwerter. Okay, sehr gut. Neu da hat funktioniert. Gut. Möchtest du dann vielleicht erstmal zu mir rüber kommen? Ich bin bei den Söldnern. Ja, aber ich geh jetzt nicht nochmal das Ei holen. Das ist... Ja, das kann ich ja dann machen. Ich bin Mönch, ich komm gut durch Fallen durch. Kannst du gerne mal versuchen. Ja, außerdem kann ich unsichtbar werden im Schatten. Ich würde jetzt mal ins Ausbildungslager reingehen. Aber wie gesagt, es wäre schön, wenn wir uns vielleicht irgendwo treffen könnten. Ja, wo bist denn du gerade? Also, du nehm ich wieder mit. Das ist die Truhe gerade noch. Kommen auf die Map. Ähm, andere Seite, andere Seite, ne. Andere Seite im Hauptgang. Zurück. Ne. Ach so. Ich bin da, wo die Söldner sind. Also, die beiden Wächter da. Du zum... Ach, da bist du. Da war ich ja noch gar nicht. Da gibt es einen Händler. Soweit ich weiß. Ich komm zu dir. Sicher nicht die Blinderinnen hier. Wegpunkt entdeckt. Ja. Oh, ich kann hier Schattenschappen machen. Und hier die... Die Quartiermeisterin, die hat einiges gutes Zeug zu verkaufen. Wenn du mal herkommst. Das ist schön. Ich töte jetzt erstmal die beiden. Mach bitte nicht, weil ich handle hier gerade. Die beiden sind an dem Punkt, dass sie, ähm, nicht gesehen werden. Handschuhe der Warbkreisigkeit. Handschuhe der Geschicklichkeit. Die hat sehr gutes Zeug. Vielleicht können wir da ein bisschen tauschen. Kann ich ein bisschen was verkaufen. Ein Kriegsamer kann ich verkaufen. Die Zeremoniax kann ich auch gebrauchen. Dunkle Stizialmaske brauche ich auch jetzt nicht unbedingt. Aufschneide Hut. Elixier des Kolosses. Ich würde dich da kämpfen. Das mal lieber. Ich bin schon mittendrin. Aber wenn ich jetzt hier gegen die... Mach jetzt nicht... Wenn die jetzt hier böse wird, die ich... Während ich hier gegen die... Während ich jetzt Handler... Passiert schon nicht, alles gut. Hier ein Dolch kriegen. Brauchen wir irgendwo für irgendwen ein Dolch? Messer des Unterbergkönigs. Organe umsortieren. Retzt dir die Zahl, die du brauchst, um den Angriff auf einen kritischen Treffer zu würfeln. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist für Lesel gerade ziemlich gut, weil... Sie ist aktuell ja... Dingens, äh... Champion Fighter. Das heißt, es wird auf 17 reduziert. Armbruster kann Energie. Let's go. Geht Yankee. Großschwert. Ach, bis 16. Aber das ist halt nur ein Einhand durch. Und sie ist halt... Sie ist halt auf Stabwaffen-Kunst. Das wäre halt also nicht so gut für sie. Könntest du gerne kaufen gleich, wenn du willst. Schiebe so ein Kleber. Ich kaufe mal wieder die Tränke. Also... Ich habe das perfekte Schwert für Lesel gerade. Ich schiebe es hier in den Inventar. Wie hat er es? Handschuhe der Wahrkeitsigkeit. Wahrkeitsige Nähe. Deine Zauber-Fernkämpfe werden als Zauber-Nahkampf-Angriff ausgeführt. Wenn du dich neben eine feindlich gesunde Kreatur würfeln musst. Dieser Fink kann ausgeschaltet werden. Handschuhe der Geschicklichkeit. Der Geschicklichkeitswert des Triggers wird auf 18 erhöht. Liegt der Wert bereits darüber, so erhält die Verzauberung keine Wirkung. Brauchst du Geschicklichkeitshandschuhe? Auf 18 erhöht bin ich schon. Ich bin schon auf 18. Ich gehe für die Lebensader. Wobei, doch, gib sie mir mal. Die kosten 600. So viel kriege ich nicht hin. Naja, ja gut, gar nicht. Das wäre jetzt nur ein Experiment gewesen. Aber egal. Verteidigerpflege... Wäre vielleicht schon interessant, aber... Es hat halt Stabwaffen, also bringt halt nichts. Hm. Ich muss den durch für dich gelassen. Den würde ich nicht kaufen. Kosten 960, den kriege ich außerdem nicht hin. Ich verkaufe einfach mal mein Zeug, was ich brauche und nicht brauche. Und gut, das... Habe ich ein bisschen Geld. Dann mal... Silberkette. Und jetzt ist der Gesandten. Brauchen wir das irgendwie für noch... Stimme des Zirkels. Wo bringt das? Aha. Beide ich mal. Ja, ich hole uns mal kurz ein paar Zombies. Ich habe jetzt hier ja... Material. Oh, Stinkwolke habe ich jetzt. Schriftrollen. Schade, ich kann nicht. Ich habe zu wenige. Kasse ich hier mal die Tränke ab. Schriftrollen. Komm mal runtergesprungen, ne? 94 eben. Der durchkostet halt 960. Das ist halt... Hm. Wenn du fertig gehandelt hast, würde ich ganz gerne mal eine lange Rast reinhauen. Ja. Wenn du nichts dagegen hast. Aber du bist doch fit. Oder nicht? Ich, ja. Sarion nicht. Er ist auf 5 runter und ich habe jetzt nicht wirklich viel Heilung und er hat keine Zauberung mehr. Ja, ich kaufe jetzt auch nichts von den Handschuhen und so. Das bringt nichts. Brauchen wir mal eine Schrift? Ja, ich guck mir das Ganze. Ja, die Schriftrollen, da werden wir über den, das brauchen wir gerade nicht so damit. Der Raffians Zorn. Wir haben sowieso den... Glacen, Stetten und Bonus-Attacker. Ach, ne. Also so gut das Zeug jetzt auch wieder nicht, dass da... Irgendwas mit 94. Ein bisschen was zu essen könnte ich mitnehmen. Ein einfacher durch. Ein Streitkolben. Ein leichter Armbrust. Ein feines Inmater. Das kaufe ich da noch. Das war ein Tammer. Ein bisschen Essen noch dafür. Ich weiß nicht ganz warum, aber egal... Es ist egal, dass ich das Dingens verkauft hab, das... Was hast du verkauft? Das Idol von Sylvanus. Der Effekt ist noch da. Oh, okay. Äh, die Statue von Sylvanus aus dem... Überhaupt, der Effekt ist noch da. Das Spiel rechnet nicht damit, dass du das Ding verkaufen würdest. Okay. Ich... Ja, cool. Das ist dann wohl jetzt so. Na dann. Gut, äh... Ich würde mal ins Lager gehen. 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 Die Schnellreise derzeit nicht möglich. Das wäre jetzt zu wenig. Das wäre jetzt zu wenig. Weil du im Handel bist. So. Dann habe ich durchgekauft. Was kann er? Nix. Es ist einfacher durch. Einfach verzaubert. So schön. Ich wollte ja nur kein Geld geben da, ja. Oh mein fucking Gott. Wir haben immer noch die zum Verblüten. Okay. Die müssen wir dann später, Balthaseins, in den Tag sneaken. Okay. Na dann. Ich habe noch ein bisschen was zu essen gekauft. Das könntest du, glaube ich, mitverteilen. Alles gut. Das Tare blut rot. Das Tare blut rot. Oder bist du das? Das bin vermutlich ich. Was wir unbedingt machen, sobald wir... Der Hund will was. Ja. Oh, du redest gerade mit ihm. Das Tare blut rot. Ich könnte jetzt mal mit ihm reden. Mit dem Hund vielleicht. Lass mich mal mit Katzer reden. Das darfst du gerne tun. Er hat mir eine Salami gebracht. Aha. Ich kann sie als Waffe ausrüsten. Na schon, was der zu sagen hört. Ich hoffe, du stehst gut, Freund. Ich hoffe, uns geht's gut. Ich hoffe, du stehst gut, Freund. So, na dann. Oh, das Messer ist Unterwehr Königs. Du willst es dir abkaufen? Ich glaube, das Messer-Drupps oder den Durch-Drupps auch wenn wir sie besiegen würden. Mal so. Und schlachten wir würden. Wollen wir sie töten? Oder willst du dir noch was handeln? Die Handschuhe da sind ziemlich nice. Das dunkle Justizialzeug hätten wir haben können, wenn wir wollten. Das ist wahrscheinlich das Zeug, was du verkauft hast. Dann mach das mal. Oh, das Hexen-Ding ist cool. Und da geht's dann weiter zum... Da kommen wir jetzt zum Götter-Dings. Man könnte jetzt erstmal in den Vorwurf eine Krippe reingehen. Geh mal mit den Ausbildern reden. Und das Ei wolltest noch klauen. Ja, ich muss jetzt erstmal kurz Inventar sortieren und gehen hier. So. Geh mal mit der Säge schon mal. Jetzt hab ich auch wieder zurück. In die Kassenraum. Oder hast du ein Gespräch bekommen? Objektiv bemerkt. Ich verkauf mal die Reisetruhe, Moment. Mach das. Schockier! Ich krieg dir schon mal mit dem Ausbilder. Meine Instruktionen waren klar. Weil... Weil sie nicht Sinn machen. Möchtet sich so wie das... Dank deinem Sperren. Zermonie, Streitröten braucht man nicht mehr. Zaubertätig braucht man nicht mehr. Wieder was doch. Die Plattrüstung fragt mich, woher ich die hab. Diese Zeit... Dagger nur. Und bis der Tod, wie gesagt. Wer will die Herausforderung? Diesen Nivellen ist der Start. Wenn er nicht kämpft ist, dann nutzlos töte ich ihn selbst. Oh, okay. Und lasst den Jungen zufrieden. Ihr habt euren Punkt gemacht. Obachten, was passiert. Anbieten, selbst gegen den Jungen zu kämpfen. Oh, cool. Ja, ich kämpfe gegen den Jungen. Ja, kannst du. Dann verlierst du. Verzweiflicht. Nein, dann verlierst du absichtlich, weil... Diesen Übungen braucht nichts mehr, als ein Blatt und ein Hintergrund. Ich frage mich, ob sowas geht. Ich habe nicht genug Geld, und doch ich habe genug Geld, um das jetzt zu müssen. Beginnt! Ich... Ich versuche. Es muss sich gegen dich zu kämpfen. Okay. Kill ihn und wir uns aus unserer Misere. Nicht-tödlichen Angriff ausfüllen. Das ist ein Tod von Sylvanus noch. Der Junge ist erbärmlich. Naiv ihn töten. Kommt mir ziemlich mörderisch vor. Nein, danke. Ist ehrenlos, einen wehrlosen Jungen zu töten. Töte ihn los. Mach einen nicht-tödlichen Angriff. Habe ich geschafft. Okay, ich habe ihn zum Krippel gemacht. Ah, der Batman wirklich viel schon. Er ist kalt. Ah, noch ein staggerndes Display von Inkompetenz. Halt ihn aus dem Weg. Wir haben schon genug Zeit verloren. Ja, komm, hier Färbemittel nimmst du noch. Ah, er hat noch einen HP, also wenn du das beenden willst. Ich habe ihn wirklich zum Krippel gemacht. Ich bin wirklich nicht da. Das ist auch ein Blut. Nein, keine Ahnung. Einmal das ist in meinem Diagnos. Was mache ich? Ich versuchte Savaarische. Ich versuchte Vlakeith selbst. Ich werde mir das Training noch nicht öffnen. Oh, der Kleine. Du sollst mir meinen einen Handschuh leisten. Oh, der ist wichtig. Ich liebe dich mit Dagger. Es ist so persönlich. Du bist genug genug, um die Lichter zu sehen, hinter ihren Augen zu sehen. So, wo seid ihr? Ich bin hier im Ausbildungslager, in den Kassenraum hinten. Warum hast du ihn nicht richtig verletzt? Wir kommen in den Kassenraum. Du kannst dort hinten noch den Gefängnis ausschalten. Der hat noch einen HP. Der liegt dort hinten auf der Mahrer. Reden? Der junge Vari. Rechts. Ich rede mal mit den Kindern. Den habe ich zum Krüppel gemacht, der neben der Bahre liegt. Reden wir mit dem Ausbilder. Was ist es? Diese insufferbare Interruption sind von meinen Übungen. Verletzungen sind verwerflich. Das wird wohl keine Rolle spielen. Nach dem, was ich gerade gesehen habe, sind eure Schüler ohnehin verloren. Ich bin neugierig. Warum sollen sie auf Leben und Tod kämpfen? Warum hat sich der Junge zu töten geweigert? Für seine Worte? Ich hoffe, es war ein Moment von temporärer Insanität. Die Illifids, die diese Regie infektieren, sind nicht umgekehrt worden. Sie sind umgekehrt worden. Wenn er seine Szenen nicht regiert hat, nachdem er meine Übungen reingezogen hat, sein Rückgang wird ein kurzer und schmerzerer. Ich muss meine Studenten anzunehmen. Ihrer Ankündigen nicht g checked. Es ist möglich, betrunken Sie denn mit allein. argue Herrze Pop ist ein 동er, kräftig wieder erschaffen. Es war gar nicht ein Stückっpor. Nein. Die sind verrückende После fader in den nochenenenenenenenenenen準備iste und Wels mehr zuiembre, woheren Sie doch zum Schlussassdorf einlassen werden. Und wir. Und irgendwie hast du es nicht verschärft. Okay, wir kämpfen also doch. Ich stehe mittendrin. Ich backe ein bisschen. Ich wollte das nicht. Ich wollte ihn beheilen. Jetzt müssen wir halt kämpfen. Ja gut. Let's go. Füßt dann halt so, ne? Ey, ich glitsche hier ein bisschen durch die Gegend, aber okay. Ja, ich flurry of blow ihn mal kurz hier. Ich ziehe erst den Ausbilder. Der ist der stärkste von allen. Siehst du das auch, wie ich dir... Der mit der Rüstung. Der neben mir, hinter mir. Der mit der prachtvollen Rüstung. Und hier gibt es noch ein paar Magier, die irgendwie die Stille machen können und so. Die haben ein paar Magier. Ähm. Ein Adler. Ja, ein Adler. Der steht jetzt hier. Ja, du wolltest doch, dass der aus dem Weg geht. Siehst du auch, wie ich... Wie ich es jetzt war... Oder ist das nur bei mir? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ha, selbst getroffen. Idiot. Da ist Tarion was dran. Ich stehe gerade mitten in der... Ich stehe ein bisschen ungünstig für die ganze Sache. Aber hier... Naja, ich kann auf Magnessee ihn mal kurz eben. Und dann zieht sich das Tarion zurück und macht das, was er am besten kann. Nämlich... Stehen. Wobei... Komm mal, kann man Munition reinpacken. Und die Anbrust, die ich neu gekriegt habe. Easy. Na toll. Schön, dass wir uns jetzt doch entschieden haben, einfach alles hier abzuschlacken. Nicht alles, aber nie. Das hat wohl nicht geklappt. Ja, nee, offensichtlich nicht. Ich halte dich von dem Ausbilder fern, der ist gerade unter Wahnsinn. Das heißt, der kräft alles in seiner Nähe an. Das in dem Fall gerade sie ist und... Äh, der Arda. Der Arda lebt gerade wieder. Ich weiß, der guckt zu. Ich lebe den dann später wieder mit. Ah, ich habe auch Plätze zu tun. Sehr schön. So, na dann, Niederstrecken. Oder auch nicht. So. Sie brennt. Ja. Ich mach mal, was ich nicht. Oh, steh dich mal kurz. Was kann ich noch schmeißen? Dann gibt es irgendwo einen Magier, den müsstest du als erstes mal ausschalten. Bevor der hier Sachen castet. Klar, easy. Jetzt castet der hier Stille und dann... Keine Sorge, ich geh mal kurz zu ihm rüber. Mach das. Ist kein Problem. Ich bin Mönch und das ist... Ich bin einfach sehr stark. Okay, er hat gerade einen Sension hinausgeschaltet. Ja, weil er unter Crown of Madness gerade steht. Das heißt, der ist gerade auf unserer Seite temporär. Beziehungsweise nicht auf unserer Seite, sondern er attackiert halt alles. So, ich kann eine konzentrierte Explosion auf den Magier setzen. Verdammt, ich kann die Kasse ja nicht genau machen. Shit. Dann konzentriere dich auf den Ausbilder. Ich kümmere mich um die... Ne, ne, lass den Ausbilder... Lass den Ausbilder erstmal seine Schüler abschlachten und dann... Seine Schüler sind schon tot. So gut wie. Gut, ja, hast ja recht. Moment, dann packe ich ihm eine Phantasmus Force rein. Erwähne ich eine Bewegungsreichheit? Was ist denn? Ich hasse... Ich hasse Astatter manchmal. Ja, komm erstmal den Magier. So. Hier, let's go. Er steht noch. Ja, ne, tut er nicht. So, der ist ja erst dran. Dann soll sie mal... Ignorier es. Ignorier es. Ich skippe den Turn. Skipp den Turn am besten. Nö. Toll. Jetzt ist die Kord of Bad, das ist sinnlos. Naja. Und deswegen können wir ihn jetzt abschlachten. Woher gehe ich von hier? Falle bei meinem Herz. Und er brennt. Oh, ja. Du bist dran. Der Ausbilder ist der Einzige, der auch da ist. Also, anlauf ihn. Ich schaffe einen Schritt mal kurz zu ihm rüber, beziehungsweise in die Nähe, so weit ich kann. Ich glaube, der hat ganz vernünftigen Wut für der Sel. Ja, ich tüte ihn einfach mal normal. Wo sind denn deine sieben Angriffe, die du jetzt hast? Äh, ich bin, ich bin, ich bin gerade nicht gehastet und ich habe noch aktuell kein Blut-Dinges elixiert drin. Okay, das darf weh. Ich glaube, wir brauchen einen langen Rast danach. Cool. Ey. Das ist eher für der Sel, die man der Sel her, die Rüstung und so. Ich gucke gerade, was er hatte. Die Rüstung ist eine ganz, ist eine ganz normale Plattenrüstung, die Gefiankte haben, das kann sie haben. Gefiankte ist auch anzunehmen. Die Marisena, die wir haben. Das Schwert, was kann das? Ist das besser als die Chagophonie? Potenziell ja. Du kannst dich mal in einen heilenden Nebel dahinten stellen. Mhm, mhm, mhm. Nee, ist nicht besser. Es gibt noch irgendwo, wo ist ein heilender Nebel. Hinten bei dem Jungen, den ich aus Versehen mit einem Heiltrank getötet habe. Versuchen wir es. Ah, hier ist ein Geserky-Gutschwert. Und... Ah, es gibt noch irgendwelche leere Schwerter. Tatsächlich. Okay, der Nebel bringt nichts. Ah, doch, bringt was. Sicher. Zehn hat er gebracht. Ja, ist eine gute Heilung. Und ein starker Trank. Das war ein normaler. Du hast nur... Nee, das war ein starker Trank. Das war ein normaler, ich weiß nicht, weil ich den hin gebraucht habe. Das war ein Trank der mächtigen Heilung, den ich gerade eingenommen habe. Ach so, du eingenommen hast ja gut. Ah, aber positiv gesehen, wir haben hier ein Haufen Kinderleicht. Woher... Wirst du, welch mit uns Lager nehmen? Nein, ich möchte gern ein paar Zombies haben, danke. So, wollen wir uns jetzt das Ei holen? Dann gleich. Oder... Und danach so ein... Das, was ihn nämlich mit... Dann tötet er vielleicht mit seinem Körper doch, doch, jemanden. Ich habe sogar noch eine bessere Idee für mich. Oh Gott, ich bin... Ich weiß nicht, dass ich so sehr, was ich jetzt gerade mache. Ich weiß nicht, dass ich so sehr, was ich jetzt gerade mache. Lezau sieht es auch. Und ich kenne die Vision. Hier, Sumat. Der Text kippt uns. Der Text kippt uns. Der Text kippt uns in Konzert mit Lezau. Ich kippe mich daneben. Der Text kippt uns in Konzert mit Lezau. Ich kippe mich daneben. Äh, ich glaube wir brauchen ein paar Fernkämpfer. Ah, okay. Und dann hole ich die Ecken mal zurück. Warum hast du die Tür kaputt gemacht? Sie war überflüssig. Und warum spielen wir eigentlich schon wieder komplette Mörder-Horos? Nein, sollen wir nicht. Lass die anderen hier, lass die anderen in Ruhe hier. Der Ausbilder war schon mal fies. Deswegen. Guck mal, hier er reinigt jetzt das Bild. Das habe ich vorhin verschwitzt. Jetzt kommt das iCloud. Ich habe Dialog. Ich habe einen Dialog. Ja. Das hatte ich vorhin schon. Das hatte ich vorhin schon. 20 REL. Ich habe auch versucht. Das ist in der Position. Jetzt kommt das iCloud, Modi. Ich richte ihn nicht noch mehr noch mal nachher an. Dann mache ich dir die anderen noch zu mir. Ja, ist gut. Hier drüben ist das i. Das Ratschen habe ich meine Kieppunkte wieder und dann easy. Hier drüben. Ich gucke dir gerne dabei zu. Falls du ins Gefängnis gesteckt wirst, ich kann dich nicht daraus befreien. Ich habe keine Schlossknappwerkzeuge. Versuch nicht in das Wasser zu kommen und versuch nicht, fallen auszulusten. Es wird dir nichts bringen, aber ich spreche gerade mal. Ich spreche gerade mal. Du sollst nicht das Wasser berühren und sei vorsichtig. Es gibt die unsichtbare Falme. Ja, ich kann aber Säureresistenz kaufen. Aha. Dürfen wir also mit dem Typen reden So, ich mach mal G Nicht genug Platz Ich kann mich also nicht setzen Ich glaube ich eine relativ hohe Weise, das sollte gehen Das sollte nicht gehen Ich setze mich hier mal Versuch zu überleben Nicht in das grüne Wasser und nicht in die Fallen rein Alles gut Das Ei ist dort, das Ei ist dort hinten Kannst aber erst mal mit ihm hier reden Vielleicht es gibt die Option, dass er dir das Ei überlässt Also wenn du gut würfelst So, wie soll ich auch tun, ja Du kannst dir Kithrak Therazin, dass meine Position nicht verändert hat Das Ei braucht mehr Zeit Außerdem Ich hatte nicht erwartet, dass ich einen Isstik Was bringt dich zu meiner Hacherei? Ich bin einfach ehrlich sein Ich hab halt Ich weiß nicht, meine Frau, die Börse von eurem Jungen Zeit für dich zu verlassen, ich denke Versuch ich ihn ins Wasser schubsen? Ne, dann gibt es einen Kampf gegen die beiden Aber ich bin hier sowieso drüben Also Speichern mal, ich mach's Speichern mal, ich mach's Also wir sind hier alle drüben, also wir können ihn durchaus töten Also versuch's mal Okay So viel dazu Den stärken, das wird wohl wahr Okay Sollte wenig passieren Ah doch Jetzt hast du einen Kampf Aber nur du Ich bin noch nicht im Kampf Also ich bin nicht im Kampf Ja Hier Ist das Sollts nicht in die Säure gehen Das Wasser Säure Und Achtung Da drüben überall sind Fallen Also ich misch mich da nicht ein Ich sitz hier Ich kann hier ein bisschen Musik spielen Ich kann hier weiter Hallo, du hast auch noch was Ah, er hat gecounterspelled, okay Sieht nicht so gut aus, um dich Du, ich hab hier hinten noch Ich hab hier hinten noch einen kleinen Vorteil Moment Dieser Vorteil besteht aus drei Fernkämpfern Unter anderem einen, der jetzt Seinen Zauber anpassen kann Zu, unter anderem Fucking Fireball Äh, mach das mal lieber nicht Fireball würde ich nicht empfehlen Bei dieser Sie können dich umbringen Hier ist überall giftiger Explosiver Rauch Feuerattacken sind hier ein bisschen Beschissen Ich weiß Und der eine Typ steht da Ich rate hier von ab Wieso kann ich hier nicht einfach auf die Wand Fireballen Doch Sicher, dass es keine gute Idee ist So, Skelett Ah, okay, die sind auch dran mit Alles klar Ich bin noch nicht im Kampf Ich bin noch nicht im Kampf so viele dazu Ich habe noch nicht im Kampf Ja, ihr seid auch dran. So eine Scheiße. Und du bist tot. Ach du, passiert. Ich hab noch wieder Belegungsfinger. Du? Wieso? So. Skelette machen Skelette, Digga. Okay, du wurdest aus dem Ding gekickt. Gut, jetzt wenn ich noch losse. Dann werde ich mal... Dann muss ich mich wohl um ihn kümmern. Warum hast du mir den Fernkampf angegriffen? Warum hast du Fernkampf angegriffen? Weil ich es nicht geschafft habe, bis wann? Was war das jetzt? Das war ein Skelett. Das eine, was ich noch übrig habe. Ich gehe in Bewegungsrate. Wird super wenig Leben, aber noch Fernkampf. Na komm, warum? Ich hab doch hier... Na komm, zack. Hä? Ich kann nicht angreifen. Dann hilf Astarion hoch. Mein Körper will nicht. Mein Körper ist unfähig. Lass da rein hochhelfen. Ja. Das geht. Sag mal! Steht hier irgendwo auf einem... Okay, ich bin verbracht scheinbar. Ah nice. Jetzt liege ich in der Säure. Hm. Jetzt haben wir noch... einen Fernkampf und ein Skelett. Schön. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, du wolltest die eingreifen. Hey, ich hab gesagt, let's try it. Wir haben es versucht, also... Ist die Animation bei dir auch so dermaßen verbuggt? Ja, ich zittere die ganze Zeit. Nein, ich meinte, das lässt halt immer auf die Stelle neben Astarions Kopf sie schießen. Ne, das nicht. Todesrettungswurf. Ich bin froh, offiziell sagen zu können, der Junge hat es doch noch geschafft, in seinem Leben zu töten. Einer steht irgendwie noch. Ja, da oben ist sie. Na, fantastisch. Ist gar nicht ausweichslos, die Sache. So, Astarion lebt wieder. Ja. Kann man Nebelschritt... Soll ich Nebelschritt hier rein machen? Ist doch nicht eine blöde Idee. Nebelschritt da rein ist eine äußerst dämlich Idee. Ich kann Nebelschritt hier hoch machen. Rettungswurf. Wenn du den Kampf gewinnen würdest mit Astarion, dann könnte ich mich wieder... hätten wir eine Chance. Okay. Das ist schlecht. Sehr schön, dann kannst du mich mal wieder hochheben. Astarion. Oder auch nicht. Schwierig, da du jetzt gerade gestorben bist. Okay, dann gehe ich mit der Selmans Lager und du mit Astarion und wir holen unsere Avatare zurück. Das gute Mangel ist noch... Hast du noch Geld dafür? Bei Astarion? Nein, aber ich habe zwei Wiederbelebungsschriftrollen. Ich muss nur irgendwie rüber zu meinem Charakter kommen. Der liegt in der Säure, das wird nichts. Ich hoffe, Lesser hat noch. Deinen solltest du holen, aber... Ich hoffe, Lesser hat geht's. Du meinst ja noch die Wiederbelebungsdinger. Ich bezweifelst. Ich werde hier in deinem Kamm sein, für wenn du immer brauchst du meine Services hast. Aha. Ich kann nicht. Sei sicher, es ist nicht gut. Na komm, bitte. Du musst aufwenden. Du musst aufwenden. Du musst aufwenden. Das ist der Preis von Banner. Gut geklärt. Okay. Ich bin wieder überlebt. Das ist gut, ich auch gleich. Moment. Dann nimm jetzt das... Los. Und dann hol dir das Ei. Ich mach mal Stufen-Upgrade. Ja, das will ich jetzt auch tun. So, jetzt müssen wir neue Features kriegen. Auf Stufe 7. Bin gespannt. Nein. Astarion. Astarion. Ruhe dir, Stufe 2. Oh, endlich kann ich Plage. bei Ewarts Schwarze zum Hagel sind nötig und... Ah, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich Stufenaufstieg für Paladin oder für Druide nehme. Das ist interessant. Mhm. Ich mach Stufe 2 für Druide, oder? Bei Paladin bin ich Stufe 5. Wann sollte ich bei Paladin weitermachen? Gönn dir erstmal 3 Level auf Druide. Okay, Resistenz hätte ich. Schillerak. Oder wie das heißt. Das brauchst du nicht. Der Stab oder Knippe wird magisch. Er bewirkt 1-8 Wuchtschaden. Okay. Resistenz könnte ich haben. Könnte was helfen. Flammen erzeugen könnte ich. Und Gift verspülen. Ich glaub Flammen erzeugen ist gar nicht schlecht. Feuerschaden. Zauber vorbereiten. Mit Tieren sprechen. Ah, jetzt kann ich glaube ich Tiergestalt. Das wird jetzt dazu gefügt. Exakt. Ja, das... Jetzt könnt ihr... Ich könnte Tierfreundschaft hinzufügen. Also Heilzauber brauche ich nicht. Wunden heilen und so. Nicht mal raus. Das ist blödsinn. Gute Beere. Donnerwoge. Donnerwoge ist, glaub ich, gut. Das nehm ich mal mit rein. Das könnte echt geil werden. Personen bezaubern. Oder verstricken. Was soll ich nehmen? Äh, das kannst du entscheiden. Die Zauber sind alle relativ gut. Tierfreundschaft. Ja. Ja, hab ich glaub ich schon. Von Paladin aus. Sprung verbessern. Also ich würd mal Wunden heilen und heilen das Rot würde ich mal nicht mit reinnehmen. Ich bin hier... Bin auf Angriff. Prinzipiell, ein Paladin kann auch durchaus gerne... Verstricken. Äh... Druide. Heilzauber lernen. Ja, du bist trotzdem auf Paladin. Verstricken ist aber, glaub ich, gut. Das ist ein guter Angriff. Nehm ich. Ja, bei mir gibt's ja ein Ki-Ei. Und ich bin im Gefängnis. Du hast ein Schlossklappenwerbzeug dabei. Ja. Äh, erstens. Ja. Ja, sonst wirst du da drin sterben. Ich glaub ich hab Säureimmunität aktuell. Was tust du? Vollidiot. Alter. Wer ist der Vollidiot? Wollt man einen langen Rast machen oder? Ja, ne. Ich hol jetzt erstmal das Ei. Okay. Ich hab's jetzt einmal versaut. Bin einfach durch die Säure gelaufen. Auch nicht schlecht. Hm, passt schon. Ich belebe dich nicht wieder. Ich hab, ich hab eine weitere Glyphel. Eine weitere Glyphel. Oha. Ich hab hier... Der hat Stiefel. Säure kann dir nichts anhaben und du bist Residenz gegen Säureschaden. Also... Könnte ich brauchen. Ich bin tot. Tja. Zu spät. Ich werd dich nicht wieder überleben. Ich kann dir die Säure Stiefel aber geben. Ja, das ist super optimal. Dann kannst du die Leiche irgendwie da rausziehen oder rausbewegen. Ich geh jetzt nicht in die Säure um eine Leiche und ihre Leiche rauszubewegen. Aus dem geht das wahrscheinlich nicht. Ja, das ist halt scheiße. Aufheben nicht möglich zu schwer. Nein. Gut, dann muss ich da jetzt tricksen, Moment. Das ist das da genug. Ja, ich weiß, aber ich muss auch... Ich hab auch kein Geld. Ich hab auch absolut kein Geld, also... Vergiss das. Was tut der Idiot hier? Mein Gott. Alter, dass die Charaktere halt nicht automatisch springen, das ist so ein Pain. Meine Fresse. Ja, hier springen. Okay, die Schuhe darfst du ihm jetzt gerne geben. Die Schuhe sind bei dir. Bei Adris. Cool. Danke, dass du das dem sterbenden Charakter die Dinger nicht mehr irgendwem anders geben kannst. Gibst du nicht dem lebenden. Das ist sehr schlau gewesen. Na, ich hab's gesagt, gibst du mir. Ich dachte, dass du nachdenkst. Okay, gut. Ist jetzt egal. Muss das jetzt alles im rundenbasierten Modus kurz gehen. So. Ich bin ne Katze. Weil jetzt brauche ich Timing. Das ist schön für dich. So. Das hier brauche ich. Dann... Da muss ich, glaube ich, die Runde skippen. Das darfst du gerne auch tun. Ich mach's ja gerne. Du kannst dich nicht wieder nehmen, du bist tot, tot, tot. Also. So. Ich weiß, weil ich kann eine Sache tun. Einmal. Hallo. Was für Ziel ist blockiert, Alter. Ich bin hier durch den Käfig wahrscheinlich. Boah, das ist so dumm. Tut mir leid, aber das ist so dumm. Da ist noch ein bisschen Kälte im Inventar. Um dich wieder zu holen von da zu aus. Jetzt geht das so. Ja, und bist durch die Säure sofort wieder tot. Sandro, hilfst dir auf. Was ich jetzt eigentlich gern gewollt hätte. Allerdings war das offensichtlich eine... Allerdings hatte er scheinbar keine Aktion, weil Gründe. Ja, es gibt die Runde und macht das den nächsten. Ja, cool. Dann kriegt er jetzt auch wieder Schaden. Dann ist das auch wieder scheißern. Das ist... Oh, das ist auch wieder lächerlich. Jetzt geht es bei den anderen auch die Runde durch. Okay, ich hatte Glück. So, du bist wieder dran. Jetzt hilft dir auf. Ich hatte Glück. Ich werde jetzt hier einen mächtigen Trank auf ihn schmeißen. Es wirft nicht daneben. Und raus dort. Tue ich nicht. Und jetzt bewege ich Astarion hier raus. Und raus mit dir. Und dann mach mal eine lange Rast. Ja, und jetzt werde ich die gute alte Mönchsbewegung gleich weiter verwenden. Jetzt können wir eine lange Rast machen. Wie? Zum Ficken ist das jetzt passiert? Egal, raus dort. Lauf einfach nochmal raus. Kann ich nicht. Weil offensichtlich... Beende die Runden basierten Modus und dann können wir ins Lager gehen. Und ab ins Lager, dann machen wir einen langen Rast und dann ist gut. Kann im Moment nicht benutzt werden. Ja, bitte. Mach einen langen Rast. Hat vielleicht sogar noch funktioniert. Ja. Er ist mit EIN-Eig-Spiel. Er ist mit EIN-Eig-Spiel. Und du musst dann denken, dass du wieder in der Säure wieder nachdenang bist. Boah, meine Fresse, ist das eine nervige Scheiße gewesen. Ich hab dich gewarnt, dass das Scheiße wird. Ja, nee, da war halt legit nichts auf dem Weg. Hast das Ei jetzt, oder müssen wir da nochmal hin? Ich hab das Ei nicht. Okay, der Spaß geht also weiter. Der Spaß geht weiter. Aber ich weiß jetzt, wo die zwei relevanten Glööfen sind, das passt schon. Aber du bist nicht der Einzige, der Leben uns hatte. Ich hab da... Im Tag gehört schon, wo ich das gemacht habe, hab ich auch... Ich bin auch 22 mal gestorben gefühlt. Ja. Dann los in die Säure. Let's go. Du wirst wieder in der Säure aufstehen. Nein. Oh. Sehr schön. Na dann. Dann macht mir den ganzen Spaß nochmal. Jetzt könnte ich halt Dispel-Magic benutzen, beziehungsweise gebrauchen. Na ja. Na ja. Ja, ich hab natürliche Erholung. Für außerhalb von Kämpfen genützte Zauberkräfte auf. Aha. Interessant. Ich habe das Ei. Sehr schön. Was soll ich tun? Zurückkommen. Wenn du das Ei hast. Aufheben und zurückkommen. Ach so. Ähm. Ich trete es mal nicht kaputt. Nimm es auf. Nimm es in deinem Inventar und... Raus mit dir. Alles gut. Siehst du hat doch funktioniert. Es war nur... Nervig, weil... Weil offensichtlich die Glyphen in den Radius von... Unbegrenzt haben, wenn sie Lust drauf haben. Ich geh hier schon mal ein bisschen undercover als Katze. Bist du eine Katze? Wir brauchen eine kurze Worte. Schönen. Hier wird es jetzt weiter zu der Dingens gehen. Ja du. Ich hole erstmal die beiden als Zombies wieder. Bist du dich ja auch lohnen. Du kannst im Moment nicht sprechen. Ach was. Miau. Ich kann Leute dadurch... Ich habe etwas Gutes, wenn ich Miau als Klassenaktion nehme. Ich errege die Aufmerksamkeit von der Kreatur in der Nähe, um sie näher zu dir zu locken. Ich kann Leute damit ablenken. Im Kampf. Oder was er im Kampf ist. Dann kannst du Sachen machen. Der hat zwar nur zwei HP. Ich weiß nicht, will ich den Typen umbringen, der jetzt hier gerade am Bildputzen ist? Nein, willst du nicht. Will ich wirklich nicht? Nein, willst du nicht. Da hat ja etwas Interessantes dabei. Ich will diesen Silberpaaren wirklich gerne haben, den er hat. Ich habe ihn mal ein bisschen abgelenkt. Das war sehr toll, weil ich wollte eigentlich gerade einen Sneak Attack auf ihn machen. Beziehungsweise. Also wir töten doch jetzt alle. Ich töte alle. Das musste ich nicht sein. Das mache ich nur, weil ich jetzt ein Level abkriege. Aber wir töten jetzt, wir kämpfen jetzt gegen alle anderen. Ja, passiert. Ich meine Katze mit zwei HP. Wenn der Wildchip zu Ende ist, dann ist das auch tatsächlich zu ändern. Du bist wieder normal. Ich weiß aber. Hatten die Verwandlungen und die Wildchips nicht tatsächlich mehr HP? Oder muss man das auch leveln? Die haben mehr HP, wenn du mehr als eine Katze bist. Ja, natürlich töten wir alle. Das sind immer noch Kits-Yunkie. Die sind scheiße. So ein Scheiß. Die haben eine Katze getötet. Das muss geklänzelt werden. Ja, gut. Ich hatte einen Namen. Da bin ich ja gerade dabei, ne? Ich hatte einen Namen, ey. Ich bin ja gerade dabei, alles easy. Ey, 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 ey. Du hast eine Katze getötet, ey. Sag mal. Bist du Bronco oder was? Oh. Ah, sie sind versammelt. Schlipp. Mein Plan hat funktioniert. Jetzt sag ich mal. Ey. Sehr schön. Vorsichtig. Tot. Und der nächste. Ey, feuer dich. Du warst nicht getroffen. Ich habe extra geguckt. Dann war es so scheiße, dass du dich bewegt hast. Dann halt so. Du bist dran. Eine noch. Und die Katzen töten. Sehr schön. Oh, Adres kann leveln. Ja. Ja. Deshalb wollte ich das ja auch machen, weil alle haben jetzt ein Level abgekriegt, außer mein Director. Ich nehme einfach mal die Rüstung ein, damit sie nackt ist. Feel free. Ich habe sie nicht. Das ist merkwürdig. So, jetzt darf ich Stufenaufstieg machen und dann kann ich mir endlich das eine Level überhaupt geben, was ich brauche. Nein. Ich möchte bitte einen Schubel annehmen. Ich kann auch einen Wolf. Der hat tatsächlich abzunehmen, das ist cool. Ja, der Wolf ist cool. Ich kann auch eine Spinne. Und das finde ich nicht ganz so toll. Die Spinne ist auch nice. Was cool ist, als Paradien kriegst du später Auren und so weiter. Die sind alle weiterhin aktiv, wenn du in Wildshare bist. Zumindest theoretisch. Dann wollen wir mal durchlaufen. Dann wollen wir mal durchlaufen. In diesem... Erstens in dem Bereich war ich, glaube ich, schon. Zweitens. Ich glaube, in dem Bereich haben wir auch alle getötet, soweit. Das ist gar nicht auffällig, wie ich hier rumlaufe. Ja, hallo, Plünderer. Hallöchen. Wuff. Ich gehe hier mal lang. Nicht erreichbar. Oh, schade. So, was tun die hier? Ich kann mit ihnen reden. Ich kann mit ihnen nicht reden. Hab ich es verpackt? Du hast es verpackt. Ich kann mit ihr reden. Soll ich sie einfach zeigen, oder? Natürlich habe ich hier eine Waffe. Wollt ihr euer Blut darauf sehen? Ich glaube, ich habe was ihr sucht. Ich würde von... Wir töten sie sowieso. ...wurde von euren Wachen vorgelassen. Ich soll mich beim Inquisitor melden. Beschreibt mir die Waffe, die ihr sucht. Ich soll mich mit den Gedankenkrankten Station melden. Ist deine Gedanken schon in der Invasionen im Gange? Warum ist das nicht eure Priorität? Ich bin für den Inquisitor. Den will ich oben liegen. Auf welchen Gründen? Ich soll mich zur Untersuchung in euren Krankenstation melden. Ich habe Weise für die Fliegenwahl-Invasion. Vielleicht hilft das eurem Inquisitor. Eure Prioritäten zu überdenken. Ich habe wichtige Informationen. Information. Wenn es nicht über die Waffe, die wir suchen, ich bin mir nicht interessiert. Ich habe dir gesagt, sie werden nichts stoppen, um es zu retten. Täuschen, ich weiß nichts von einer Waffe. Ich habe was gebraucht. Na, du bist schlecht. Hast du ein hohes Chaos? Mal versuchen es. Ja, eigentlich schon. Dann, let's go. Plus zwei. Könnte klappen. Oder auch nicht. Und trotzdem, dein Gesicht hat dich verletzt. Du hast es gefunden, nicht wahr? Shemar zahle, Flakith. Gib es mir. Nein. 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 Oho. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das war dumm. Ich glaube, das war nicht so gut. Wir sind im Arsch. Haben wir gespeichert. Die Inquisition wird endlich zu einem Ende kommen. Vorhin, vor dem Ei. Das ist ein bisschen scheiße. Aha. Aha. Strafz! Trägerie! Ich sage euch, wir können das nicht loswerden. Wie hast du... Du manipuliertest, wenn ich das nicht kann? Es scheint, dass du eine Situation ist. Du bist glücklich. Es ist nicht für mich, zu fragen, warum. Geh, seh den Inquisitor unten. Und geh das Kurs-Tag mit dir. Okay. Ja, nice. Wir kommen also durch. Machen wir sie trotzdem fertig. Ich habe nur einen Feuerball. Pfff, sie hat Würfe. Aber lasst sie uns erst mal durchlassen. Und wir können sie auf dem Rückweg, wir können... Lass uns auf dem Rückweg sie abschlachten. Lass uns erst mal friedlich rein gehen. Alles klar. So, da kommen wir jetzt zu der Götterne rein. Ja, aber der Kurzbrunnen bin ich endlich profischend. Hier gibt es noch eine Kiste zum Muten. Was ist denn hier? Ein bisschen Größe und eine Bombe. Das brauche ich nicht mehr. Let's go. Na dann rein hier. Äh, was? Ich war noch am Inventar. Das ist jetzt dieser großartige Dialog mit der Götter im Blech. Du hast die Holztruhe schon gedrutet. Ja, da war nur ein bisschen Gold drin. So, ich bin mal im Gespräch. Gut, ich gucke mal, ich drücke dich an in der Zwischenzeit. Töne. Du hast eine komplette... Ich habe gehört, dass es so viel Kompon-Blood gibt. Die Wege. Nicht tun. Du hast nicht die Inquisition. Ich habe nicht gespeichert vorher. Ist doch egal. Warte, ich kann jetzt speichern. Nein. Einfach nur um das No von ihr zu hören. So, es ist fest. Vielleicht muss ich halten. Flakithgorg, Skatsai. Meine Königin. Skatsai. Du bist verpflichtet, mich zu sehen. Du bist mich anwesendet. Die Todesklinik hat gesprochen. Du wirst beheben. Niederknien, höflich wirken, winken, dich nicht von der Stelle rühren. Wer genau seid ihr? Jetzt erwartet ihr ein bisschen die Istik-Education. Aber hier, wir knallen, bevor wir uns... Okay, jetzt bin ich gespannt. Du bekommst das, was uns ist. Aber bist du Freund, oder bist du Thief? Nein, es ist nicht dein. Und das ist wichtig, dass du diese Angelegenheit hast. Die Angelegenheit. Die Astral Prison. Sie ist korrekt worden. Ich werde dich für dich cleansen, meine Königin. Sag mir, wie? Es gibt jemanden drin. Seine Bind ist verbrannt, verbrannt. Ein Blut! Sie sind ein Agent des großen Designs. Die Astralprismen zu sabotieren. All-Lath-Defense gegen den Rückkehr des unlieferten Krieges! So lange wie sie leben, wird die Präsenz verabschiedet. Möchte sie! Mach das, und ich werde dich und deine Alliöser bequenzen. Mach das und ascend! Ascension. Meine Königin. Eine Ehre bekommen. Eine Verbrechung geboren. Du musst erzielt. Entschuldige. Und du wirst meine Führung wissen. Du bist auch geliefert. Ich werde mich gebeten. Skrath! Mach nicht meine Königin! Ja, ich werde das Prisma betreten und die Person darin töten. Nein, vielleicht befreie ich die Person darin. Mach das doch selbst, wenn ihr Götin seid. Ja, wir können dir erstmal versprechen. Weißt doch, dass ihr es da noch verdient habt. Ja, wir werden uns nicht ein paar Sekunden gewinnen. Wir werdenح der Bühne im Zweck. Töne es lieber. So hättest du es, mein Schade. Sie werden nicht gebeten. Noch eine Sekunde. Mach es nicht! Das ist ein Witzmodus. Ich fange aus. Komm jetzt, wir gehen rein. Muss ich. Das wird tatsächlich interessant. Das Witz aus der astralen Prism, als es beginnt zu fliegen. Wir sind nicht stark genug, um den Imperator zu töten. Zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht. Kann immer noch heftig wirken. Nee, ich meine, er lässt uns nicht. Das ist ja... Nicht, das war das nicht. Er lässt es nicht auf den Kampf anfangen. Basis. Ungefüttert von Zeit. Der astralen Plane. Just wie ich es hatte. Wie gesagt, lass mich das machen. Sag mir. Bist du derjenige? Du kannst jetzt mal meine Traumbeläterin sehen. Dann komm. Wir müssen sprechen. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, dir zu vertrauen. Ich habe dir gesagt, bleib weg von den Gif Yanki. Ich habe auch noch eine Gif Yanki. Das ist grad ziemlich ironisch. Sie ist einfach eine Gif Yanki. Ich habe dir gesagt, bleib weg von den Gif Yanki. Das ist grad so ein bisschen... Du bist hierher gekommen, um mich zu töten. Ich habe dir gesagt, ich habe den Artefakt von jemandem. Ich habe ihn von jemandem. Ich habe ihn von jemandem. Ich habe ihn von jemandem. Seitdem, sie wurde... ...desperate. Ich habe ihn von jemandem. Ich habe ihn von jemandem. Er ist ein Geiss, so großartig, dass, wenn seine Leute einmal herausfinden, das wäre die Ende der Gerät. Die Ende der ihr. Das gleiche Geiss ist, wie ich Sie von dir aus dem Absoluten. Ich höre Ihre Gedanken. Sie denken, ich bin lying. Vlack ist, dass ich Sie versuchen, Sie zu retten. Aber das, was ich zu retten? Ich habe Sie zu retten? Ich will das gleiche Sache wie du, Freiheit. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin seit dem sehr Anfang. Flakid soll verdammt sein, wenn sie irgendwann tot wird, soll sie euch selbst holen. Soll das ein Trick sein? Eine Gütin hat mir befohlen, euch zu töten. Ihr müsst sterben. Ich habe dir bereits gesagt, dass ich dich beschreibe. Dass ich dich scheibe. Wenn das nicht genug war, um dich zu überzeugen, was mehr ist da zu sagen? Ich habe wirklich gedacht, dass du nicht würdest. Wir könnten so lange sein, dass du nicht würdest. Ich habe viel mehr. Aber du musst das wählen. Ja. Also, du bist nicht zu glauben. Ich will nicht zu machen, um zu sprechen mit meinem Beklar zu sprechen. Also werde ich kurz sein. Du bist nicht zufrieden. Deine Überwachung ist auf meine und auf deine. Es ist weniger, als ich will. Aber es ist, wo wir stehen. Ich weiß ein secret, dass Blakid nie will, dass sie nie bemerkt werden. Es ist die Grund, warum sie ihre Menschen mobilisiert, um die astralen Prism. Es ist, weshalb sie dich schrieb, um mich zu töten. Und weshalb sie dich töten, wenn du diesen Ort verlässt. Schön. Seitdem wir beide beteiligt sind auf deiner Möglichkeit, das zu überleben, würdest du gut daran erinnern, dass ohne mich, du wirst ein Mindflayer werden. Nun, Lea. Ich habe eine Kampf, um dich zu retten. Hast du meinen Königsbruch getötet? Ja, ich habe sie getötet. Technisch gesehen habe ich sie getötet. Technisch gesehen habe ich sie getötet. Ich werde sie nicht töten, sie beschützt uns vor der absoluten. Leider war dort niemand. Ich habe es versucht, Lea, doch das Ziel ist nicht zu töten. Ich glaube, dass ich noch ein paar Dinge erfahren. Eure Königin lügt uns. Unbeutbar. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Show mir deine Macht. Du wirst es auch noch mal versuchen. 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 Deine Gedanken werden ein. Du wirst die Wahrheit von deiner Konfrontation in einem instant. Vlaketh Tafkinazin. Ich sehe nur... Nur Schmerz. Meine Königin weiß meine Vertrauen. Sie würde mich nie verhindern. Wir müssen nach Charaa gehen. Er wird Vlaketh Tafkinazin. Sie muss darüber wissen, dass sie es nicht wissen. Das ist es. Ich habe hier auch noch mal den Dialog versucht. Dann sehen wir vielleicht ein anderes Ergebnis. Oh, schade. Geht glaube ich nicht. Dann werden wir schon erledigt. Nein, ist blockiert. Gibt es hier noch was zu... Gibt es noch einen Weg, den wir gehen können? Ja, da unten auch. Ja, hier liegt ein Toter-Legis-Yanki. Mit einer Todes-Wolken-Schriftrolle. Aha. Und hier geht es auch noch lang. Ja, da liegt ein Toter-Legis-Yanki. Mit einer In-Schrift. Äh, da können wir doch... Wir können theoretisch da wirklich lang springen. Moment. Das müsste doch gehen. Ungültiges Ziel. Verdammt. Ich kann tot springen. Ja, darüber sollen wir jetzt noch nicht. Sieht einfach nicht. Na dann mal wieder raus hier. Ja, dann gehen wir mal. Und warten auf andere Spieler. Jetzt bin ich gespannt, wie das rausgeht. Jetzt bin ich gespannt, wie das rausgeht. Jetzt bin ich gespannt, wie das rausgeht. Gut, wir werden ja abschlafen müssen. Gut, wir werden ja abschlafen müssen. Was auch das Ergebnis von Ihrer Besuchung zur Astral-Prisim. Flakith hatte keine Intention, zu lassen, beide von euch leben zu lassen. Okay, Kampf. Krass, Yilek! Mit mir! Bis zum Tod! Ja, jetzt mache ich erstmal ein schönes Sneaky Attack. Willst du den Boss machen, oder? Ich weiß nicht, ist das hier der Schritt? Äh, nein, das ist ein Jünger. Der steht vor uns, der... ...Inquisitor. Ja, ja, alles gut. Der Sneaky Attack, ja mal. Ja, wieso kann ich keinen? Warum bin ich zum Schluss dran? Oh Gott, wie nasswaffen muss es sein, natürlich. Jetzt habe ich natürlich keine mehr. Scheiße. Noch Saga. Du hattest mal einen Dolch, oder? Einen einfachen Dolch. Ah. Ich habe Kurzschmerz. 6 bis 9 Schaden. Kann ich dir geben. Nee, ich habe schon was. Nee, kann ich dir nicht geben. Musst es da in den Turn skippen, aber... Benutzen halt jetzt einen, Gefiyanki, Kurzschmerz. Mein Gott. Wirklich, warum Astarium immer? Astarium ist ein bisschen... Er ist schon wieder halbtot. Wir schützt eure Meisterskelette. Los. Du bist mit den Skeletten gegen den Boss angetreten. Ja. Die Skelette sind fucking stark. Mit dem Nicotic Schaden. Ja, dann verwandle ich mich erstmal und gehe mal ein bisschen bei den kleineren Gegnern stiften. Wenn du das tun kannst. Fireball, let's go! Dann mache ich jetzt mal Tiergestalt. Sofern das geht. Besteht noch ein gutes Ausrufzeichen. Wenn wir mal gespannt, ob das geht. Hm. Ein Fireball offensichtlich. Jetzt hast du es so schön angekündigt. Ich kann ein Eismesser auf vierter Stufe casten, was super viel Schaden machen dürfte. Relativ viel. Na ja. Halbweg kann man gekürzt. Okay, der Seel ist dran. Mhm. Wenn wir dann hoch dort. Vorsicht, Eisfläche. Ich muss erstmal keinen Kopf machen. So Mist. Ich bin ein Nebel Schritt. Ich bin nicht aus der Schussreichweite. Ich bin nicht aus der Schussreichweite. Ah verdammte Mist, das ist halt doch. Schön, dass der Mönch nicht als gefährlich angeblendet wird. Ja. Ja. Das bringt dir aber den Vorteil, versteckt anzugreifen. So, ich versuch... Ne, Tiergestalt kann ich leider nicht. Schade. Ja, du hast alle Ladungen verbraucht für sehr sinnvolle Zwecke. Und ja, Tiergestalt hat Ladungen. Bist du an den Rasten, oder? Ja, natürlich. Lange Rast gefresht. Also, du hast aktuell, glaube ich, zwei Dinge und zwei Ladungen an... Ich werde es auch wunder schaffen. Guck mal durch, ich mache mit dem Boss, ich kümmere mich auch mit die... um die Andere. Um Gottes Willen, beim Teleport wird die ausgerüstet. Das ist so lächerlich. Schaut so aus. Bisher geht es gerade nicht so gut. Oh, Skelette, macht ihr... macht ihr das jetzt? Darum geht es noch ziemlich gut. Warum greift ihr eigentlich nicht in der See an? Keine Ahnung, dass wir jetzt fucking Feuer machen. Hier. Na dann, auf ihn. Ja, ich bin gleich weitig. Sehr schön. So, aber leider haben wir noch nicht genug. Und du diegst wieder. Fast tot. Du, ich mach doch. Was soll denn der Mist? Ich habe meine Armbrust verloren. Das ist so ein bisschen... Äh, ja. Keine Fernkämpfe mehr. Die kann ziemlich gut ausweichen. Die kann ziemlich gut ausweichen. Na doch. Ich bin noch da. Okay, es ist weg. Ich glaube an uns. Ich müsste einfach einen Heiltrank nehmen und dann auf ihn mit Gebrüll. So, next try. So. So, jetzt. Dies habe ich nicht den Finger gemacht. So, jetzt. Ich habe doch was. Greif ihn doch mal an. Ich bin angeblich nicht im Vorteil gegen einen Typen. Weil er einfach der Boss ist. Jetzt kümmere dich auf andere Weise um ihn. Ja, dann muss ich halt hier normal angreifen. Mein Gott. Ich habe jetzt eine schwache Waffe ausgesucht. Hauptsache erst mal da unten. Die anderen kriegen wir mal irgendwie hin. Also mir geht es noch relativ gut. Die Skelette sind dran. Ich habe gesagt, die müssen nur einmal treffen. Jetzt muss der zweite auch noch treffen. Sehr schön. Das waren 24 Schaden. Das waren 24 Schaden. Ist du noch? Schade. So viel dazu. Ja, auch mal vier Schaden. Der ist fast down. Komm mal Astarion. Mach ihn alle. Ja. Der hat. Ich würde sagen. Der hat eine Phantasmal Force. Das heißt, er kriegt jetzt jede Runde Schaden. So weit ich mich richtig erinnere. So weit ich mich richtig erinnere. Er liegt erst mal. Oder ich kann... Und er ist tot. Ähm. Sein Hals. Entschuldige, bevor die anderen kommen für uns. Er steckt in der Wand. Als er immerhin gerade getötet hat, hat er auch nicht mit das Genick gebrochen. Ich war da. Der selber das. Na toll. Na komm. Mach alle. So. Sehr schön. Das schafft man noch. Zwei Gegner. Sehe ich hier. Und der Seh ist am sterben. Und Moni ist am sterben. Na. Passt. Ach Starion lebt noch. Ja. Dem geht es noch sehr gut. Einmal eine Help-Aktion. Kann er irgendwas anderes tun. Wenn du sagst, wir schaffen den Kampf nicht. So. Hier ist noch einer. Dann hören wir mal. Das war fast nicht möglich. Ich bekomme noch einen Fernkampf Angriff auf sie. Ja. Ah. Das wäre so gut gewesen. So. Das ist grundsätzlich. Ich habe Bonus-Aktionen. Und wenn ich basiert auf Bonus-Aktionen, siehst du. Auf geht's. Sehr gut. Hier wieder aufhelfen. Ich bin schon in der Nähe. Und ich habe mir alles von ihm genommen. Natürlich habe ich wieder gelootet. Ich glaube wir brauchen eine lange Rast. Erstmal muss ich mit Schattenherz legen. Äh mit. Das ist. Das ist. Das ist. Ganz cool. Ach ja. Das ist ein gänzenden Bruch. Ja. Gibt's was Gutes für eine Seele? Bei dem Boss. Ich gucke gerade. Er hatte glaube ich ein Scherz oder so. Er hat ein Diadem. Dieses Herz der Stöhne hat sich gerade eine Glaubenskrise aufgenommen. Sie testet mich. Ein Trial der Fahnen. Kalir hat mich vorbereitet. Nur die schwersten Säule sah zu den Astral. Ja. Ja. Ich könnte Vlackerts Gunst gewinnen. Ich weiß nicht. Du hast gerade ihren besten Mann abgeschlachtet. Konzentrieren wir uns auf den Grund unseres Hierseins und finden wir ein Heilmittel. All das und ihr steht Vlackerts weiterhin bei. Ihr seid öde wie dumm. Ein beeindruckender Glaubensbeweis, ob er eure Königin ausreicht. Ihr seid nur ein Feind unseres Volkes. Das müsst ihr akzeptieren. Was soll ich nehmen? Konzentrieren wir uns auf das Heilmittel. Ja, ich lute hier erstmal fleißig. Uh, was haben wir hier? Elementare Steigerung. Der steckt mit dem Kopf in der Wand. Okay, das ist sehr viel stärker als das Magröger Schoss Ding. Lieber eine Magic Misser weniger als... ...das. Ich habe eine ganz blöde Idee. Deswegen spreche ich euch gerade mal. Ah, geht das nicht. Schade. What are you doing? Ich wollte noch mal den Ebenen wirklich aktivieren. Noch mal mit der... Ich komme Klacken noch mal hervor. Ja, apropos, wir bräuchten glaube ich einen Short Rest. Wir brauchen einen langen Rest. Ja, können wir gerade nicht. Wir müssen uns erstmal durch die Rest der Krippelgrügel. Das heißt, erstmal voll werden. Und dann machen wir das mal. Hier ist noch eine Kiste. Oh, okay. Auch wieder stark. Es gibt sehr viele Kiste. Schrift oder Schutz vor gut und böse Methoden sprechen. Okay. Und hier ist noch ein paar Trinken. Lathander bietet dem Setzten Son einen lieben Aufmerksamkeit. Aha. Ein bisschen Gold. Du bist ein bisschen überladen. Äh, ja. Ich muss gerade ein bisschen Zeug ins Lager schicken. Vor allem hier halt sowas. Du brauchst noch einen Brunzerbarn. Ich habe noch Betrachter-Augenstile. Warum habe ich Betrachter-Augenstile? Und warum sind sie essbar? Du brauchst noch einen Brunzerbarn. Von Moni. Äh, ich schicke jetzt erstmal das ganze Zeug. Ans Lager. Also gerade nicht. Also gerade nicht. Ich habe das ganze Zeit noch nicht gelootet. Dann habe ich gelootet. Ich bin fertig. Deshalb war der nun gegen dieses scheiß Eis. Oh, ich habe das Blut von Lathander. Also wir haben jetzt Zugriff darauf. Du hast ja bei den Tischen noch nicht gelootet. Oben. Die Statue beginnt zu rotieren. Aber seine russische Mechanismen jammt. Oha. Die Statue beginnt zu rotieren. Aber seine russische Mechanismen jammt. Hast du Öl, um das zu ölen? Du musst ein Öl drauf werfen. Wirf mal eine Ölflasche drauf. Ich guck mal, ob ich Öl habe. Die Statue beginnt zu rotieren. Aber seine russische Mechanismen jammt. Die Statue beginnt zu rotieren. Aber seine russische Mechanismen jammt. Die Statue beginnt zu rotieren, aber seine Rust-Mechanismen steckt. Ich habe sie dazu gerät. Hast du eine Flasche Öl dabei? Nein, keiner von uns hat Öl dabei. Ich habe einen Naturlinen Tank. Was ist in der Vase? Hier ist Öl. Ich würde es mal versuchen. Eine andere Strecke in den Tod. Wieder! Wieder! Ah, es hat was gebracht. Den Autoloiden Tank hat es gebracht, Modi. Ja, offensichtlich. Pure Verschwendung, aber was so ist. Hey, es hat funktioniert. Der hätte im Kap so viel helfen müssen. Der hätte im Kap so viel helfen müssen. Es gab Statuen hier und die Wandgemälde, die das irgendwie gezeigt haben. Ähm... Tja... Ich werde es jetzt einfach at random probieren. Guck gerade vor. Ganz viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. So viele Positionen hat er nicht. Es muss ja beide gleichzeitig sein. Es muss ja... Es muss ja... Zwei mal vier. Jetzt sind nicht mehr so viele. Moment zwei, drei, vier... Jetzt sind es noch genau vier. Okay. Es gibt ja die Möglichkeit... Oh. Ha! Habs geschafft! Was gibt's denn da tolles? Äh... Das blöd von Dathander. Komm mal mit. Da war ich auch mal mich. Du hast die Statuen auch wahrscheinlich nicht gedreht. Und ja... Wieso? Eine geheime Treppe. Let's go! Cool. Was? Ein geheimes Genach. Ich glaube... Da können wir nicht durch. Und wir müssen das noch mal hier zu lösen. Hier gibt es eine Energiequille. Vielleicht können wir die lösen. Dann... Na gut. Dann... Können wir. Okay, jetzt können wir durch. Ich hätte übrigens Öl dabei gehabt. Jetzt können wir durch. Gut, dass wir einen Autorinentank verschwendet haben. Äh... Egal. Ich entschärfe. Dann entschärfe mal. Solise 27. Okay, wir müssen hier wieder so einen Stein finden. Energiequille. Und wie kommen wir da durch? Ich habe jetzt eine Tafel. Lavanders Licht kann vielleicht infinit sein. Aber seine Heilung ist nicht. Zurück. Jetzt. Jetzt. Okay, irgendwas mit Licht. Ah, warte. Wir müssen um die Ecke schießen. Hier ist. Der Weg ist unterbrochen. Ja, da unten. Es wird schwierig. Hast du eine Magic Missile, die du da aufhinden kannst? Ja, theoretisch. Versuch's mal. Und nochmal. Das funktioniert tatsächlich. Sehr schön. Das ist ein Magier. Hat aber nichts gebracht. Der doch ist nichts. Und die hier. Guck gerade. Bis hier oben irgendwo. Ja, andere Seite. Hier hinten. Der zeigt mir. Indem du drauf feuerst. Ich schau's jetzt mal ein Spiderschlupe Spellslot draus. Aha. Ja, komm. Sehr schön. Und jetzt entschärfen. Magier. Magier, beste Klasse. Ja, mal entschärfen bitte. 26. Nice. Das ist nichts, da haben wir schon. Okay, hier sind wieder Statuen. Ja, die sind aber dann dekorativ. Glaubst du? Der Mönch freut sich. Sprechen wir vor gleich. Das ist Blut von der Fange. Ich glaube, da sollte man nicht hinlaufen und ist einfach neben. Das könnte sein. Aber ich habe ja was zum... Hier. So, wo habe ich jetzt das Wappen? Das habe ich ja extra aufbewahrt. Vorsicht, ich setze ein. Achievement. Blutentnahme. Stahl. Okay. Ich darf ja. Ich bin ja offiziell Mönch. Aha. Cooler Gatzi. Was kann die Waffe? Das ist meine Waffe. Ich weiß es nicht, aber ich will sie. Sieht aus wie ein Morgenstern. Ist es wahrscheinlich auch. Also ist für mich eher nicht so eine Waffe. Einmal pro langer Rast zwei bis zwölf Trefferpunkte zurück, weil die Trefferpunkte auf null. Also ich bin erstmal unsterblich. Dauerhaft Licht im Umkreis von sechs Metern. Unholde und Untote, die sich im Licht befinden, sind blind. Ui. Das wird mal gegen Kasador kämpfen. In Akt 3 wird es eine echt geile Waffe. Vor allem Sonnenstrahl kann das Ding auch. Und es hat eine Waffenverzauung plus 3. Ja, dann sage ich mal. Nimm das. So, fuck it. Nimm das. Ich nehme das. Das wird Gold wert im Kampf gegen Kasador. Wir werden wahrscheinlich erst da uns Quest 3 verfolgen. Und Kasador, den kannst du einfach. Ich sage es dir sehr gerne. Die Schatten in Akt 2 sind alles Untote. Gelten alle als Untote. Ich sage dir Kasador, die kannst du einfach kampfunfähig machen, indem du ihm Licht aussetzt. Das heißt, du hast einfach einen Bosskampf. Mit dieser Waffe kannst du den Kasador. Und da wir diesen Kampf betreten mit drei Mitgliedern. Bei Astarion wird sich, wird von ihm gefesselt werden. Und wir werden nur mit drei Mitgliedern kämpfen können. Ist diese Waffe Gold wert. Und wenn ich dann, wenn ich dann noch, wenn ich auch noch, wenn ich als Druide mich noch ein bisschen level. Und dann, dann müsste auch irgendein Tageslicht als Fähigkeit dazu kommen. Dann können wir den richtig... Ich habe Tageslicht, beziehungsweise die stärkere Version davon bereits jetzt. Na dann, dann ist der... Aber wenn ich es noch dazu kriege, eine schwächere Version, dann ist der... Dann ist der... Dann ist der Kasador am Arsch. Dann wird es der leichteste Bosskampf, den wir hier haben werden. Dann wird es der leichteste Bosskampf, den wir hier haben werden. Dann lass uns mal wieder mal hier raus verschwinden. Ich bin hier schon raus verschwunden. So, ich guck mal kurz was nach. Ja, Zweck und Ohren spannend werden. Mal gegen die Schatten. Gegen die Schatten könnte das Licht. Die Lichter könnte auch was Kerles werden. Ich bräuchte halt tatsächlich noch eine Fineswaffe eigentlich. Weil ich auch überhaupt gehen möchte mit ihm. Vielleicht gebe ich das einfach dann. Das ist eigentlich auch wieder scheiße. Ich muss mir auf Level 8 wieder Doppelwaffe holen. Bin hier schon mal auf dem Weg nach draußen. Ja, ich muss mir wieder zwei Waffen holen. Ich könnte dich vielleicht im Kampf gebrauchen und nicht gleich hier noch ein paar Wachen bringen, ne? Alles easy. Ich habe jetzt gerade nur was nachgeguckt. Ja, cool. Eine der stärksten Waffen im Spiel. Einfach mal mitgenommen. Freut mich. Ja. Oh Mann, ich hasse das. Du hast ja schon gewundert. Ich bin wieder zurück. Ja, ich weiß. Ich versuche auch gerade wieder hinzukommen. An der See kann man ihren Entbogen nehmen. Ja. Du fängst die Armkust. Wobei, ich sollte vielleicht auf Scharfschütze gehen. Auf Scharfschützen, Rogue. Dann kann ich mich trotzdem empfassen. Ja, dann gehe ich auf Fernkampf. Mit dem Mönch. Ja, das ist doch wahrscheinlich eine bessere Option. Weil die Waffe ist fucking stark im Kampf. Oh, ähm. Wie steht's schon? Ich habe hier schon Kommandanten. Oh, und ein paar Wolf- äh, die haben hier Kommandanten-Bosskampf. Komm mal, jetzt. Ich glaube schon, ob ich die... Ich glaube schon, ob ich die halbe Krippe loswerden wollte vorher. Erster Angriff. Und ich bin trotzdem mit der Start-On fantastisch. Gut, erstmal... Ich muss ihn... Oh nein! Oh nein! Du hast deinen Angriff nicht mehr. Ich kann die Waffe nicht benutzen. Ich kann die Waffe nicht benutzen. Ich kann mich nicht teleportieren mit dem Ding. Scheiße! Dann musst du wohl so angreifen. das habe ich nicht gedacht soll ich die waffe führen du nimmst du gehst aber nicht auf streitkolben das ist jetzt alles wer sitzt ein bisschen blöd ja ich bin ein schatten mich hallo ich kann nicht mehr in den schatten gehen hast du nicht daran gedacht dass denn dass die lichtwaffe gegen fünf schatten mönch ein bisschen unschön ist da musst du wohl ein bisschen umskillen da musst du vielleicht ein bisschen umskillen um die waffe zu benutzen dann musst du damit leben dass du die waffe nicht nehmen kannst ich würde die tatsächlich dir einfach geben aber ich kann ihn nicht nutzen money du kannst du nutzen sind streitkolben den kann jeder nutzen aber ich habe auf stabwaffen und auf 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 dings geskilled ich will es nicht noch mal ich will es nicht morgen das ist eine scheiße starke waffe sollte wirklich nicht verschwenden ich kann sie karlach tragen also theoretisch ja aber wie gesagt ich würde tatsächlich respekten wir brauchen halt magier entziehen das heißt dass starke wirst du schon mal raus kann karlach die tragen du wärst damit ich habe keinen bock deine waffe jetzt zu tragen wobei du die nicht haben kannst stimmt ja sie kann das theoretisch tragen aber wer hat schon wieder ihren bogen ich bin was mache ich denn jetzt ich habe ihr seid alle das hat alle gekehrt also ihr habt alle verängstigt ich ich schon mir gerade die einzige die richtung wo es nicht raus geht ja gut ich will jetzt mal wieder den schatten sprung bzw schattenschritt das ist meine armbust die dort liegt ich habe meine armbust fallen lassen das ist ein bisschen scheiße ich sage hallo zu der dame und hallo zu der dame verdammt ich habe wo könnte ich mal um den typen skelett hat wieder abgeliefert wir sollten die skelette behalten aber die skelette behalten wir definitiv weil da sind immer noch necromancer das heißt sie werden auch noch sehr viel stärker und später kriegt man ghule statt skelette und die sind richtig stark und dann kriegt man irgendwann mumien statt zombies und die sind schon wieder eine armbust hat das dauernd den armbust fallen lassen bringen jetzt zwei armbust das ist das ist tatsächlich so kann ich jetzt mal wieder oder muss ich fliehen ich kann nicht aber in der nächsten runde kann ich so einmal das hier dann das hier dann in der nächsten runde kann ich wieder angreifen mir ist was eingefallen ich habe da so ein ding was womit ich bonus der mensch machen kann moment dann nutze es letztlich mal kurz die mal kurz in nahkampfreichweite danke dann nutze es vielleicht mal nicht auf meine extra attack aber ist ja egal dann habe ich auch fürs nächste mal das gute ist den ostbilder und sein red haben wir schon umgebracht wie sonst was glaubst du warum ich die ganze zeit versucht habe die ein bisschen blöd war die alle loszuwerden vorher das macht es doch beim rausgehen nicht mehr spannend ich weiß aber wir haben alle ausrüstung du wirst gegrillt und du bist droht zu fährt damit ist zu rechnen jetzt kann ich mal vielleicht wieder angreifen die fernkampf war frust ich kann das nächste mal aus jetzt jetzt na komm wenn du noch smiten kannst du smite nö schade smite ist was niederstrecken naja niederstrecken das ist keine bonusaktion das heißt dass ich da jetzt keinen kann ich hier vorteil nein das kann so keinen vorteil haben naja egal wieso sind die skelette unsere effektivsten killer wir haben kein recht so gut zu sein ich bin unser effektivster killer und wenn ich den mann greifen kann so mal die armbust ausrüsten die armbust solltest du generell holen ich hole mal mich wieder ne die armbust ist deine meine habe ich schon geradeaus gerüstet ich hab ich hab keine armbust ich hab einen kurzbogen und wessen armbust ist dann das hier das ist ganz ein segen gewesen das heißt das war deine ne aber hier liegt noch einer armbust der armbust ja die ist von ihm für extra force damage das passt schon oh sehnbrecher zwei jahren schwert das ist was für für net jetzt hast du auch mal lupen 8 bis 21 schaden ich würde das selber ausrüsten lassen das ist tatsächlich sehr gut ich habe mehr gefilte waffen let's go gefilte waffen auch wenn wir sobald ins lager stecken werden ich sag's dir wie ich habe aktuell sechs gefilte schwerter zwei armbust sehr viele rüstung kannst du bei der selbe verwerfen wir werden die sobald wir sobald wir aus dem gebiet raus sind werde ich die werde ich die sowieso wieder ins camp werfen das heißt die kann ich werde ich werde ihr die sachen jetzt nicht geben weil vor allem weil ich die verkaufen möchte für geld sobald wir sobald wir irgendwann mal wieder brauchen wieder mitnehmen das starke schwert habt ihr ja schon und das noch mehr gegner wir sollten mal wir brauchen eine lange rast eine kurze rast geht nicht mehr können wir aktuell nicht ja du bist so gut wie tot und das dann auch und die skelette auch und überladen die skelette sind kein problem das überladen ist ein problem das hat wir jetzt gerade die rüstung loswerden hier lager senken und die lichter gucken wir mal ob die erst die kann auch tragen kann und die habe ich eigentlich auf achst gelevelt also die trägt die achst du hast sie nicht auf achst gelevelt du hast sie einfach eine gute achst gegeben sie ist auch ich gehe kurz in das andere gebiet weil da kann man lange rast holen ok das gilt nicht als gefährliches gebiet das heißt da können wir rein um uns eine lange rast zu können meinst du das weiß ich weil wir da gerade eben waren also unten in der dingens da in der dann versuchen wir es da wo das blut gelagert war ich komme dir nach ja einfach die geheimtreppe runter einmal zum lager ich kann jetzt schon zum lager ich muss gar nicht hierher treffen wahrscheinlich weil ich jetzt in dem gebiet bin ja kein gesprächsbedarf interessant 70 was ist denn das für eine scheiße ja gleich zwei lange raste auf einmal was warum sind denn so viele Würste ausgewählt ich brauche nicht so viele Würste keine Wurstparty nein keine Wurstparty so haben wir noch irgendwas was 2 gibt was 1 gibt wahrscheinlich hier so ein ja ja ein Bierhumpen jetzt können wir ausgewogen Äpfel und Bier hm noch ein bisschen Käse dazu nein der Käse ist zu teuer hallo wir müssen Ressourcen sparen wir haben nur 600 irgendwas Lagervorräte und noch unbestimmt viel im der Lager ich hole doch mal wieder Neues als Truide kannst du sowieso Goodberry wirken also wenn du den Zauber nimmst dann kannst du einfach Lagervorräte produzieren Goodberry habe ich jetzt bewusst rausgenommen ja das kannst du ja später machen wenn wir in Akt 2 irgendwie Probleme kriegen sollten was ich nicht glaube weil wir haben scheiß viel wir werden nicht mehr wir werden nicht mehr äh sagt das nicht es kann immer es kann immer unvorhergesehen passieren na wenn wir so speichern wie jetzt dann geht das oh wir haben eine edle Truhe vergessen zu looten ich habe eigentlich alles hier gegutet war gut ja ne offensichtlich nicht Handschuhe okay cool ne mit sehr gute Handschuhe gekriegt die solltest du nehmen du machst nämlich Feuerschaden relativ gerne Moment ich habe keinen Feuerschaden du hast du warst der mit mit äh nein nein du machst du machst mit deinem ähm Smite aber einen gleißenden Schaden und Donnerschaden und so weiter mit sengenden Niederstrecken ist mit sengenden Niederstrecken ist tatsächlich Feuerschaden drin ja wie gesagt das sind Handschuhe die stärken alles außer Feuer oder und du machst ja auch ja da muss ich meine Funkelhände weggehen normal ist die Weinsmite muss meine Funkelhände weggehen na verdammt die sind nicht so stark dann gib her das Ding wo ist denn das ich habe es dir schon ins Inventar geschoben mit Donnerner Unwanderung gewirkt Schallschaden Blitzschaden und Deissner Schaden ok das ist bei Feuerschaden das ist schlecht aber das heißt sie kriegen noch mehr das heißt sie kriegen noch mehr Schaden noch mehr als eh schon beziehungsweise sie kriegen halt in weiteren Runden glaube ich noch mehr Schaden ich weiß nicht genau was Widerhalt tut aber so ich ja irgendwas in der Richtung sollte es sein dann lass uns weiter kämpfen wir müssen hier irgendwann noch rauskommen ah da sind sie dann würde man sagen wir vergessen einfach die Dichtwaffe eine Karla wie gesagt du kannst ja ein Riesbecken auf Karlachen einen Morgenstern zu geben fände ich ein bisschen Verschwendung der müsste der würde ich saustark der würde ich tatsächlich der würde ich einen starken Kriegsarmoder eine Zweihandwaffe geben die er ordentlich ums macht was dann das Ding macht sehr viel Schaden und Karlach ist auch nicht die Licht das ist sozusagen weiß ich ob das nicht ihr noch Nachteile gibt weil der Stiefling hat da ja wahrscheinlich im Schatten nein es kriegt es ist du verstehst dass das ein Spiel ist mit Werten und das ist eine der stärksten Waffen die du findest ja und aber gib es ihr einfach bitte tu dir selbst den Gefallen das ist wirklich stark ich kann es versuchen ob sie das machen kann aber außerdem brauchen wir das Ding dringend für Akt 2 weil das ist ich kann versuchen ob sie das aktuell tragen können aber ja doch mal schauen gut du wirst rausfinden sie kann es nun vorfragen weil mit jeder Profession mit dem Morgenstern ist aber macht halt aktuell keinen Bonusschaden wie gesagt dafür solltest du halt darüber nachdenken dass das gleich nochmal ähm die Respekt wird also nochmal die Klassen neu auswählen und so weiter du denkst mal wieder nicht an die Zukunft dass es da nochmal dass es auch noch andere Waffen geben wird ja ich denk ich denk daran dass die für Akt 2 lächerlich stark ist und das ist das Wichtigste weil wir sind jetzt seit fast in Akt 2 aber und ich sag mal so Fireball er hat es wieder mal geschafft ich stehe hier außen vor dann kann ich wirklich teilnehmen Nebelschritt ich bin Venus-Warte ja das muss halt in Sichtlinie sein du kannst jetzt aktuell mit ihr nicht viel machen außer sprinten ich kann hier hin kommen und stimmt dann kannst du dann kannst du theoretisch nochmal sprinten oder du kannst jetzt feuern nicht gut hängt das Spiel bei dir auch ja sehr und häufig aber ja ein Rettungswaffe ja toll wow ok das Spiel will sich bei mir gerade wirklich aufhängen na komm und das war's das ist nicht gut alles gut der Mönch wird gerade abgeschlachtet der Mönch wird gerade abgeschlachtet ja das war jetzt auch mehr oder weniger der Plan wie gesagt ich will uns als Tachlnitz noch in Stufe 4 Feuerball reinhauen und das sollte eigentlich die Sache geklärt haben so so kann ich irgendwas so kann ich irgendwas ne kann ich nicht steh noch nicht aber egal steh noch nicht da ich muss mal sprinten die Sache dann bin ich Feuerball ja Feuerball Stufe 4 2 hat jetzt genug mach's platt sehr schön hier sind platt gut du kannst dich noch um die Reste kümmern Ja, ausgerechnet der Magier, ne? Das kriege ich. Es gibt Hunden, dann kann ich. Oder mach's, mach's fertig. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Okay. So viel dazu. Na dann, auf geht's. Der Neogi-Clone, okay. Interessant. Ja, nichts Interessantes. Äh, was ist mit der Anführerin da? Der Neogi-Clone. Was weg ist zu essen. Ja, immerhin. Vielleicht kann ich die werfen. Kann die hier was? So, kurze Rast reinhauen, sonst sind alle auch wieder halbwegs fit. Nein, die kann ich nicht werfen. Warte mal kurz. Ich muss einfach was tun. Warte mal kurz. Oh, schade. Kann ich nicht hinabgrund werfen. Dann bleib hier. Na dann weiter geht's. Bist du schon weiter gegangen oder wie? Ja, wir müssen noch in die Krankenstation. Sind die irgendwo noch gegner oder? Ja, in der Krankenstation vermutlich. Und wo ist diese? Ich suche sie gerade. Da hinten, glaube ich. Nee, hier nicht. Oh, da ist ein anderer Kampf. Da sind noch Wachen am Ausgang. Ja, hier sind Gegner. Einige. Warte, ich komme dazu. Oh Gott, das sind viele. Mach weg. Hehehe, ich hau den Woll, mein Liebster. Geben rein. Ich glaube, das wird nötig sein. Ach, schade. Oh, hier Schattensprung kann ich nichts mehr machen. Du hast Misty-Step, ich hab nen Schatten-Dingens. Es gibt Töne. Ich hatte Kiddchen ein bisschen... Sehr schön. Alles gut. Ich kann noch nen Feuerball rein. Zwei Stück genau genommen. Ich kann gerade nix mehr. Warte, vielleicht kann ich... Naja, ich kann ein Tier gestalten. Das könnte praktisch werden. Naja, nimm Spinnen. Soll ich Spinnen nehmen? Zumindest. Soll ich Spinnen nehmen? Ja, nimm Spinnen. Nimm Spinnen und setz sie fest. Nimm Spinnen. Ah, fantastisch. Ich meine auch, nur für wie finde ich das super. Ich kann jetzt auch noch springen. Ja. Sehr schön, mehr kann ich gerade nicht. Spinnen hat 20 HP. Ich hoffe die... Spinnen hat... Spinnen hat 7 HP. Spinnen hat keine HP. Soviel dazu. War den Versuch wert. Oh, sie positioniert sich perfekt. Ich liebe es. Der Plan gut funktioniert. Lass da rein was dran. Feuerball. Höchste Stufe Feuerball. Mach's alle. Die stehen gerade so beim Blubbchen. Stufen zu 3. Kann da nur in der Stufe 3 was gereicht. Und es sind nur noch 4. Und magische Munition kommt rein. Easy. Ehm. Ehm. Naja. Völlig serbe. Der Raum hier ist deutlich zu beleuchtet. Ja toll. In der Session wieder. Jetzt steht sie im Weg und blockiert den Eingang. Du hast... Du hast sie blockiert. Ich hab die nicht verzaubert. Ehm. Aber das ist mir ja alles viel zu... Cool. Ich muss sie jetzt erst fertig machen. Lass uns. So. Zug skippen. Ey. Warum hab ich jetzt mein Zug der Skipps? Was ist los? Du kannst den Zug nochmal beenden. Du musst nur auf die Reihenfolge gehen und dann... Ich kann nicht angreifen. Warum nicht? Ja. Weil du deinen Zug beendet hast. Und du einfach äußerst intelligent bist heute. Du wirst gleich selbst beenden. Der automatisch geskippt wird. Meinst du? Also jetzt nicht mehr, aber... Der vorhin automatisch geskippt wird. So ein Schwachsinn. Ja. Du musst auch mal das Spiel lesen. Und nicht einfach nur Dinge tun. Außerdem wär's vielleicht nett wenn du aus der Tür gehen würdest. Damit andere auch noch... Ging ja grad nicht. Ich war festgesetzt. Jetzt meinte ich auch. Ich kann grad nicht. Astarion ist dran. Achso. Ich meinte auch in den nächsten Runden zu gehen. So. Jetzt war dann Magic Misser 1. Wer lebt noch? Ja. Sehr schön. Perfekt. Du wirst gegrillt. Jetzt kann ich tatsächlich mal angreifen. Oder auch nicht. Nein. Das war ein Sneak Attack. Einer lebt hier noch. Ja hier. Wer lebt hier noch? Ach hinten. Sehr schön. Kann ich sie treffen? Nö. Hm. Hab ich denn noch hier? Dann öffn ich. Ausmaß muss man nicht die Begegnung sein. Weil sonst ist das auch geschenkt. Ich kann sie vielleicht... Nein da ist ein Kissenweg. Idiotisch. Ich kann nicht die Bewegnungsrate werden. Du wirst verarsch. Hast du was Explosives zum Werfen? Nein. Ah sie hat sie liegen. Doch ich hab ne Bombe. Die ist verspendet. Ich meinte eher ein Stein oder so. Astarion macht's alle. Sehr schön. Ne kurzeres haben wir nicht mehr. Warten müssen. Nö. Oh. Ring der Elementardurchtränkung. Wenn du Blitz, Feuer, Kälte, Säure, Schallschaden mit Stromer... Das ist... Das ist... Ich glaub den sollte ich nehmen oder? Äh... Du machst glaub ich die meisten von den Schadensarten nicht. Oder? Feuer, Kälte, Säure, Schallschaden. Das ist für erst damals eher was. Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Hat er einen Inventar? Ja, ich guck mal. Krankenstationsschlüssel hat er mit dabei. Bringt jetzt viel. Ah, das wär für Waffenangriffe gut. Aber er geht nie in den Nahkampf. Ne, das ist tatsächlich für dich besser. Aber ich hab den... Ich hab keinen. Äh, doch du hast deinen... Feuerschaden. Kälte hab ich nicht. Säure hab ich nicht. Und Schei hab ich auch nicht. Also der ist... Naja. Ja, dann ist er... Dann ist er useless. Dann verkaufen wir ihn später. Der ist so ziemlich useless. Ich muss mal nach Gewicht sortieren. So, aber den nächsten Kampf. Oh Gott, ich hab... Ich hab viel zu viele von denen hier. Höre. Der hier liegt in einer... sehr angenehm Position. Dieses imperieuse Portrait... der Githyanki-Warrior-Queen... scheint etwas weniger so... wenn du mit deinen... Entfernen... Hm hm. Ich kann mich gerade so wieder bewegen. Büro des Doktors. Okay. So, ich will so schnell wie möglich raus hier. Wir sind jetzt im Büro des Doktors. Ich renne hier gleich schon in die nächste... möglich hier rein. Mir ist gerade wieder eingefallen... dass ich... dass ich... das Hand auflegen kann. Ach, dir ist aufgefallen, dass... das ist... Und ich hab mich gehalten. Ich hab mich gehalten. Oh, ein Parasite. Oh, ein Parasite. Ich nutze den. Ich nutze den. Diese... Einen darfst du nutzen. Der andere ist mit dem Parasite. Ausmessende Schlaggen ist ganz gut. Das... Ich will so... Verlagern könnte auch gut sein. Optionischer Rückstab... Nee, das... Ich nehme... Optionischer Rückstab... Sind immer noch zwei... Ich werde verlagern gehen... Ich nehme den dritten... Den dritten... Nee, ich werde verlagern und das andere Ding nehmen, weil... Optionischer Rückstab ist geil. Das habe ich jetzt endlich mal... Das ist... Sehr effektiv. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt zurückstoßen... Und ich habe Sachen für Fallschaden... Und ich werfe gern... Gegner und Dinge. Das heißt... Das ist relativ nützlich. Du musst da mal... Ja, und ich den nächsten Kampf... Warum das denn? Na, ich hole... Ich hole uns mal wieder unsere Skelett, Freunde. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Ich bin mir über hier ein bisschen um. Ja... Übrigens ist dir aufgefallen... Wir sind jetzt schon wieder an dem Punkt... Wir machen erstmal die Quests so freundlich wie möglich... Und dann schlachten wir alles ab. Ja, die Flanke lassen uns auch keine Wahl... Ich weiß, aber es ist halt schon wieder... Es ist halt schon wieder passiert... Es ist halt schon wieder passiert... Wir haben halt keine andere Wahl... Ich hätte es auch friedlich gemacht... Wenn es halt irgendwie... Wenn die uns nicht alle angegriffen hätten... Es ist ja nur Verteidigung... Was wir gerade machen... Wir sind ja friedlich rein... Weitestgehend... Ich habe leider gerade nichts da... Was gut Schaden macht... Welche müssten Feuer... Let's go... Trifft beide... Theoretisch... Wenn natürlich wieder alles unterbrochen wäre... Weil... Werfen so fucking Buggy ist wie Sau... Ja, du stehst doch gerade in der Tür... Also noch nicht wirklich im Raum drin... Deswegen... Ja, das ist so nervig... Dass diese Scheiße immer so Buggy ist... Naja... Jetzt müsste es gehen... Wir müssten Feuer... Let's go... Hat ja viel gebracht... Äh... Ja... Weil ich jetzt den Schenkelschuss reinhauen kann... Damit er sich nicht bewegt... Schade... Gut... Das war's... Ich bin wieder Bait... Du Schoss abwehren... Das ist doch so eine gute Sache... So eine gute Sache... Aber du bist sowas... Ja... Du... Naja... Und Lezel... Stellt sich in die Tür... Kann deswegen jetzt noch nicht... Kann ich schießen... Ach... Sonst... Ja... Den... Den... Warte... Ich kann dies hier... Oder auch nicht... Sag... Anlezel... Kannst du mal bitte... Und es freigestellt... Wird Lezel mal nach oben schicken... Damit die durch die... Scharfschützen ausschalten können... Jetzt wird sie vorher ausgeschaltet... Ah... Die Tür ist echt... Echt eine Last... Ja... Die Tür ist halt... Super Buggy... Irgendwie... Jetzt muss ich hier... Ach... Der Typ da oben ist... In den Reichwald... Hallo... Sie kann ich doch erreichen... Na komm... Und wieder strecken... Ah... Kaffee schnappen... Fantastisch... Wie steht sie hier... In der Tür... Machst du auch ein bisschen... Schreibschlag? Ziemlich gleichzeitig... Das waren so... Wiese 6 Schaden... Astarion... Liegt... Ja... Der liegt... Er hat ja gerade keinen... Konzentrationszauber aktiv... Also... So hoch hier... Nein... 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 Ja... Ja... So... Dann kann ich hier... Position beziehen... Und von oben... Fernkopf angreifen... Was ein bisschen blödsinn ist... Aber... Was soll's... Ah... Ich glaube... Ich gehe nach oben... Auch gut... Ach... Ach... Die... Da steht ja einer hinter mir... Den habe ich nicht gesehen... Oh... Ach... Ach... Stab... Haben wir gerade über Gleichzeit... gerufen ja okay astarion karsynergie entschuldigung ich habe gerade gelootet macht das nach dem kampf stellt sich ins feuer sehr schön ich opfere mein eigenes leben gerade immer da war es noch einer so vielleicht kann ich immer unter da war es noch keiner er hat essen dabei und ja wir müssen mal einen langen rast noch nieder ich glaube wir haben jetzt keine gegner mehr oder hast noch ein schloss knacker letztlich dann kümmern wir durch diese tore noch durch und dann noch da gibt es glaube ich potenziell noch gut in die kisten klar können wir 31 hier sind noch hier noch nie die truhe hier sind noch zwei gebrauchten langer ich habe nur noch zwei tränke gefunden na 40 und 40 perfekt so fliegiger geholter wird sie gar nicht mehr geben ein paar noch das ist auch komisch es gibt so viele es gibt auch es gibt auch so viele leere truhen im spiel wenn ich mich frage wozu es gibt auch so viele leere truhen im spiel ja gut ich kann sagen die so so blüten funktionieren immer noch und ich weiß auch wo sie gelagert ja ich war gegen den kampf die händlerin hat noch die wertvollen lutz zwei drei sachen ich glaube den durch kann man hier noch wegnehmen ach das sind nur drei die kleinen beiden die haben wir fast noch vor der andere hast die die klingeln können ich kann gerade nichts tun schade naja normaler angefallt kritischer fehlschläge passiert ich diese fehlschläge hasse natürlich auf mich ich stehe auch sehr gut in der typart ich habe jetzt nicht so viele optionen das heißt immerhin ja die elemente sind später relativ stark die ganzen cantrips die können durchaus was ja cool wir stehen jetzt leider alle im weg weil ein paladin natürlich den weg blockieren muss das habe ich in kauf genommen nicht ja ja zu die 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 Sehr schön. Einen kann ich noch. So, jetzt stehst du im Weg. Erst die Golds, die du machst. Stirb. Ich sagte, stirb. Sama! Das ist doch hier nicht wahr. Ich sagte, stirb. Stirb. Nicht du. Nicht du krimpisch. So nehme ich. So nehme ich. So nehme ich. Und. Zitzi zitzi. Ich bin ziemlich da unten. Wenn ich genügend Bewegungsrate sehe, sehe ich anders. So nehme ich. So, wo ist die Quartimeisterin? Die ist jetzt gerade schon gelootet. Und die hatte ein Idol von Sylvanus dabei. Und wo hat das? Weine habe ich das vorhin verkauft. Und hat sie den Dolch auch mit dabei, oder? Was hat sie noch? Ja, ja, das war schon dabei. Was ist hier? Das Idol von Sylvanus ist erfolgreich wieder beschafft worden. Das gehört jetzt wieder uns. Mal sagen, wir sind die Verteidiger. Mal sagen, wir müssen die Verteidiger pflegen. Mal sagen, wir müssen die Verteidiger pflegen. Da brauchen wir jetzt nicht zwingend. So, dann raus hier. Wann mal der Schwachen kann ich dir mal rüber geben. Hier. Und der Unterbergkönig, das ist was für mich. Das ist mein Spielzeug. Was hast du mir rübergegeben? Morty, was hast du mir rübergegeben? Ich habe eine Kette. Eine Kette. Habe ich keine. Sprenganlänger habe ich. Lebensspender. Ich habe keine Kette. Dann ist sie irgendwo auf den Weg verloren gegangen. Es wäre jetzt nur ein weiterer Zauber gewesen. So schnell raus hier. Hey, da ist noch eine Holztruhe. Mit Brot. Du weißt, dass hier oben auch noch ein Ausgang ist. Wo ist ein Ausgang? Da, wo ich durchgekommen bin vorhin? Ja, aber da sind vielleicht noch Gegner. Da sind keine Gegner mehr. Die habe ich als erstes getötet. Als erste Aktion im ganzen Ding hier. Ne, wenn wir durch den Haupteingang rausgehen. Du willst wirklich viel töten. Okay, ja gut, dann gehen wir da durch. Vielleicht auch nichts. Aber wir wollten noch, wir wollten noch das Ding, das Geschoss auf dem Dach, wollten wir noch ausrichten. Das wollten wir noch machen. Ah ja, da war ja was. Wenn du weißt, wie es geht. Er hat mir große Pläne. Wenn du weißt, wie es geht. Oder wir, wie wir es herausfinden. Irgendwie ging, irgendwie ging da, da war noch Kristall oder so. Und das muss man da noch mitmachen. Ich bin schon oben. Ah, ich bin gerade in die falsche Richtung gegangen. Schön. Wir sollten es zumindest versuchen. Ja. Ich bin offensichtlich in die falsche Richtung gegangen. Ich bin fast wieder runtergegangen. Und das Dach würde ich sagen. Da unten ist der Haupteingang. Mein Gott. So, ich bin noch auf dem Dach. Ja, und ich komme gerade in die Richtung des Haupteingangs. Das ist ein Kristall, Mann. Ich soll mal die zerstören. Ich weiß nicht. Die Sachen vorhin, oder? Keine Ahnung. Okay, durch Waffen angepft lassen, die sich nicht gut machen. Vielleicht ist das auch nur eine Verteidigungsmaßnahme, falls jemand das Blut stehlen will. Aber wer würde denn das stehlen? Verdreht Rampen. Kennst du, hast du irgendwas gegen Rampen? Hast du die Verteidigungsmaßnahmen, wie du es werden kannst? Pflicht. Äh, ich gucke. Ich kann mal gucken. Zweifel kann ich auch mit dem Blut einfach herkommen und vielleicht kann ich mit dem Blut einfach herkommen und vielleicht kann man damit irgendwas machen. Ich hatte spezielle Aktionen. Okay. Feuerattacke wäre vielleicht gut. Feuer habe ich. Nein, man kann sie angreifen, die Rampen, was sie bringt. Ich glaube, durch die Rampen ist das ja zugegangen. So, dann fackele ich die mal ab, ne? Versuch's. Oder auch nicht. Dann zieh mal auf das Gerät, selbst auf das goldene Gerät. Warte mal. Kann ich mal versuchen? Nicht wirklich. Die Kristalle bringen aber auch nichts. Da gab es halt diese eine Sequenz. Ich glaube, das war diese Ding hier, die du damit triggern kannst, dass du irgendwie diese Waffe irgendwie eingeschaltet hast. Wie gesagt, ich kann mal kurz den Morgenstern ausrüsten und gucken, ob der eine spezielle Klassenaktion hat oder sowas. Wenn ich mir so mal eine Komplettlösung suchen. Wo haben wir den denn? Ziemlich, wer hatten den gerade? Ich nicht. Das ist suboptimal, aber ich habe mir auch nicht. Dann hat sich das. Das ist der Zuma. Scheiße. Doch, er ist da. Du von Lathander hier. Willst du nicht deinen verdammten Mensch noch umskillen? Äh, nee, will ich tatsächlich nicht. Dass der D-Warpfen mal benutzen kann. Ich will dich mit einem verfickten Morgenstern rum. Was hast du gegen einen Morgenstern? Hat dir viel gemacht? Nö. Wie heißt denn das Ding? Ich habe es... Keine Ahnung. Waffe auf Kloster. Dann gucke ich mal gerade nach. Aktivieren. Gut, von Lathander. Ja. Samba. Sind nicht die Waffe auf Kloster? Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ohne. Bei der Ahnung steht dann der Reserva. Hm. Ich kann... Regiert auf Nix. Stundenlang über die Ranken reingekloppt. Und Feuer wird darauf geworfen, nur Reaktion. Nein ist nur ein Teil der Sub-Off einen Effekt hat, die nur, wenn du das Rätsel und das Blut Lathander nicht zufriedenstellst, löst. Äh, doch, wir können sie tatsächlich aktivieren. Okay, wie? Es ist ein Morgenstern. Wir haben da so einen rostigen Morgenstern auf etwas gelegt. Ich gehe kurz runter. Hast du noch die ganzen Zeremonienwaffen, oder hab die ich? Also, ich habe noch die Zeremonien-Arst bei mir. Die wollte ich gerade eigentlich gehen. Schmeiß mit dir gerade runter. Und die anderen müsstest du noch machen. Schmeiß mit dir mal eben rüber. Was willst du? Ich verstehe immer noch nicht, warum du ihr eine relativ schwache Waffe geben willst, wenn wir halt irgendein legendäres Ding haben. Ähm. Zwei Nervs, wo soll ich dir oder Astarion? Gib's dir einfach mal mir. Hast du bei dir? Alles klar. Dann lege ich das mal eben ab. Und was tust du? Du hast das Blut von der Thunder fallen lassen. Ja, ich habe es fallen lassen, damit ich es hier hin auflegen kann. Ich sehe gerade nicht, was du machst. Tut sich irgendwas... ...random. Ja. Ja. Das ist... Jetzt? Das sieht nicht nur noch aus. Inaktiv. da regt sich nix ja komm ich probiere mal eben noch mal die anderen sachen so hier war ein schwert das bringt absolut nix hast du das zeremonium großschwert und das zeug noch nee das hattest du jetzt hast es verkauft ja ich war noch immer noch nicht beim händler es kann aber sein dass ich die verkauft habe und ich einfach die hier eigentlich passiert hier nichts das ist gerade was ich wurde gerade niedergeschlagen ein beschwert was ich bewegt habe okay cool danke spiel ja okay cool offensichtlich hätten wir die waffen gebraucht und wir wissen nicht wo sie sind naja egal man hätte sie aktivieren können aber es hätte nichts gebracht das ist halt im endeffekt was es hätte die waffe aktiviert aber es ist meist nicht wirklich auf den turm dort feiern können oder so oder nicht ja genau aber da wäre halt nichts passiert nein wäre jetzt noch nicht gewesen das wäre jetzt noch sehr nicht gewesen ja ist halt jetzt sollte halt jetzt nicht sein aber gut dann mal weg hier dann ist das content für deinen nächsten über ja da wird schon bin ich halt auch schon drüber weg ich habe ja gesagt im nächsten also auf youtube wird es sehr wahrscheinlich kein one mehr geben nach dem dark urgen aber du kannst ja privat du kannst ja privat spielen privat weiß ich auch nicht ob ich da ich da solche rätsel noch machen dann mache dann bin ich dann eher da bist du dann eher so viel vier halb gegen barbaren mäßig doch ja sowas sowas würde ich jetzt gerne noch mal versuchen mal machen so normalen friedlichen waren machen wo ich bin einfach mal versuche mal wirklich 100 prozent positiv zu werden oder mal was auch mal ausprobieren wollte man das spiel schaffen kann ohne einen einzigen kampf als mal irgendwie immer gibt nicht das was irgendwas schon versucht geht nicht dass man es irgendwie versucht mal zu spielen dass man da bei jedem wenn am anfang in 1 denke ich mir dass das das tor bei den tieflingslager könnte man theoretisch man sich raus hätte man einfach die anderen kämpfen lässt dann versagt ich gebe einfach jetzt scheiße ich komme nicht mehr aus dem kloster raus ich gebe einfach die runden also nein du sagst es gibt einfach die runden und hier unten gibt es ranken der kannst du raus habe ich gerade dann könnte jetzt mal vorne klick einfach und klick einfach scrollen ganz weit raus und klick vorne vor dem vor das schluss das habe ich versucht dass wir rente nicht das ich bin draußen ich bin draußen das ist schön für dich bei mir hat es nicht funktioniert ich habe es nämlich gerade versucht sei sehr im keller aber du hast auch hier es gibt auch es gibt auch ein schnell reise doch vor draußen die ist doch ein grad kannst du schnell reise und vor draußen von dem wohnen denn du bist ja moment ich gehe einmal ganz kurz aufs klo dann bin ich gleich wieder da ich glaube hier hatten wir schon alles abgeschlossen gab es irgendwas noch ja kündigt ist blau ich wusste das war am tenist von dem so ich bin wieder da ich habe hier auf der karte dieses fund des blauen herrs gefunden wo ist denn das der netz oder nicht das nest da gibt es noch fragezeichen auf der map was wir noch machen sollten dann bringen wir noch das gefühl zu der zu der händlerin und bringen sie nicht um das noch was bringen irgendwo ist noch ein fragezeichen ja nur ein erdhaufen den er uns aufgedeckt hat auf dem weg ich finde es nicht hier direkt wo ich stehe ach so er habe ich drüber er hat man natürlich schon gewartet und gold ist auch keine gekriegt das habe ich gerade gelesen am block dass du das aufgehoben hast alles gleich dachte schon spiel dokumentiert ziemlich gut da geht es unten rechts immer gerade steht erst da rein hat springen gesetzt du hast das ei bei dir oder ich habe das ein bei mir also ich muss mit dir reden wir bringen sie nicht um und hat uns nichts getan nee ich habe auch scheiß viel zurück zu verkaufen weil ihr genug zeug ich gern wissen also ich echt gern wissen ob wenn man ihr das ei tatsächlich gibt ob dann in baldos geht einfach irgendwo ein githyaki kind rumhängt wir haben es mal gucken lass mich erst mal mit ihr handeln dass das eingeben und dann die hat ja ziemlich cooles zeug na so viel zeug hat sie nicht aber ich kann es den krams ja bloß werden sprenganhänger brauch ich den noch irgendwie mit blitzstrahlen muss ich den noch aufzuheben wenn du es benutzen willst dann benutze es ich habe halt jetzt das amulett der wundhaltung um sterben bis stabilisierst du dich zu bringen automatisch das stiefel des beistands und trost in der träge ein ziel erhält dazu uns drei temporäre trefferpunkte ich habe halt schon der mit wasserfunk dann doch an die ganzen sachen die war die schon braucht man nicht behalten sondern für verkaufen funkel hände habe ich ja jetzt brauchen wir nicht aus purer sentiment sind die man nicht behalten das ist blödsinn nebelschritts haben wir jetzt wo ich jetzt auch wirklich nicht solche zeremonien streitachs mal verkaufen oder auch mal die noch irgendwo für wenn du sie haben willst dann hab sie macht noch 15 schaden also stark ist jetzt wirklich nicht ja ich habe hier noch das amulett der unwürdigen das ist das ist irgendwie von der stone quest von von dem von dem druck den waren dann wieder irgendwie weg gefeuert haben das habe ich bisher noch mit drin gehabt werden wir das noch nicht verkaufen werden wir diese quest noch verfolgen oder ist das vorbei gewährt resistenz gegen lieb schaden gewährt verwundbarkeit durch wuchtschaden verkaufen wenn du es verkaufen willst wie gesagt das blödsinn den spendern der blitzladung erhält bekommt der aufdreht im griff guter ich habe schon den krim der ist war ich mein helfe chuss uns hier Aus dem Gefühl heraus, dass wir den irgendwann brauchen werden. Für irgendeine Quest. Joa, hätte ich dafür irgendwas. Ein einfacher durch. Ein Soso durch, könnte ich zurückholen. Braucht das jemand? Geht nur Schau rüber. Die Handschuhe sind jetzt auch nicht so genial. Unfall, unheilvoll und stark. Ich hätte jetzt eigentlich nicht so viel... ...hätte ich die Sachen verkaufen können, die ich jetzt nicht tauschen müssen. So ein Trick. So, was war es denn, was ich verkaufen wollte? So... So... Die Fackel behalte ich noch, die braucht man am nächsten Abend ganz dringend. Nicht, wenn du einen gewissen Morgenstern dabei hast. Aber leuchtet der automatisch, besiegt der den Schattenfluch, oder? Ja, ja... 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 Die Laterne haben wir nicht gefunden, oder? Die Mondlaterne. Doch, habe ich. Kaputze Mondlaterne, ich ja. Äh, Kaputze, die hilft uns nicht weiter. Ja, wie gesagt, deshalb, wir haben ja eigentlich eine heilige Lichtquelle, aber du beigerst dich ja, dass ein Charakter an Morgenstern benutzt, aus Gründen, die dir nicht klar sind. Okay, ich habe wieder ein bisschen Geld, dann wirf mir mal den, wirf mir mal den, die heilige Waffe rüber. Weil ich gehe jetzt mal ins Camp und werfe Schattenherz wieder weg, äh, Vesel wieder weg. Dann kann ich da Karl abholen, mal gucken, ob die hier, und wie die das benutzen kann. Ja, und wie gesagt, wenn dir dafür noch irgendwas nötig ist, dann könntest du sie auch nochmal einmal respecken, weil ab Level 4 kriegst du ja Dinge. Dann gib einmal her. Kann ich jetzt gerade nicht, ich bin am Handeln. Ach, toll. Ich kann aber, ich gehe kurz raus, Moment. Ich gebe dir das Ding nach. Ach, nicht verkaufen, nicht wegschmeißen, bitte. Das ist das, das nehme ich mir mal ab. So, dann ziehe ich mal das ganze Zeug, was aus Taren nicht mehr brauchen, auch noch über die Leidenschaft, um verhandeln. Oh, ex ist Blutus zatter. Mehr Rüstung, let's go. Hast du die mir schon gegeben? Ich hab's dir schon gegeben, mach auf, mach auf Wert, dann müsste es das oberste sein. Ach ne, das ist gut von der Fanta. Da Fanta ist nicht schon, da nix, dann fahre ich zu sechs Metern. Dann schauen wir mal. Ich bin im Lander. Schattenherz hat uns gute Dienste erwiesen. Das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber, gibt doch keinen Grund, warum das nicht. Schattenherz hat uns gute Dienste erwiesen. Ja, wir haben sehr viel im Camp gesessen. Ja. Ich bin auch tatsächlich gerade zu Schattenherz gelaufen. Moment. Hab ich mir gedacht. Es ist. Die sehen sich ja auch so ähnlich. Ja. So, Waren. Let's go. Ach, Wert. So. Nein, die Flasche hat nicht verkauft. Der Verteidigerpflege kommt weg. Die Kanzler, die kommt weg. Die Rüstungen kommen weg. Die Rüstungen kommen weg. Das wünsch ich dir auch. Brauchen wir noch einen Goldbarren? Null verkauf. Are you sure, that's the best cause of action? Confirmed. Until then. Draureifspiegel, das nützlich, aber brauchen wir nicht. Psychischer Funkel kann weg. Korn of Madness kann er schon. Kann weg. Bogenschießen kann weg. Kann er. Eine Ritterrüstung für Kannach macht keinen Sinn, oder? Barbaren könnten ohne Rüstungen in Akt 2 kriegen wir sehr gute Leidung für sie. Durch Plus Eins kann weg. Drüger Gegengift kann weg. Die ganzen Flasche Kutschlatter können weg. Oh, Stufenaufstieg kann ich jetzt für Karnas machen. Jo. Mal schauen, was das Blut von Lackern dabei der kann. Hier hat auch noch ein voll gutes Inventar. Gut, ich habe jetzt insgesamt den Wert von... DGD. Der Machtbill hier 8 bis 13 Schaden aktuell. 1 D6 auf Wucht. Steht dort. Ja. 7 bis 12 Schaden. 7 bis 12 Schaden. Du meinst, ich brauche dann auch einen Bonus drauf. Ja. Das Ding ist noch nicht stark genug, so wie es ist. Ja. Okay, ich mache mal gerade den Stufenaufstieg. Vielleicht gibt es da und das noch. Nö. Hatte die Händlerin nicht irgendwelche Sachen, die wir wollten? Du wolltest dir noch das Ei geben. Ja, ja klar, aber ich suche gerade die... Ich habe da nichts gefunden, als ich mit dir gehandelt habe. Also was würdest du... Scheiße. Also was würdest du denn... Was würdest du denn sagen, wenn ich dir jetzt... Wie würde ich dir jetzt... Wie würde ich dir jetzt... Karnas besser leveln? Was für... Boni soll die haben? Damit sie die Waffe besser nutzen kann. Es geht vor allem um den Feed. Da ist sie jetzt gerade. Was für ein Feed? Auf Stufe 4. Was ist mit Stufe 4? Oh ja. Sprich in ganzen Sätzen mit mir. Geh mal ganz kurz auf ihre Infos. Fade spinnt. Kann ich auch sehen, was sie hat. Du brauchst einen neuen Alli. Es ist Level 7. Baba. Weiter durchschalten. Die Tabs. Worum... Worum gehst du dir da? Trefferpunkte, Russenhausklasse, Initiative... Okay. Sie hat wilder... Ich habe gerade gesehen, sie hat wilder Angreifer. Passt. Sie macht Bonusschaden. Passt. Easy. Ist perfekt. Ich habe nicht, was du lest. Okay. Ich habe gesehen, was ich muss... Sie muss nicht neu gespeckt werden. Das ist eine Einhandloffe. Das heißt, sie kann theoretisch noch ein Schild tragen. Oder sie kann noch eine zweite Waffe tragen. Macht das... Macht das Schild das schwächer, oder? Schild würde ihre Verteidigung theoretisch schwächer machen, aber... Sieben zwölf... Kann es ja auch wert sein. Sieben bis zwölf. Aber es macht das... Bei mir, als ich das genommen habe, macht das... Wenn ich... Wenn ich ein Schild dazu nehme, dann macht es dir die Waffe ein bisschen... Schwächer als die Waffe, weil ich da irgendwie... Darauf gelevelt habe. Ja, aber du bist schrächer bei... Aber ich kann auch kein Schild dazu tragen. Ja. Und in Akt 2 kriegen wir ein relativ gutes Schild. Im Last Light in... Ja, wobei ich unsicher bin, ob es... Guck mal eben, kann sie da noch Rage, wenn sie ein Schild trägt? Also hat sie noch ihren Kampfrausch verfügbar? Steht hier nichts, sonst würde es angemerkt werden. Es wird... Äh, nee, nee, du müsstest einfach mal sie auswählen und dann in den ganzen Klassenaktionen gucken, was sie dann noch... So kann. Ja, ich sehe schon, nein kann sie nicht, wenn sie ein Schild trägt. Okay. Nimm das Schild nochmal raus. Das ändert sich nichts. Sie kann gerade kein Kampfrausch wirken, weil es nur ein Kampf verfügbar ist. Deswegen... Ist da unten... Aber sonst würde es hier stehen, es würde Zustände, würden da stehen, unterbindet sie den Kampfrausch. Sicher? Ziemlich sicher. Okay, cool, dann ist sie doch perfekt jetzt so gelevelt. Über bar mit Schild... Wichtige Merkmale, da steht auch nichts drinnen. Also wir können es mal ausprobieren beim nächsten Kampf da mal. Ja, bei den wichtigen Merkmalen ist halt das Wichtige gewesen, dass die Bilder Angreifer hat. Das heißt, sie macht... Oh. Sehr, sehr. Wir haben der Dame Esther das Gefängnis gegeben. Sie war uns sehr dankbar und hat uns belohnt. Wie noch... Kalach hat jetzt das Geld im Inventor. Warum kriegst du das? Ich habe sie abgegeben. Kalach hat jetzt das... Kalach hat es jetzt bekommen. Warum auch immer aus solchem Grund, was jetzt Kalach damit zu tun hatte, weiß ich jetzt auch nicht. Im Lager sitzt du am Feuer, kriegst du eine göttliche Waffe und ein Schild probiere gerade aus. Oh, meine Brieftausche ist plötzlich schwerer geworden. Was haben wir gemacht? Ja. So aus Kalachs Perspektive gerade so, ähm, göttliche Waffe, Schild, viel Geld, ähm, okay. Neh, nehm ich mal so hin. Ja. Ich beschwerbe mich nicht. Die ganze Engelsschlafs behalte ich einfach mal für Astarion später. Sehr gute Waffe, die ich optimal nutzen kann. Ähm, Schild dazu, ähm, sehr viel Geld. Ich sag nix. Also wenn du nix sagst... Du sollst ja öfter im Lager bleiben. So. Hier in dem Lüt gibt's glaube ich nix mehr. Ne. Irgendwas, was wir jetzt noch in Nacht 1 erledigen wollen? Äh, tatsächlich ja. Es gibt noch eine Sache, die... ...Stärke erhöht. Könnt man Just for Fun mal mitnehmen. Und zwar wo? Das wär in dem Magiaturm oben im obersten Geschoss. Gibt es einen Stuhl, den musst du kaputt machen und dann kannst du einen Knüppel daraus kriegen, der da... Der Magiaturm ist nach 18. Äh, nein, 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 der im Unterreich. Also das könntest du theoretisch noch machen, aber das müssten wir auch nicht. Ich würd jetzt nicht nochmal ins Unterreich gehen. Alles klar, dann hol ich kurz zwei Skelette und dann... ...stärkt nochmal ein Guck. ...theoretisch weiter und dann abspeichert. Wollen wir noch einen langen Rast machen, bevor wir losgehen, oder? Wir haben gerade einen gemacht. Also mein Kracht ist angeschlagen. Also wir haben scheinbar keine gemacht. Mein Kampf hat nur noch... Ich glaub, das war nur durch... Ich glaub, das war nur durch Springen. Ich hab nichts verbraucht. Ich bin komplett voll. Also, ich bräuchte keine. Ich mein, wir werden's früh genug wieder eins machen, aber... Ja, also ich würd tatsächlich schon mal in Akt 2 losgehen. Dann können wir die Anfangsequenz gucken. Ähm, und dann... Da haben wir den... Dann ist der Stream auch schon lang genug. Wir haben jetzt schon über 6 Stunden Marker mal recht. Ja genau, wir gehen jetzt rein, wir gucken uns den Anfang an, du speicherst ab und dann können wir beenden. Und fahren zu der Parts mit. In der See. Hm. Jetzt kenn ich wieder mal mit, kann auch ein Belsen. Oh, ein blauer Heer. Noch einer. Wo? Ja. Da. Ich möchte anmerken, ich hab immer noch den Adler. Ein Toter. Kannst du mal lange ablehnen. Nein, den werde ich schön gegen die nächsten Feinde schmeißen. Der ist eine richtig effektive Waffe. Weil er so fucking schwer ist. Auf ins Schatten, verfluchte Land. Auf ins Schatten, verfluchte Land. Nächster Schritt, let's go. Sind wir ready dafür? Sind wir. Egal. Egal. Rein da. Okay. Wir sind im Lager. Warum sind wir im Lager? Ich wollte gerade fragen, warum sind wir im Lager? Ja, ich meine, das ist cool, ja. Wollen wir mal eine lange Rast noch machen? Wo wir gerade hier, äh, wir haben eine lange Rast gemacht. Aus irgendeinem Grund. Ich bin völlig, äh, aufgeladen. Dann gehen wir ins Bett. Offensichtlich. Wir haben aber gerade eine lange Rast hinter uns, wie es ausschaut. Ich bin voll aufgeladen. Okay. Aha, Sequenz. Ähm. Den Gif Janki. Lager. Haben wir den vergessen zu töten? Suche Informalität, Kind. Hat Jistil Kithrak nicht Ihr Respekt? Dein Blatt spricht für Sie. Haben wir die nicht getötet? Nein, die nicht. Ach, 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 ach. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Nicht erzielen. Ja, tun wir aber definitiv nicht. Können wir ihn auch noch abschlachten? Es soll zunicken. Sie soll die Führung übernehmen. Schön, wir hören euch an, bevor wir euch ausweilen. Dann sprecht. Oh, Königin, jagt uns. Warum? Bei den Höllen sollten wir euch jetzt hören. Spricht ihr von der Person im Inneren? Wisst ihr, wer das ist? Was wollt ihr von uns? Ihr seid entweder ein Narr oder ein Held, dass ihr gegen eure Eigentüter arbeitet. Ich gebe euch das Astral-Prosman nicht, falls ihr darauf hinaus wollt. Das ist ja. A fool stumbles without cause. A hero serves a cause without question. I am neither. Clear of heart, clear of mind, and bound by no master. Now, you must listen. The Prism's Tenant can put an end to Vlachith's tyranny. They must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the Prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lazel, together we will break our chains and be Vlachith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me and she who will ascend me. Lies, Lazel. Every last one, there is no purification. No ascension. The Xath-Isk does not purify. It extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue Godhood. Madness. You flood me with this, this heresy. Good. I... It's now that you had a spell out on God today. Lässt diese Person in den Prisma. Was wollt ihr tun, Lässe? Ich stehe euch bei. Vlackets hat euch irregeführt, ich glaube ihm und ihr solltet es auch. Tötet ihn, so könnt ihr Vlackets Vergebung verdienen. Kadach ist einverstanden. Oh, schade. Ich habe Vlackets serviert das ganze Leben. Ich lerne ihre Worte, habe ihre Worte, aber sie mich als Sherlock. Deine Worte tragen die Wahrheit. Ich werde dich in Boulders-Gate treffen. Ich werde mich nicht bemerken. Läzell, ich sehe Talakma-Gear in euch. Schwester in Freiheit. Zusammen werden wir unsere Menschen sein. Läzell, bei den Unterstützer kommen wir drauf. Es ist ein Quanith, ein Psyonik-Detektor. Die Königs-Warriors hauen dich. Die Quannith wird dich ausgeräuschen, wenn du nach ihren Portalen kommst. Die sind alle... Nein, sie hat ja noch mehr. Ich muss gehen. Vlackets Gaze pierce die Seize. Oh, das wäre auch für seine Portalsequenz supergut. Ich bin wahrscheinlich nicht surprised. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Jetzt um die Spiegel. Ich werde warten, Läzell. Wahrscheinlich nützlich sein. Das wird eventuell... Da müssen wir... Bevor der Kampf... Bevor uns zu Bett ging... Bevor der Kampf dann... Entsprechend reagieren... Was wir unbedingt machen müssen... Wir müssen... Bevor wir in Akt 3 aufbrechen... Der Thron der Lichtkönigin... Achievement... Bevor wir in Akt 3 aufbrechen... Kurz bevor... Wir wissen... Wir haben eine kleine Grenze zu Akt 3... Müssen wir uns komplett blank ziehen... Müssen die Charaktere komplett blank machen... Und in die Zwischensequenz starten. Das war... Dass das alle Charaktere die im Camp sind... Sind einfach... Einfach nackt in der Zwischenszene auftauchen. Das muss hier einfach... Das müssen wir einfach mal probieren. Das ist einfach mal... Diese... Diese epische Szene einfach mal durch... Das werde ich im Dark Earth wahrscheinlich auch versuchen. Aber da gibt es nicht so viele Charaktere die nur noch stehen. Es gibt doch zwei. Wir müssen das einfach mal... Wenn Gale... Wenn Gale... Schattenherz... Äh... Astarion... Und... Kalach... Und... Einfach so einfach... Wenn alle so einfach... Nackt vor der Mauer stehen... Und Richtung... Weil du es geht... Gucken... Das wäre einfach... Das wäre so eine epische Szene... Ich bin schon auf dem Weg... Juhu... Ich werde mich hinter sie stellen... Ich werde mich hinter sie stellen... Das Problem ist kurz danach... Ich werde mich hinter... Ich werde mich hinter... Ich werde mich hinter sie stellen... Äh... Was ist dein Aufstieg eigentlich genau? Was hat Flaket... Die Tyrannin genannt? Das heißt... Ist das... Ihr da zu stimmt? Wer ist die Person im Prisma? Was meint ihr? Und... Und... Wenn Flaket sich irrt... Wenn seine Behauptungen falsch sind... Und Flaket recht hat... Auf unkündigt wird auch Zeit... Ascension ist ein jungen Gith-Yankees größtes Ehre. Seit langem haben die Geich geschlägt meine Leute. Sie dominierten unsere Minden und brachten uns für Krieg, bis die große Mutter Gith ein Hammer zu unseren Böden genommen hat. Aus dem Tag unserer Hatschung hat die jungen Gith einen Ziel. Um hart zu trainieren, um einen Geich zu schlägen und seine Hände zu nehmen. Dann sprechen wir die Rite der Ascension, und ein Dramatik kommt, um uns nach Vlaken zu fliegen, in Tunerath, die Stadt der Todes. Wir sind honoriert mit einer eternen Haus in den Astralen, befreundet für unsere Verkäufer. Wir sind Ascended. Oder so glaube ich. Aha. Ziehen. Ziehen wir weiter. Ja. Ich möchte Zeit, um zu denken. Wir treffen Kythrak Vos in Cheressis Caress, in Balders Gate. Bis dahin, sei vigilant. Vlaken's Augen sind auf uns. Dann werden wir so einen Akt 3 da nochmal zu uns nehmen, bis es ausschaut. Jaja, cool. Hat sie ja jetzt bis zu Akt 3 eine ganz lange Zeit zum Nachdenken. Wir sind ein nötig. Ist das so? Ist das so, schaubbrochen? Ist das so, oder? Ist das gerade einmal so gesehen? Ja. Ist das so, oder? Sjap. Ist das so, oder? Kann doch so. Er muss wohl so nicht schlafen. Der Hund will etwas von dir. Ja, ich verfolge ihn schon. Aber er rennt ziemlich schnell weg. Er hat es in den Busch geworfen. Fackel. Eins will ich jetzt noch versuchen. Er schlug sich glücklich. Seine Hände nicht mehr. Wir wollen anders. Kurz vor einem langen Rast. Wir wollen das mal machen. Ich würde mal als Katze zu Kratzer gehen. Vielleicht können wir miteinander reden. Wenn ich mal in der Tiergestalt zu Kratzer gehe. Du kannst mit den Tiere sprechen. Ich glaube, du kannst mit den Tierarten sprechen. Kann ich aber. Ob es da irgendwas anderes gibt noch. In der Reaktion. Ich weiß, wenn du als Raptor ins Bett gehst, dann liegst du äußerst. Es gibt auch. Habe ich auch Clips gesehen, wie hier man sich auf den Stuhl setzt. Als Bär oder als als Katze. und wie immer da. Gibt komische. Aber es ist vor allem lustig. Es ist vor allem lustig, weil die Begleiter von Rangern leveln quasi auch auf. Wenn da einfach so ein vollgerüsteter Bär in Vollplan würde ich einfach auf so ein Stühlchen setzt. Ist halt super lustig. Gibt komische Animationen, wenn man sich jetzt in der Tiergestalt hinsetzt. Du hast da so einen kleinen Holzstuhl und dann da. Das ist einfach so drei Meter große Bär drauf. Das sieht ein bisschen. So, da der Bütcher. Der Wärmer. So, da können wir sie abschlafen. Ja, da können wir sie abschlafen. Ah, da sind wir die Wirklichkeit. Da können wir sie abschlafen. Können wir sagen, dass sie sich verpassen soll? Ähm... Ich nehme das als ein Ja. Hört ihr euch. Denkst. Lest eine Torch. Bleist aus demdurchsten. Und schaue schnell. Die Shadow Oh! Ich würde sagen... Wir sagen ihr, dass sie zwei Meter fahren soll. Wir gehen einen anderen Weg. So, ich würde einfach Kasschen machen, Moment. Können wir sie runterschubsen? Ich wollte sie gerade runterschubsen. Hä? So was lootest du? Dann machst du das hier? Oh, kann ich nicht. Schade. Ich kann es werfen. Na, bei wem kannst du es nicht mehr. Ich kann sie nicht in Abgrund werfen. Da ist keiner da. Ich weiß, ich konnte es auch nicht. Ja. Wenn die Waffe wirklich was bringt, dann können wir eine voranlaufen lassen. Mit der Laterne habe ich es auch so gemacht, dass nur einer die Laterne hält und die anderen einfach in der Nähe bleiben. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja, das funktioniert so auch. Und ich muss tatsächlich außerhalb bleiben, weil ich brauche Schatten, um effektiv zu funktionieren. Ich bin jetzt ein bisschen suboptimal und selbstmörderisch, aber... ...wörtert. Ich habe es bei mir den Mönch getragen lassen. Die Laterne, weil der der einzige ist, der tatsächlich auch ohne Waffen kämpfen kann. Und das habe ich dann durch als Zweitwaffe gegeben und damit ist das dann... Und können dann alle anderen funktionieren. Ja. Aber wenn die Waffe funktioniert, was ich noch nicht glaube, aber dann werden wir das nächste Mal sehen. Apropos Zweitwaffe, ich habe anscheinend den Dolch verkauft. Ich muss jetzt folgendes Mal machen. Ach, schade. Ich müsste im Lager dann mal eben eine Salami aus dem Lager holen. Du kämpfst alles mit einer Salami jetzt. Ja, Staron kämpft bei mir auch, da grutscht gerade mit einer... Weil der seine Waffe irgendwo auf dem Weg verloren hat, der kämpft jetzt mit einer Spritze. Und wie irgendwo bei dem... Im Haus der Heilung habe ich eine Spritze bekommen. Wir kämpfen mit einer Spritze. Spritze ist theoretisch auf dem Papier keine schlechte Waffe. Allerdings hast du die Fähigkeiten nicht und kannst sie nicht kriegen, die du brauchst, um damit effektiv kämpfen zu können. Naja, aber vorübergehend bist du eine bessere Waffe finde. Ist das so gerade die einzige Waffe, die du haben kannst? Ja, das musste ich auch machen. Tatsächlich. Er hat eine Spritze und einen rostigen Durchschnitt dabei. Eine Doppelwaffe. Ich nenne es einfach die Täter... Ich finde es schade, dass er keinen Täter-Los-Bonus hat. Hast du theoretisch darauf. Und dann gehen wir damit eingreifen und die einfach von der Nadel und vom Rostigen einfach mal Täter-Los-Kriegen. Wie gesagt, in der Theorie auf dem Papier hast du das. Du hast allerdings die Fähigkeit nicht, die dazu nötig ist und kannst sie halt nicht kriegen. Und ich habe jetzt... Lass den durch. Wenn du mal auf meinen Rücken guckst, habe ich jetzt dieses super krasse Untergrund-Fürsten-Ding und eine Salami. Ja, je bescheuert. Gibt es vielleicht einen Angriffs-Bonus? Nein, die Salami ist einfach nur eine Salami. Aber mit dem anderen Ding ist halt super stark, weil ich mach jetzt das, was ein Champion-Fighter tun kann. Und hier in dem Gebiet ist quasi jeder Gegner immer im Vorteil angegriffen, was für Sneak-Attack halt insane gut ist. Na dann. Ja, dann speichern wir mal endlich ab und dann können wir gehen. Gut gemacht. Speichern erfolgreich. Wir haben etwas vergessen. Wir müssen uns in das Gifjanki-Läuterungsgerät setzen. Gifjanki-Läuterungsgerät? Beim nächsten Mal noch. Wir können nicht zurück nach 8.1. Doch, können wir noch. Wir haben noch keinen Wegpunkt. Aber wozu? Damit wir die Quest abgeschlossen haben. Ich glaube, man kriegt einen permanenten Bonus dadurch. Aha. Ich meine, wir können auch drauf verzichten, aber es wird halt dann dauernd angezeigt. Weiß ich nicht. Merkst du für den nächsten Screen? Wahrscheinlich nicht. Dann nicht. Oh, die Startmelodie funktioniert mal. Ich bin in letzter Zeit irgendwie immer verwacht, dass die hier nie funktioniert. Na dann. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder zu Balance Gate 3. Ich denke. Dann spricht da was dagegen. Na dann. Fast schon. Bis dahin. Danke fürs Mitspielen. Und bis nächstes Mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020